Die neuen Pokémon-Sets, Karmesin, als auch Purpur erscheinen erst Ende des Monats. Doch ich habe hier ein komplettes Pre-Release-Display, welches wir heute mit vier Leuten öffnen werden. Zusammen werden wir ein Turnier spielen, um den ersten Gewinner der Zero Championships zu krönen. Jeder Spieler bekommt zwei solcher Pre-Release-Kits und baut sich daraus ein 60-Karten-Deck. Doch bevor wir diese jetzt öffnen, hier nochmal ein kleiner Einspieler, wie das Trading Card Game überhaupt funktioniert. Hier nochmal ein kleiner Breakdown, wie das Pokémon Trading Card Game funktioniert. In einem Deck befinden sich die normalen klassischen Pokémon-Karten, welche dafür da sind, Angriffe auszuführen. Mit Energie-Karten werden diese bestärkt und durch Trainer-Karten unterstützt. Auf der eigenen Seite können bis zu sechs Pokémon gespielt werden. Eins davon ist das aktive Pokémon und fünf weitere warten auf der Bank, um eingewechselt zu werden. Das aktive Pokémon ist das einzige, was angreifen kann und auf der Bank kann man wie gesagt die Pokémon set-upen oder deren Fähigkeiten nutzen. Ein Basis-Pokémon kann immer auf das Spielfeld gelegt werden. Entwicklungskarten wie diese hier werden auf ein Basis-Pokémon gelegt, um zum Beispiel stärkere Attacken zu nutzen. Um eine Attacke einsetzen zu können, muss man die Energie-Karten natürlich auch haben. Für den jeweiligen Move braucht man dann mehr oder weniger Energie-Karten und diese müssen natürlich genau übereinstimmen. Trainer-Karten helfen dabei, bestimmte Karten zu suchen, Energie zu verteilen oder weitere Handkarten zu ziehen. Zu Beginn eines Matches zieht man sieben Karten von seinem Deck auf die Hand. Die sollte man seinen Gegnern nicht zeigen. Wie in den Videospielen werden jede Runde Angriffe gegen das gegnerische Pokémon eingesetzt. Wenn ein Pokémon alle seine Kraftpunkte kurz KP verloren hatte, gilt es als besiegt und ein Pokémon von der Bank muss nach vorne gelegt werden, um dieses zu ersetzen. Der Spieler, der ein Pokémon besiegt hat, darf sich im Anschluss eine Preiskarte auf die Hand nehmen. Wenn man über diesen Weg alle Preiskarten aufgedeckt hat, hat man das Spiel gewonnen. Alternativ kann man auch gewinnen, wenn der Gegner keine Pokémon mehr auf seinem Spielfeld hat. Oder wenn sich keine Karten mehr in seinem Deck befinden. Das war der kleine Breakdown zum Pokémon Trading Card Game. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, guckt aufmerksam den Stream, denn dort werden unsere reizenden Kommentatoren euch auch alles erklären. Und damit willkommen, meine Damen, meine Herren, jetzt auch live und in Farbe hier aus dem wunderbaren Studio. Ihr habt vielleicht schon gerade mitbekommen, wir haben hier was richtig Großes aufgebaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Ganze hat sich ein bisschen verzogen, aber dafür haben wir es jetzt endlich geschafft, sage ich mal. Und ich bin sehr aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen, denn heute geht es um einiges. Nicht nur, dass wir heute Karmesino-Purpo öffnen, ich habe heute auch reizende Gäste am Start und wir haben heute auch natürlich Partner, die uns geholfen haben. Elgato als auch Flexi-Spot, vielen lieben Dank für die Unterstützung, seht ihr auch hier unten eingeblendet, könnt ihr gerne abchecken. Aber ja, ohne die wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Da nochmal vielen lieben Dank. Wir haben hier zwei Tage lang was ganz Großes aufgebaut, um euch das heute so zu zeigen. Und wenn euch das gefällt, dann zeigt uns das auch gerne mit einem Daumen oder halt auch im Chat. Denn, wie gesagt, das Ganze war sehr mühsam, aber ich hoffe, es gefällt euch. Ja, Karmesino-Purpo erscheint erst nächste Woche. Wir haben heute schon ein paar Privilege-Skits, die wir heute zusammen öffnen werden, wie auch schon gesagt. Ich habe heute drei Gäste und wir werden uns gleich ganz entspannt deren Booster anschauen. Ähm, ja, sonst habe ich gar nicht großartig viel zu sagen, außer willkommen zum Stream. Schnappt euch was zu essen, holt euch was zu trinken. Es kann ein bisschen länger heute gehen, denn wir werden heute auch einige Matches spielen. Wir werden nicht nur Booster öffnen, sondern auch mit dem TCG spielen. Und ich kann es euch sagen, das wird ein bisschen länger dauern. Aber, das Gute ist ja, es wird auch sehr viel Spaß machen. Da bin ich fest der Meinung. Wir haben heute auch ein paar Price-Packs. Für jeden Gewinner gibt es auch mal einen Booster zum Öffnen. Dementsprechend bleibt immer lange dran. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins allererste Opening, damit ihr auch mal sehen könnt, was heute gepullt wird und mit was heute gespielt wird. Dementsprechend würde ich sagen, Film ab mit dem allerersten Opening des Streams. Draw Support, Nest Ball, Mesalona City einmal. Quacks, Gym. Okay. Sonderbonbon ist immer praktisch. Knirrfisch, was macht der denn? Wir suchen dann direkt nach... Oh, nach drei Bars Energiekarten. Und nehmen sie auf deine Hand. Das ist auch praktisch. Für First Turn nicht schlecht. Ja, ne Mila als Draw Support. Nochmal Pamomamo ganz viel. Nochmal ein Knirps als Draw Support. Ja, Pokéball. Aber ich finde, also die Trainerkarten sind jetzt nicht optimal. Bisher sind noch keine guten... Also das ist das Ding, du hast halt zwei Decks und halt die acht Booster. Du brauchst da halt die guten Item, weil du auch trainierst. So, dann gehen wir in die Booster rein. Leider kein ganzes Art Set. Aber dafür gute Art Works, würde ich sagen. Welche E-Ex würdest du dir denn wünschen? Dir jetzt zum Deck auch harmonieren halt. Ah, also zum Deck harmonieren. Also du hast jetzt schon Elektro halt. Also Miraydon wäre... Miraydon wäre richtig heftig. Aber ich muss keinen Karten-Train mehr machen, ne? Nee, ich muss keinen Karten-Train mehr machen. Genau. Oh, Rothauben könnte... Nimm eine Item-Card aus einem Ablagestapel auf deine Hand. Das kann praktisch sein. Und eine Paralyse. Schanera. Sonderbonbon ist super praktisch. Hefe. Sengo. Humanolith. Hat eine Fähigkeit. In diesen Punkten werden durch Attacken 20 Schadenspunkte weniger zugefügt. Ja, ist okay. Ja. Nochmal eine Cosima. Sehr gut. Mimi als Reverse. Jim als Reverse. Eine gute Trainer-Karte. God, boah. E-Ex ist stabil, Alter. Full Art. Das ist richtig gut. Das ist mega stabil. Wenn ich jetzt noch Kill, ja, und Rassler bekomme... Du kannst unendlich Psycho-Energien anlegen. Das wäre heftig, Alter. Sehr stark. Sehr, sehr heftig. Gute Karte, Alter. Gute E-Ex. Ui, 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 ui. Yo, 22 Schadenspunkte. In Theorie reicht ja mir ein Trassler, aber dann kann ich mit Rare Candy den hochentwickeln, ne? Das sollte gehen. So, zweites Booster, würde ich sagen. Dario scoutet schon mal meine Karten. Der muss schon mal wissen. Ich wollte nur gucken, ob das mit Sonderbombom geht. Das sollte funktionieren. Aber das ist natürlich schon mal ein guter Start, ne? Das ist ein sehr guter Start, Alter. Beschweren solltest du dich da, glaube ich, nicht. Einen Trank. Energie zu gewinnen. Ja, der ist immer gut, ne? Zwei Basel-Energie-Karten auf die Hand. Safe. Dreh. Richter. Richter ist da drinne. Das ist heftig. Das ist ein mega guter. Der sieht auch sehr witzig aus, muss ich sagen. Das ist der schönste Richter, den ich kenne. Ja. Lamus, Reverse, Nemila, ich glaube, es gibt da wieder was. Das ist nur eine Hohle. Er ist nur, aber Choraidon. Und Nemila als Support. Ihr als Supporter könnte wichtig sein für dich. Das auf jeden Fall. Drittes Booster. Und ich kann mich bisher nicht beschweren. Nö. Ich würde sagen, das machst du bisher sehr gut. Dankeschön. Also, muss man sagen, qualitativ, äh, top. Wie er die Karten öffnet und gute Sachen zieht. Das ist auch eine Kunst, ne? Das ist wirklich eine Kunst. Nemila. Das kann nicht jeder. Ja, das kann nicht jeder. Flabebe. Da ist Zentera. Okay, Vitalitätsband. Die Attacke, das Punkt, oder das, die Karte angelegt ist, fügt dem aktiven Punkt an, das Gegner als 10-Chance-Budel mehr zu. Ist okay. Könnte wichtig sein. Mobex. Nestball noch. Und nochmal ein Lamus. Ist okay. Ich freue mich schon, wenn ich meine Booster öffnen darf. Ich hoffe, ich habe auch so viel Glück, Alter. Aber sonst hast du eigentlich immer Glück bei Pre-Releases. Sonst. Sonst, ja. Aber vielleicht teilt sich das diesmal auf. Das kann möglich sein. Mini. Nochmal. Steinbrustpanzer. Durch den Kampfhund, das die Karte angelegt ist, werden durch Attacken von Punkten und das Gegner als 30-Chance-Budel weniger zugefügt. Kampfhund. Choraydon. Forstelka-Reverse. Ressladeo-Reverse. Und nochmal ein Sehrwohl. Alter, das war schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Guter Draw-Support mit den Supportern. Zwar kein Forschung, aber dafür... Ein Richter könnte richtig böse kommen. Könnte richtig böse kommen. Riecht da böse kommen, Alter. So, was predictest du in meinem nächsten Kit? Ähm... Was sagst du es hier drin? Ressladeo. Ressladeo, Alter. Wenn du das wieder richtig predictest, ne? Na? Es ist Bailonda. Aber ist gut für dich. Du hast ja bisher Bailonda als auch... Das stimmt. Das ist sehr gut. Du hast jetzt beides. Und du hast jetzt die Chance, glaube ich, wenn du jetzt da zum Beispiel nochmal die Bailonda-Support drin haben solltest, guten Chor einfach. Safe. Für deinen 60-Karten-Deck. Der ballert ja die Wasserenergie-Karten aus der Hand auf die Pokémon. Ja. Kann sehr stabil werden. Gucken wir mal. So, wir haben natürlich erstmal ganz viele Energie-Karten. Da können wir auch so durchgehen. Es ist Elektro. Es ist Elektro. Das ist Pamu-Mamu plus Bailonda, ja? Das ist eine sehr gute Kombo für dich. Das ist... Also ich kann mich komplett committen. Du kannst komplett Wasser-Elektro stehen halt. Bailonda. Nestbein nochmal. Nochmal Messalona City. Okay. Das Wichtige ist halt jetzt die Kombination aus Full-Supportern als auch Item-Karten, die jetzt kommen. Ich bräuchte jetzt halt nochmal eine Mila. Okay, komm. Ein Professor. Eine Forschung des Professors. Eine Forschung. Eine Forschung. Keine Forschung. Keine Forschung. Aber abwarten. Abwarten. Du hast immer noch vier Booster. Du kannst immer noch gute Sachen ziehen. Bisher läuft es nicht schlecht. Ja. Dann bannen wir die vier Booster raus. Zweimal Choraydon. Ist das ein Zeichen? Ob eigentlich will ich doch Miraydon haben für mein Deck, ne? Miraydon EX wäre jetzt halt hammermäßig. Oder ein Garados EX. Boah, Garados. Wäre halt auch sehr stark für dein Deck. Das auf jeden Fall. So, wir haben Cesurio Riolu. Jetzt einfach auf Elektron- und Wasserpuppen müssen uns geachtet werden. Irgendwas muss jetzt kommen. Backel. Und ich will nichts sagen. Ich glaube, irgendwas kommt da jetzt. Steinbrust-Panzer. Ich glaube, irgendwas kommt da jetzt. Friedwolf. Oh, Alex! Das ist gut. Das ist mega gut für dich. Wenn auf dem aktiven Punkt des Gegners mindestens eine Schadensmarke liegt, für diese Attacke 180 Schadenspunkte mehr zu. Was? 360, der würde ich für fünf. Ich sage dir jetzt eine Sache. Wenn du jetzt keinen Carpador ziehst, aber ich glaube, du hast einen Carpador. Alter, das wäre ein böser Hit. Das ist ganz, ganz böse. Das ist richtig böse. Das ist sehr böse. Das ist richtig böse. Also, wirklich, dieses Garados EX, richtig schick. Alter, das könnte deine Signature-Waffe werden. Die könnte mächtig werden, Alter. Die EX-Karten sind back. Soll ich für dich schauen, ob du einen Carpador hast? Schau gerne mal nach. In der Zeit öffne ich das Booster. Wenn ich einen Carpador nicht habe, dann wäre das sehr, sehr traurig. Alter, da kommt schon der Krankenwagen, ey. Ja. So. Wir haben das nächste Booster und ich habe ein gutes Gefühl hier. Okay. Brauche mindestens einen Carpador sonst. Wenn ich keinen Carpador mehr habe. Flatutu, Scaraborn, Trotzband. Wenn du mehr verbleibende Preiskarten hast als dein Gegner, für die Attacke des Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, dem aktiven Pokémon des Gegners 30 Schadenspunkte mehr zu. Das ist nicht bad. Das ist gut. Also ich kann dir sagen, du hast bisher noch keinen Carpador. Oh nein. Wir brauchen einen Carpador. Wir haben noch einen Ballon, ne? Ist okay. Aber wir brauchen einen Carpador. Wir brauchen einen Carpador, Leute. Die neuen EX-Pokémon, muss man ja sagen, sind sehr, sehr stark. Aber wurden halt gebalanced dadurch, dass man die meisten halt entwickeln muss. Natürlich gibt es Ausnahmen wie Meraidon oder Choraidon. Aber bei dem Garados, was so viel Damage raushauen kann, musst du halt erst die Vorentwicklung haben. Und jetzt brauchst du sie, Alter, im Garados-Pack. So, im Garados-Pack muss jetzt die Carpador sein. Wir haben diese zwei Booster. Aber wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Wenn nicht jetzt, wann dann? So, wir haben ein Feluri. Hunduster. Driftlon. Flaniva, das ist das falsche Wasserpunkt. Und auch eine Mimi ist immer gut. Nochmal ein Steinbrust-Panzer. Tentagra. Sengo. Nochmal eine Pamu-Mamu. Und eine heftige Printline, Alter. Ui, 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 Alter. Der wurde gekuttet, der Junge. Der wurde richtig gekuttet, ja. Einen Booster hast du noch, ne? Einen Booster. Alter, das kann ganz böse enden. Rainer, jetzt komm schon. Okay. Ich beliebe. Also, ich weiß nicht, ob ich belieben soll. Ich hab grad sagen. Aber wenn ich kriege das Ding ab, dann hab ich gar keine Chance gegen dich. Ich hab grad sagen. Eigentlich musst du hoffen, dass ich es nicht ziehe. Oder ich muss hoffen, dass ich Elektro-Pokémon gegen dich habe. Das stimmt. Ne, Mila. Wir haben Fercouli. Mopax. Vitalitätsband, okay. Refax. Oh. 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 Hast du einen Focano? Ich glaub nicht. Nein. Aber dein Lieblings-Pokémon. Der geiler Kani. Oh, du kannst ihn wahrscheinlich nicht spielen. Den kann ich nicht spielen. Den kann ich nicht spielen. Also, vielleicht hab ich mich auch geirrt. Ich hab dir leider aber keinen Karpelok gesehen. Okay, wir sind auch schon wieder zurück hier in unserem Studio. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, der gute Present hat sich ein bisschen verändert. Denn der gute Present ist gestern leider krank geworden. Und dafür ist Jeno eingesprungen. Hallöchen. Ja, ist jetzt nicht schlimm. Ich hoffe, der Junge erholt sich ganz gut. Aber du musst jetzt leider mit seinem Deck spielen. Ja, natürlich. Und du hast... Ja, erzähl ruhig. Aber das Deck ist actually nicht schlecht, muss ich sagen. Es ist nicht schlecht. Es hätte sehr viel besser sein können, sag ich mal. Mit den ganzen E-Exes, die er halt gezogen hat. Also, ich bin echt traurig, dass er leider keinen Karpelok gezogen hat. Und Kirlia und Trassler. Auf jeden Fall. Und Focano. Also, es wäre halt super, super stark gewesen. Also, von den Pokémon her, sehr gute Auswahl. Wie gesagt, wenn irgendwelche technischen Störungen sind oder ähnliches, Leute, verzeiht uns das. Wir machen das gerade auch alles das erste Mal halt. Also, von daher, habt ein bisschen Mit... Wie ernen Sie sich das? Mitgefühl? Ich weiß nicht. Geduld. Geduld. Ein bisschen Geduld. Habt ein bisschen Geduld. Wir versuchen, das hier alles so bestmöglich für euch zu machen. Dementsprechend alles entspannt. Ja, das erste Deck ist damit eigentlich soweit durch. Du hast dich damit ein bisschen befasst. Er hat das ein bisschen vorgebaut. Du hast es ein bisschen verfeinert. Ich habe heute schon zwei Matches damit spielen dürfen. Zwei Matches. Du hattest was für Pokémon? Wasser und Elektro? Ja, genau. Pumumamu und... Bailonda. 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 Sind sehr starke Pokémon, muss man an der Stelle sagen. Pumumamu kann halt Energien aus dem Deck suchen, glaube ich, an sich anlegen. Bailonda ist genau das Gegenteil. Kann Energien von der Hand auf dem Pokémon machen. Also, es synergieren beide super stark miteinander, habe ich gemerkt. Und das Einzige, was mir ein bisschen fehlt, neben den E-Exes natürlich, sind Forschung des Professors. Die sind leider ein bisschen knapp geraten. Ich glaube, der Draw Support, ja. Der Draw Support ist das Wichtigste, als auch natürlich die Engine irgendwie zum Starten zu bekommen mit Hyperbällen, Nestbällen, Pokébällen, damit der Surge da ist. Werden wir alles sehen. Ähm, nee. Ansonsten, sehr gutes Deck, sehr gut ausgeglichen, gute Puls von am Start. Also, ich beschwere mich nicht über die Gardevoir-Vorlauf, würde ich an der Stelle sagen. Auf gar keinen Fall. Es ist eine super spielstarke Karte, auch gerade fürs Meta, wenn man das jetzt auf das Pokémon TCG herausschaut. Ähm, nee. Aber das wäre es ja grob auch von deinem Deck, würde ich an der Stelle sagen. Glaubst du, dass du damit so ein paar Wins holen kannst? Auf jeden Fall. Also, ich bin sehr zuversichtlich, dass das ein gutes Deck wird, ein gutes Match ist. Amine, das Ding ist ja auch, du spielst das TCG ja oft mit mir, also wir da dann halt oft auch einfach so, nachdem Video durch ist, nachdem Stream durch ist, einfach auch zwei, drei Stunden nach einfach mal ganz am Couch durch. So ein bisschen Training. So ein bisschen Training. Ich war ja auch in Utrecht, hab da ja auch ganz gut tatsächlich performt, werdet ihr auch anders noch in Videos sehen. Aber, nee. Ich würde sagen, wir gucken uns die nächsten Kontrahenten an, was die für Karten gezogen haben. Vielen lieben Dank nochmal, dass du, wie gesagt, auch für den guten Present einspringst. Gerne. Und machen wir weiter mit dem nächsten Kontrahenten. Du darfst dir zwei aussuchen und das bestimmt dann dein Schicksal, ob du gewinnst oder verlierst. Dann bin ich mal richtig Basic-mäßig und nimm die nach der Reihenfolge. Okay. Das sind die beiden. Dann kannst du jetzt eins davon nehmen und das öffnen erstmal. Ich. Mach's auf. Pass auf. Und da jetzt, da ist das Deck. Okay. Du hast zum Beispiel jetzt ein Wasser-Deck. Da ist jetzt zum Beispiel die gute Bailonda, ist jetzt dein Signature-Pokémon. Ja, okay, das hier sind Energie. Ja, davon willst du einige haben. Gleich kommen noch ein paar andere Energien. Okay, du hast Stahl und Wasser hast du. Okay. Wichtig ist jetzt natürlich, dass du ein paar Item-Karten bekommst. Hier zum Beispiel der gute Heraschai. Der ist ein gutes Pokémon, was dir gut weiterhilft. Ein Supporter. Der lässt sich Karten ziehen. Nesbal lässt sich Pokémon suchen aus deinem Deck. Und der Knattox ist jetzt ein Stahl-Pokémon, wovon du gleich noch einige mehr haben wirst. Da ist zum Beispiel auch der Knattox. Also ist ein solides Deck. Jetzt kommt bloß die Frage, ob du jetzt gleich noch ein paar gute hast. Du hast einen Nesbal schon. Der ist sehr, sehr stark. Vielleicht kriegst du noch eine Forschung. Hyperball ist mega gut. Und eine Forschung. Alter, das ist mega. Das sind zwei ultra starke Karten. Die werden sogar in Metadex gespielt. Oh, geil. Ja. Legit. Das ist mega strong. Jetzt kommen die Booster. Okay. Und da ist jetzt die Frage. Also da kann halt jetzt theoretisch alles drin sein. Das heißt, die darf ich auch alle in mein Deck einarbeiten. Die werden alle in dein Deck reinkommen. Das sieht bei dir irgendwie geübter aus. Ja, ich glaube, du machst das heute. Zwei geöffnet schon in meinem Leben. Oh, Carpador. Oh, der hat nicht Platz da. Das ist gut. Der kann springen. Und das Gute ist, du kannst theoretisch eine Weiterentwicklung hier auch ziehen, damit du Carpador als auch Garados benutzen kannst. Okay. Deswegen sind die auch wichtig alle halt. Pokémon-Fänger, eine gute, starke Karte. Ein Richter, sehr gute Supporter-Karte. Lässt halt alle Karten wieder ins Deck rein und vier neue ziehen, auch beim Gegner. Jetzt kannst du auch nachher ein bisschen schauen, was da von Spielstärke ist, was nicht. Oh, du hast eine Illustration. Der Schlick da. Die sieht echt hübsch aus. Und dann könntest du potenziell spielen, weil da Wasser ist. Ja, und jetzt kannst du das nächste Buch öffnen. Alles klar. Okay, diesmal bin ich geübter. Nee, bin ich nicht. Also, wenn du eine EX ziehen solltest, hast du einen sehr großen Vorteil, weil du ein Pokémon hast, was halt sehr viele KP hat und sehr stark austeilen kann. Nachteil ist daran halt, dass du natürlich erstmal kriegen musst. Manche sind jetzt nicht so berauschen, sag ich mal, oder auch nicht so wichtig für einen, aber manche Karten können halt gut, manche Karten können schlechter sein. Aber der sieht schon cool aus. Der ist süß, der ist ein süßer. Ein paar Mamo. Der sieht aber auch cool aus. Hat was. Oh, noch einen. Ein Tanzer. Ein Tanzer. Oh, und ein Heraschai. Oh, den werde ich, wenn ich das Wasserdeck spiele, auf jeden Fall austauschen, weil der hier glitzert. Der sieht cool aus. Safe. Immer auf die Holos gehen, Jungs. Perfekt. Guck mal, Knaddox, den hattest du auch schon mal. Dann bin ich schon wieder. Wenn du jetzt einen Garadoss ziehst, hast du zwei Kapador. Also, wir wickeln sehr, sehr gut. Wär schön. Weil du jetzt ja schon Wasserdeck hast. Das wäre eine sehr gute Kadde halt. Oh. Nochmal ein Bylondar. Das ist geil. Das ist gut. Das ist sehr gut. Vor allem auch Holo wieder. Und eine Pflanzenenergie. Let's go. Du kannst dir potenziell auch ein paar andere Karten ziehen. Ich bin mal gespannt, ob du die hier sehen wirst. Und ich bin auch auf deine Reaktion gespannt, wenn du so eine Karte ziehen solltest, die ich jetzt hier gerade im Kopf habe. Die der gute Nuri noch nicht hat. Forstelka. Den kennst du, ne? Na klar. Forstelka ist nicht bad. Ist nicht bad. Du vermiebst. Und ein Moppex. Oh, der sieht wirklich cool aus. Der ist nice, ja. Das war es eigentlich schon wieder. Aber jede Karte kann halt gut sein. Deswegen musst du dir alles angucken. Aber ich werde dir da auf jeden Fall helfen, dass du da auch weißt, was du da halt mehr oder weniger brauchst. Aber jetzt hast du erstmal noch ein zweites Deck. Okay, dann wollen wir mal. Ein paar Marmo. Das sieht nach Elektro aus. So, paar Marmo hast du. Der ist schon mal ganz gut. Der hat 130 und macht 230 Abzug. Also der kann alles erledigen, was in seinem Weg kommt, gefühlt. Aber der muss halt auch zweimal entwickelt werden vorher, ne? Aber ansonsten sehr, sehr stark. Und ich glaube, ich sehe da schon ein zweites Typing, was du da drin hast. Ich habe es leider falsch gemacht, aber man sieht jetzt Pflanze durch. Pflanze, Elektro. Guck mal, was für Pflanzen da drin sind halt, ne? Ein Purmel. Ein Purmel. Der ist ganz cool. Und zwar hat er anpassungsfähige Entwicklung. Und zwar kannst du, wenn du ihn spielst, sofort entwickeln. Das heißt, wenn du die komplette Entwicklungslinie von ihm hast, kannst du ihn im Einzug durch entwickeln, weil du ja normalerweise immer Einzug warten musst. Ist ein sehr stabiles Deck, würde ich sagen. Ist nicht bad. Jetzt kommt es halt drauf an, was für Unterstützer und Karten. Du hast Nespal wieder, sehr, sehr gut. Wenn du jetzt noch ein paar Ultrabälle oder Forschungsprofessors irgendwie bekommst. Sonderbombe auch sehr gut. Kannst du ein Basispokémon zu einem Phase 2 gleich entwickeln, wenn du es auf der Hand hast. Also du überspringst damit eine Entwicklung. Da hätte ich gedacht, dass die halt richtig gut ist, weil drei Karten ziehen, wäre bei anderen Trading Card Games halt richtig stark. Naja, aber es gibt halt Karten, die sagen so, yo, zieh hoch bis sieben hast oder sowas halt. Also die ist okay. Aber es gibt noch stärkere Karten tatsächlich. Der Nespal wieder, der ist sehr gut. Also du hast drei Nespalle bisher. Das ist sehr gute Search Engine, sage ich mal, für dein Deck. Sehr viele Möglichkeiten halt an deine guten Karten zu kommen. So, auf damit, Rainer in den Larks. Was haben sie denn da? Ein Tarunel. Ich finde es bei Pokémon immer so interessant, dass die Artworks sich so vom Stil her richtig unterscheiden. Manchmal sind halt... Es gibt halt über 100 Illustratoren, die für Pokémon arbeiten und die halt auch unten auf der Karte gekennzeichnet, wer das gezeichnet hat. Ja, stimmt. Das ist cool. Aber hier habe ich einen Magneton. Das ist richtig cool. Du hast ein paar Magnetilos schon. Das heißt, den kannst du theoretisch sogar spielen. Wenn der gut ist. Weiß man ja nicht. Das ist cool. Das kann Pistil Illustration Rare. Der sieht richtig cool aus. Der ist mega. Das spricht jetzt wieder für das Wasser, Deck. Aber der ist nicht so stark. Oh, und ein Kapalegi, Choraidon. Der sieht cool aus. Aber ich habe leider nichts in Richtung Kampf. Also kann ich das schlecht nutzen. Der ist also irgendwie nicht so gut, ne. So, ich will jetzt eine Ex von dir sehen. Ja, das will ich auch. Energiesuche kann sehr stark sein. Such dir eine Energie aus dem Deck. Slimer. Oh, das ist meine erste Unlicht, oder? Ich glaube schon. Revegator. Flamenco wieder. Vostelka. Uh, du siehst cool aus. Noch ein Trotzband. Oh, aber dieses hier glitzert. Das ist Reverse. Uh. Das ist der Starter, aber auch wieder Feuer. Dafür bräuchst du jede einzelne Form halt. Der ist, glaube ich, nicht so... Schade, weil der sieht cool aus. Zwei Booster hast du noch. Schmetterhammer, mega gut. Staralily. Ja, nee, der ist jetzt nicht so geil. EP-Teiler, eine Ausrüstungskarte wieder. Können alle interessant werden später halt, wenn man die dann... sortiert und dann sieht so... Oh, der ist gut, der ist nicht gut. Darf ich noch mal eine? Die glänzt. Oh! Du hast eine Ex-Coreidon. Die kannst du sogar spielen. Könnte interessant sein. Der 230 vor allem. Der ist echt stark. Boah, der sieht wirklich auch cool aus. Der ist mega gut. Also rein hypothetisch ist das bisher eine der stärksten Karten, die du hast. Ja, nur das Problem ist, die ist halt Kampf. Jetzt musst du gucken, ob du da ein paar Kampf-Pokémon spielst. Vielleicht kannst du auch ein Hybrid spielen aus Wasser-Kampf oder sowas. Du hast ja noch einen Pack. Vielleicht hast du ja noch mehr Kampf-Support da drinnen. Das wäre jetzt super schön, wenn da jetzt nur noch Kampf drin wäre. Rein damit jetzt. Okay, nochmal ein Knirrfisch. Ein Tusker. Tusker. Garofil. Voltilam. Oh, ein Beulenhelm. Auch wieder eine Ausrüstungskarte. Wenn du dann angegriffen wirst, dann machst du dem Gegner noch ein bisschen Schaden. Nochmal den hier. Mhm. Oh! Wenn du Menky hast, kannst du ihn eventuell spielen. Ich hab hier leider kein Menky. Das ist schade. Oh! Du hast die Weine-Begner sogar gezogen von Rassaf. Ah, das ist jetzt natürlich bitter. Wenn du keinen Menky hast, kannst du ihn nicht spielen. Wenn du einen Menky hast, wäre das natürlich geil. Ich glaube, ich habe keins gesehen. Ich auch nicht. Boah! An Menky hätte ich mich erinnert, weil ich finde, Menky sieht so cool aus. Das tut jetzt weh. Ah, aber du hast den Koraydon iX gezogen. Das ist schon mal cool. Dann schauen wir jetzt mal, was du aus deinem Deck bastelst. Mhm. Guten Oreo! Hey, was geht? Hi! Na, alles cool? Und selbst? Ja, safe, Alter. Ich freue mich, dass du am Start bist hier, ey. Ja, danke für die Einladung. Vor allen Dingen, da ich ja eher ein Anfänger bin. Aber ich hoffe, dass ich das Beste aus den Karten rausgeholt habe, die ich gezogen habe. Ich habe ja einmal Wasser gezogen und einmal Elektro. Ich habe mich dann aber, eben weil ich die Ex-Karte so cool fand, für Koraydon entschieden. Das heißt, ich spiele wirklich Kampf. Also, mal schauen, was draus wird. Also, man muss doch ganz ehrlich sagen, du hast die allererste iX gezogen, die du halt auch spielen kannst, ne? Ja. Also, das Ding ist, Present oder halt auch Jen hat ja drei iX gezogen, kann keiner davon spielen. Du bist der Erste tatsächlich, der eine iX benutzen kann. Und Koraydon ist eine sehr starke Karte halt. Also, klar ist es jetzt keine, die meta-relevant ist. Aber für so einen Prüblease, einen iX zu haben, der über 200 KP hat und über 200 Schaden macht, sehr, sehr gut. Also, ich bin sehr gespannt, wie du damit performen wirst. Wie gesagt, du bist Anfänger. Heißt ja aber nicht, dass du hier nichts holen kannst halt. Also, wie gesagt, wir haben eine Trophäe hier, wie ihr gesehen habt. Und ich habe gehört, du bist heiß darauf, dieses Ding zu gewinnen. Definitiv. Ich finde, das Ding sieht mega cool aus und das würde sich gut in meinem Regal machen. Also, noch habe ich es hier stehen. Mal gucken, ob du es am Ende mit nach Hause nehmen kannst. Ähm, nee. Aber ich glaube, du hast ganz okay Puls geholt. Und wir haben jetzt auch gleich schon wieder den Nächsten am Start. Glaubst du, dass der besser ziehen wird als du? Ich hoffe nicht. Oha! Gönnst du niemandem was oder ich? Also, ich möchte das Ding haben. Von daher hoffe ich, dass die Person ein faires Kartendeck hat. Ein faires. Ein zu gutes. Es muss nicht übertreiben, sagst du, ne? Natürlich nicht. Alles klar. Alles cool. Dann werden wir mal rüberschalten zu unserem nächsten Kontrahenten, zum nächsten Opening. Und ich glaube, du machst dich schon mal bereit, denn du bist auch bereit fürs erste Match, habe ich gehört. Ja. Alles klar. Dann gucken wir rein ins nächste Opening. Du machst dich ready und wir schauen mal, was gezogen wurde. Okay, Lukas. Ich habe hier vier Kids. Du darfst dir zwei aussuchen. Ich kriege zwei. Oh. Zwei Stöcke in die beiden. Wir bilden ein 60-Kartendeck. Dann gucken wir doch mal. So, was für ein Deck hast du denn Schönes? Was für ein Deck habe ich? Oh, Elektro. Jetzt muss ich wirklich schon noch mir reinziehen. Das Elektro ist echt gut, ey. Ist es? Nice. Oh nein, ich bin zu dumm. Warum geht es nicht auf? So. Jawoll. Können da jetzt auch schon krasse drin sein oder sind die vorgefertigt? Das sind vorgefertigte Decks, die aber immer unterschiedlich sein könnten, sag ich mal. Das heißt, du hast jetzt da Elektro und was jetzt... Du kannst ruhig ein bisschen durchgehen einfach. Die Energien sind auch. Die sind nice. Ja. Die sind ziemlich basic. So. Pummel. Was? Kannst du dich nicht entwickeln? Nächst mal den nächsten. Das kannst du dich auch nicht entwickeln? Ja. Holy shit. Ach, es gibt unterschiedliche. Ah ne, das ist die Entwicklung. Dennoch die dritte dann halt. Und die dritte, die macht halt 230 für drei Energien. Man muss halt alle Energien ablegen, aber mit der Fähigkeit kannst du die Energien dann wieder ranlegen. Soll ich das nochmal? Nochmal ein paar Basics dazu. Das ist auch ein guter Draw. Ja, der sucht jetzt für zwei Entwicklungen, der ist auch gut. Da haben wir noch einen, noch ein... Das sieht ja ganz gut aus. Und jetzt noch den letzten paar Slots, was nice bekommst. Nochmal Nespal, Doppel Nespal, Alter, das ist stark. Jetzt hast du vor allem noch die vier Booster und nochmal ein Deck gleich, ne? Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise nochmal das Elektro-Ding bekommst oder Elektro-Support in den Boostern, dann schauen wir mal. Oh, Krawalo, das ist schon mal gut, das ist ein... Der ist schon mal gut, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Junge, Alter, was hast du denn da? Das sieht auf jeden Fall ganz, ganz gefährlich aus. Oh, 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 oh. Oh, noch ein paar Mal, noch? Ein paar Mal, noch? Mopex. Muss dann natürlich gucken, was ein bisschen zu deinem Deck passen könnte, ne? Aber es kann doch jetzt sein, dass jetzt gleich einfach ne... Man hat ja vielleicht gesehen, dass es eine Goldkarte ist, die... Oh! Eine goldene Energie, Alter. Die ist schick, oh. Oh nein, Korainon. Aber die goldene Energie ist doch schon mal mega geil, Alter. Also eine goldene Energie, die sieht man immer gut. Die ist sick as fuck, Mann. Ich sleep sie mal für dich ein. Ich sleep sie direkt mal weg. Ich sleep sie für dich mal ein. Ich weiß nicht, ob du die spielen wirst, aber selbst wenn nicht, dann haben wir schon mal, ich glaube, den besten Polfass. Oh! Warum bist du überhaupt Spiders? Du bist ja richtig gierig. Ich bin gierig, ja. Oh, Voltilam. Guck mal, wenn ich jetzt noch Wati dazu kriege. Ja, ja. Wär nicht schlecht. Cesurio. Du kannst auch mal gucken, Alter. Oh, noch eins. Ja, also. Falls ich es brauche. Wackel. Wipitis, okay. Das gibt's in dem Set? Es gibt ja viele Pokémon in dem Set, ja. Okay. Schlick da Artware. Der ist schon cool. Das kann doch im Drehschluss werden. Okay. Kann gut kommen. Ja, kann gut kommen. Und Lamus. Das ist halt das Ding halt. Also du musst halt tatsächlich für die Entwicklung oder für die E-Access musst du halt auch oftmals die Entwicklung ziehen, außer du hast halt Mirai-Don oder Kora-Don. Ja, kann man die zusammen entwickeln? Ne, ne, aber Mirai-Don und Kora-Don brauchen ja keine Entwicklung. Achso, ja. Aber die anderen brauchen halt oftmals eine Entwicklung, das ist das Ding. Aber bis her, Alter, ey, du hast einen guten Puls bisher, ey. So, jetzt spoiler ich mich nicht. So. Perfekt. Oh, Rot haben, ne? Könnte für die Elektro auch gut. Eine E-Times-Karte aus dem Ablagestart. Hab ich eine E-Times-Nestbälle. Kann gut stallen. Schanera. Ja. Uh. Nochmal eine. Das ist gut. Alter. Sonderung ist sehr gut. Ein Vermiebs. Na, wie geil ist das denn? Brauchst ganz viele. Okay, Vermiebs-Counter. Uh. Das ist okay. Ja, Totalitätsband. Nicht bad. Ein Riff-Tax. Nochmal ein Elektro-Alter, ey. Ja, aber ich brauche einen Toxel. Ja, du hast ja noch sechs Booster. Das sollte hier drin sein. Ja, okay. Auf Kano. Das ist ein alt. Links. Eine Reverse. Jetzt hast du noch eine Reverse. Ist dir schon aufgefallen, dass du zwei Reverse im Booster hast? Nein. Sehr wohl. Normal. Kann man auch immer spielen. Eine Karte sich aus einem oder einer vorbeamten. Oh, das ist mega. Ich würde sehr wohl spielen, glaube ich, Alter. Auf jeden Fall. Der macht, der macht auch immer sehr gut. Der supportet gut. Rein geht's hier. Kommt schon. Tentak... Oh, hatte ich nicht schon die Entwicklung? Ich glaube, das ist mehrmals Tentak. Noch ein Rotom. Alter, das ist stark. Kann ich mir die Items alle raussuchen? Noch ein Charnera. Noch ein Sonderwongwong. Ein Stück bisher. Das ist ultra gut. Ein Feldiospaar. Ich wusste bis heute nicht, dass er so heißt. What? Der kann einfach ein anderes Pokémon in den Active ziehen. Aber dafür macht er auch keinen Schaden halt, ne? Ja, okay. Aber doch, 30. Oh, ein Meditier. Ein Reverse. Ein Vibidius in Reverse. Und Mopex in 4. Und noch eine. Guck mal, die brauche ich vielleicht. Energie haben wir genug. Falls ich doch noch Kampf mit reinnehme. So, ich... Uh, Knattertalks. Das heißt, du hast jetzt Stahl und Elektro als Signature bisher. Ich muss mal gucken, ob der halt worth it ist, ne? Vielleicht in Kombination. Die Fähigkeit ist halt cool. Oh, du hast Wasser. Wasser... Okay. Wasser, Stahl, Pflanze? Wir, du kommst. Vielleicht eine Stahl für ihn halt, ne? Ja, ja. Den haben wir schon mal aus dem Booster gekriegt. Genau. Mehr Purmel. Also, falls ich komme... Ich kann einfach komplett auf Pflanze gehen. Ja. Einfach nur Purmel und alle nehmen... Uh, ein Heraschai. Heraschai. Ja, wie will. Und habe ich auch schon 8 oder so gefühlt. Gut, das ist Knattertalks dafür. Und nochmal in Normal. Ein guter Draw Supporter noch. Hyperball. Das ist ein sehr guter Alter. Hyperball ist sehr wichtig. Also, den zu haben ist, glaube ich, sehr gut. Uh. Uh, ne Forschung. Oh, ne Forschung ist sehr gut. Forschung ist ultra. Ein Tausch. Juck. Okay, Alter, was geht? Ein Pokéball lässt sich jedes Pokémon suchen, wenn du Kopf wirfst. Ja, gut, dann muss ich Kopf werfen. Das ist halt ein bisschen... Das ist wie so ein Obelmator, ne? Das ist tricky. Bisher sieht es nicht schlecht aus, würde ich sagen, in deinem Deck. Trainertipps. Und das sieht schon gut aus, vor allem mit dem, was ich in den anderen Boostern aufgemacht habe. Da kommt jetzt noch mehr dazu. Vor allem, es kommt jetzt noch was, genau. Auf damit. Schawupp. Uh, ein Karpador. Vielleicht siehst du die Eggs ja, das... Karpador. Es gibt Gara, das Eggs. Uh. Oh, ein Magnetilo. No, weiß ich nicht. Wenn ich eine Entwicklung kriege, vielleicht... Basic sind natürlich nicht so. Ja. Pokémonfänger könnte interessant sein. Kann er einen Pokémon switchen. Alter, wie gut. Kann... Oh, Nespa. Alter. Pachirisu. Dieses Pokémon kann nicht paralysiert werden. Okay. Kommt drauf an, gegen was ich spiele. Also... Musst du halt überlegen, was du am Ende spielen möchtest. Picknick Corp ist, glaube ich, in dem Format sehr huge. Heide 30 bei jedem Pokémon halt, ne? Das kann... Ach, deinem und die Dicks. Ja, okay. Dann vielleicht doch ne. Uh. Ne Mimi. Ne Mimi. Und dann ein Deck. Ja. Nicht schlecht. Ein Quacks in Reverse. Und uh. Oh mein Gott. Banetex. Alter. Jetzt muss ich nur ein Schuppet kriegen. Lies den bitte tief. Warte, die Fakten durch. Der Gegner kann während seines nächsten Zuges keine... Oh Gott, Item lock. Oh yeah. Und dann lest du den zweiten durch. Oh mein Gott. Du lockst ihn einfach für den Fall Züge und dann... Das kann komplett Ende sein, die Karte. Dann reißt er den einfach in den Abgroten. Alter, ey. Das ist eine sehr, sehr starke... Also ich bin mir nicht sicher. Soll ich gucken, ob du ein Schuppet hast? Ja. Ich hab noch drei Booster, wo ein Schuppet mit drin sein kann. Genau. Öffne einfach mal. Ich guck einfach mal hier so ein bisschen, ob eins drin ist. Du hast sogar die Weiterentwicklung. Oh, ich hab tatsächlich einen Tenterra. Na guck mal. Oh, ein Voltre. Ich sehe doch keinen Schuppet. Also ein weiteres Elektro-Pokémon, das ich spielen kann. Ein Sengu. Ein Glybunkel. Boah, drei Energie, wie witzig. Schaden ist halt schon hart. Okay, das ist auch gut. Ausrüstung hab ich auch ein paar. Also... Ein paar hat man immer, ja. Ja, wenn ich Schlaraffel irgendwie reinkriege. Noch ein Vivillon. Wie viel willst du, Alter? Noch ein Backel. Backel hab ich auch, aber ich hab noch keinen Hefel. Das ist ein bisschen doof. Uh, Heiteranir. Du hast Schanera bisher. Stimmt. Einmal, wenn du des Zuges kannst du die Fähigkeit einsetzen. Dann aktiv. Er holt sich von allen speziellen Zuschauern. Okay. Verstiebe alle Energie von diesem Pokémon auf ein Pokémon auf der Bank. Das ist sehr gut. Für 150. Alter. Das ist stark. Das ist mega gut. Das kann was. Und? Uh. Uli Tena. Ja, warum nicht? Ich mein, ich hab noch keinen Oliviono. Äh, ne. Olivin, doch Olivino. Schwierig. Hätten die auch noch nicht alle. Von daher, kein Stress hier. Aber bisher sieht dein Core ganz gut aus. Du musst bloß ein Shoplet kriegen halt. Wenn ich das Banette noch spielen kann, dann wär's einfach komplett broken. Das wär mega broken einfach. Es sind Hunde, es sind fast Hunde. Oh mein Gott. Okay. Ich kann's einfach spielen, wenn ich möchte. Schmetterhammer. Ja, komm gut. Eine Energie von einem Pokémon. Okay, einfach mal Energie weg. Why not? Aber ist alles sehr gamblig halt in dem Zeitpunkt noch. Ja, ein Voltrill in Reverse. Sehr nice. Ein Magnetilo. Hatte ich nicht einen Magneton oder irgendwas? Ne, einen Magnetilo hattest du schon. Ach, das war das. Stimmt, das war das. Oh mein Gott. Crimanso. Blieb ich auf wenige Suggs, kannst du eine Feuerenergie von einem Pokémon auf der der Bank auf dein aktives Pokémon verschieben. Du brauchst halt bloß das Knallwohn. Ja, natürlich brauch ich bloß. Und ja, es ist halt die Frage, ob es das Worth ist. Ja. Muss man noch gucken. Ah, sieht doch bisher okay aus. Oh nein, ein Luster für Schuppet. Komm schon. Das kann doch nicht so selten sein, das Schuppet. Es muss nur drin sein. Die Möglichkeit sollte... Ah. Psycho-Pokémon auf seinen Kelia. Noch ein Tausch. Ey, das ist Bro. Sehr gut. Ein Krokel. Wie süß der da sitzt. Ich mag den voll. Ja. Aber ein Tropius. Okay, sehr gut. Ja, sehr gut. 60 Heilen, 50, 100 KP Basic. Ist doch mega. Ja, stabil. Der hat auch noch einen Rückzug. Ja, warum nicht? Kurthel spiele ich wahrscheinlich nicht. Ein Jalapeno. Kann gut kommen. Ein Fragruns, ja. Ein Ferkuli habe ich leider auch nicht. Ein Lamus, das habe ich, glaube ich, auch schon. Lamus hattest du, ja. Ja, ein Lamus war es. Oh, geil, noch eins. Ein Ressladiro, was kannst du denn? Okay, der macht einfach zwei Schadensmarken, wenn ich ihn spiele. Ja, kann man vielleicht was mit Kombon oder sowas. Ja, gut. Gibt da leider kein Netz mehr. Leider nicht, nee. Aber ja, das war dein Krokelster und dein... Kein Schuppet. Schade, muss ich ohne. Oder ich habe es übersehen. Kann auch sein. Nee, ich glaube, wir hätten es... Save. Bin ich gespannt. Da sind wir auch schon jetzt hier wieder auf der Couch. Hi, Lukas. Hi. Wie geht es dir? Mir geht es super. Ich habe mega Bock auf heute. Ich bin gespannt. Ich will spielen. Das ist doch schön, Alter. Ich habe gesehen, du hast ein paar schöne Karten gezogen. Ich war ja dabei halt. Und was sagst du? War es gut oder war nicht so gut? Es war alles sehr gut. Ich habe versucht, irgendwie ganz viele Sachen noch mit reinzubauen. Aber am Ende ist es doch tatsächlich darauf hinausgelaufen, dass ich drei Viviljonen drin habe. Und zwei Pamomao und die müssen es jetzt halt regeln. Halt ein paar Supporter noch mit rein. Aber von den coolen Sachen, ich habe überlegt, ob ich Pachirizo reinkriege. Aber dann habe ich halt nur höchstens drei Elektro-Pokémon, die noch auf der Bank sein dürfen. Das hat sich dann nicht gelohnt. Und auch irgendwie die anderen Sachen noch mit reinzunehmen. Jetzt ist es halt nichts Besonderes. Aber es sollte sehr solide und konsistent sein. Also ich bin gespannt. Glaube ich auch. Also du hast ja auch eine EX mit Barnett gezogen, aber leider nicht das Choupé gehabt. Und dann das Foucano für Rahim's Arcani EX. Das ist halt das Ding halt. Also jeder zieht hier die Karten wie jemand anders, was natürlich nichts bringt. Denn wir können nicht tauschen oder sowas. Wir müssen mit den Ressourcen arbeiten, die wir halt ziehen. Und das ist all about the Pre-Release halt. Du kämpfst mit denselben Sachen wie andere. Und jeder hat sozusagen eigentlich dieselbe Chance halt. Man muss ein bisschen Glück haben mit dem Deck und mit den Boostern. Aber selbst ohne EX, der gute Norio hatte eine, kann er natürlich einen Vorteil haben. Wissen wir nicht. Wenn du jetzt mit Elektro spielst, er hat aber, wie heißt der, Boden. Müssen wir sehen, sag ich mal. Müssen wir sehen. Aber trotz dessen, sehr solid würde ich an der Stelle sagen, wie du sagtest, Pamu Mamu kann sehr stark sein. 230 Abzug ist halt ein Double Stager. Kann aber sehr viel Work machen. Glaubst du, du hast gute Chancen bisher, wenn du die anderen Decks die anguckst? Ich weiß es nicht, ob es gute Chancen sind. Ich hoffe einfach, dass ich durch die Konsistenz irgendwie in jedem Spiel ein bisschen mitspielen kann, wenigstens. Und dann, wenn die anderen irgendwie strugglen, weil sie versucht haben, über Spezielles zu gehen, da dann irgendwie zu schaffen, das zu drehen. Oder mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Man ist ja alles ein bisschen anders als mit Standarddecks, wo man halt dann irgendwie es die ganze Zeit spielt und weiß, was es macht. Es ist ein bisschen, man weiß nicht, was einen erwartet. Man weiß nicht, was einen erwartet. Ich glaube, das trifft es ganz gut tatsächlich an der Stelle. Du bist nicht ein unbeschriebenes Blatt. Du weißt, wie das Pokémon TCG funktioniert. Warst doch schon auf dem einen oder anderen Event halt. Auch damals als Kind halt auch, als junger Jugendlicher. Also von daher seit der ersten Stunde schon irgendwie. Aber... Habe ich acht Jahre Pause gemacht oder so? Das lassen wir jetzt mal aus dem Vorhalt. Also, da haben wir der ersten Stunde schon dabei. Aber uns fehlt noch ein Deck. Und das ist tatsächlich meins. Und ich habe jetzt noch acht Booster als auch zwei Decks, die wir uns angucken werden. Und ob da jetzt was dabei ist, um eventuell hier heute vielleicht den Pokal sogar hier stehen zu lassen. Das sehen wir wohl hoffentlich jetzt. Nun fehlen nur noch meine Kids und ich schaue mal, was ich ziehe. Und mit welchem Deck ich spiele. Ich weiß gar nicht, was für ein Deck ich gerne haben wollen würde. Aber wir schauen mal rein. Wir haben hier... Okay, okay. Die Bude bei Londa. Ist okay. Okay, ich bin nur sehr gespannt, mit was für einem Deck es gepaart wird. Okay, wir haben hier ganz viel Wasserenergie. Die neuen Energien halt auch. Sehen so ein bisschen fakey aus. Aber... Oh, wir haben Pflanze hier drin als zusätzliche. Wir haben Quacks. Wir haben Pormel. Okay, Puponcho. Wir haben Vivilon als auch Bailonda hier. Wähler bei Kopf einen spezialen Zustand. Das aktive Perukenmann eines Gegners ist jetzt von diesem spezialen Zustand betroffen. Interessant. Also, man kann paralysieren, vergiften oder einschläfern. Interesting, muss man sagen. Wir haben ein paar Supporter hier mit Knirps als auch Gym. Vielleicht haben wir noch ein paar gute Supporter hier. Forschung des Professors. Hyperball haben wir. Knirrfisch. Pokeball. Das werden die Karten sein, die uns so helfen werden. Nestball. Da sind schon einige gute Karten da, die uns auf jeden Fall helfen werden. Nun haben wir die Booster Packs hier. Wir haben alle Artworks einmal. Es ist definitiv ein anderes Material, was wir hier haben. Und wir haben auch jetzt hier natürlich ein paar andere Kartentypen. Aber wie ihr vielleicht schon mal im Opening gesehen habt. Pokémon-Fänger haben wir. Kann interessant sein zum Switchen. Ist ja ein Befehl vom Boss. Bloß mit ein bisschen Glück. Scampisto. Olivino. Olivino. Könnte alles spielbar sein. Nestball. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Patscherizo haben wir hier. Ein Picknick-Hop. Oh. Fluente. Wir haben ein Pokéball als Reverse. Die zweite Reverse. Und wir haben ein Klibbel. Ja, Klibbel. Weiß ich nicht. Pokémon ist jetzt verwirrt. Könnte auch vielleicht interessant sein. Ist sehr, sehr off-cut. Die Palea-Starter haben wir hier. Also wir haben bisher Nestball gezogen. Über den bin ich sehr, sehr happy. Ich brauche gar keine großartigen... Also krasse EXs. Das wäre natürlich mega. Garnowel haben wir. Hundemon. Rabigato. 170 hätte er. Und 180 Abzug. Wir müssen bloß irgendwie machen können. Flaminkno. Vostelka. Knilz als Reverse. Knuttox. Ist auch ein Priolis. Und wir haben ein Skellokrok. Ich sage skelle Deutsch. Aber die Reverse fühlen sich ja auch komisch an halt, ey. Alter. Wenn wir den irgendwie machen können, wäre geil halt, ne? Aber weiß ich nicht. Der hat auch Schwäche Wasser. Man muss halt auf die Schwächen auch aufpassen, ne? Also die Gegner. Die können natürlich das auch ein bisschen punishen, sage ich mal. Aber wir haben ja noch ein bisschen was. Gladiantri haben wir. Schmetterhammer. Sehr, sehr gut. Legt Energie vom Gegner weg. Also. Ich bin hier auf alles gefasst, sage ich euch. Jede Itemkarte könnte wichtig sein hier. Strandplatz. Sehr gut für Rückzugskosten. Wir haben ein Mustfisto. Ein Picknickkorb. Und ein Choraidon haben wir diesmal. Lege drei Energiekarten von diesem Pokémon auf den Ablagestapel. 190. Wenn wir das Choraidon EX ziehen, wäre das sehr stark. Aber bisher haben wir noch kein EX. Rein geht's hier. Wir haben Hefel, wir haben Pummel, wir haben Drifloon, Fillory, Boylenheim. Alter, jede Ausrüstungskarte könnte auch interessant sein. Mimi haben wir. Sehr gut für Recovery. Drei Karten ziehen, fünf Karten wieder ins Deck rein. Sehr, sehr gut. Wir haben Sango als Normalkarte. Und Forschung des Professors. Je mehr, desto besser. Also über den bin ich sehr, sehr froh. Zweites Kit. Wir schauen mal, ob wir eine EX-Karte bekommen oder nicht. Erstmal das wichtige Deck. Es ist Knattox. Wir haben ein Knattox mehr gezogen. Das heißt, das ist schon mal nicht schlecht. Du musst eine Energiekarte aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel legen, um die Fähigkeit einzusetzen. Einmal während deines Zuges kannst du so lange Karten ziehen, bis du sechs Karten auf der Hand hast. Hat ein bisschen was vom Genesekt. Interessant. Knattox. Knattox. Alter, stimmt, Alter. Da ist noch ein A mehr. Knattox. Ey, ich sag dir, ey. Also bei dem Pokémon bin ich auch absolut nicht drin über dem Namen. Da muss erstmal einiges passieren. Die Qualität hier, seht ihr das? Business Scuff, muss man sagen. Elektro haben wir dabei. Okay. Also wir haben Elektro als auch Stahl hier drin. Komm schon, jetzt noch ein paar gute Pokémon eventuell. Vielleicht Miraiadon. Wasser. Wasser, Elektro. Okay, was haben wir? Wir haben Pamo. Wir haben Nigiri. Wir haben Pamamo. Wir haben Pamamamamo. Wir haben auch Heereshai. Wir haben Sonderbonbon. Ja, Knattox. Ne, Melia als Supporter für drei ziehen ist es, glaube ich, oder? Ja, drei kann ziehen. Hyperbälle haben wir. Wir haben wieder den Knirps. Wir haben Nespel. Wir haben Tausch sogar diesmal. Also das sind schon einige coole, spielstarke Karten halt. Also über Pamo, Mamo. Alter, der Name, ey. Freue ich mich sehr. 230 Schaden, der knockt halt alles weg. Selbst in der EX halt, ne? Also das ist wirklich sehr, sehr stark. Aber wir müssen erstmal den EX ziehen, damit wir auch den EX weghauen können, falls wir den Jungen nicht im Deck spielen sollten. Wäre halt wichtig, tatsächlich da so ein bisschen eine andere Möglichkeit zu haben. Wir haben Rotom. Adressbuch für Supporter wieder ins Deck. Sehr gut. Wir haben einen Toxel. Wir haben einen Vati. Okay. Also Vati. Vielleicht mit Mirai-Don. Wäre sehr geil. Hytera. Wir haben einen Mob-Tipp. Wir haben einen Pache-Reso hier am Start. Eine schöne, schöne Illustration-Rare. Und wir haben Arcani in Vollart. Alter. Wir brauchen Vokano, aber den habe ich noch nicht. Den kann ich gar nicht spielen eventuell. Wie bei mir. Ja, ja, ja. Ne? Das wäre, das wäre, das wäre sehr geil, Alter, wenn man den spielen kann. Ist 250 Schaden, wie ich schon gesagt habe. Ist mega stark und wir haben eine potenzielle EX. Wir brauchen bloß, Alter, zwei Codes sind hier auch immer drin. Da wusste ich auch nicht. Sehr, sehr geil. Alter, der glänzt halt auch extrem gut, ne? Damit haben wir schon mal unsere erste EX. Gucken, ob wir eine zweite noch bekommen, ey. Alter. Von der Fullart EX. Das ist schon sehr, sehr saftig, sage ich dir. Rein geht's hier. Wir haben nochmal hier einen guten Knatt. Das ist Knattox, nämlich. Knatt, Knack, Knack, wie heißt er denn? Knattox und Knattertox. Knattertox, Alter, ey. Ja, komm mal auf die Namen gleich, ich sag's euch. Cosima haben wir. Nimm einen Bass-Poken und mit allen angelegten Karten auf seine Hand zurück. Könnte sehr, sehr gut werden, wenn ein Pokémon sehr viel Schadensmarken hat, halt, ne? Meditalis. Wir haben nochmal ein Fuendente. Die Namen, ich komme immer nicht so oft klar auf die ganzen Namen. Driftflun haben wir hier. Resladero, auch eine Plyulis-Karte hier. Ist eventuell eine Möglichkeit, die wir in Betracht ziehen könnten. Wir haben auch zwei Booster. Und wir hoffen natürlich, dass wir hier potenziell nochmal was ziehen. Wir haben nochmal einen Schmetterhammer. Sehr, sehr gut. Und es glitzert, glaube ich, an der Seite, Minion. Könnte was werden. Wir haben ein Nigi-Ragi. Kurtl. Mirai-Don. Wir haben Mirai-Don, also auch Korai-Don. Und wir haben Cosima, ein Alt-Art. Mega stark. Bringt mir jetzt nicht so viel. Aber eine Alt-Art? Die nehme ich definitiv, Alter. Cosima, Alt-Art. Oh, nochmal eine Forschung. Alter, ich geh mit viel Forschung rein. Das ist ein ultra guter Draw-Support. Nimm eins deiner Basis-Pokémon mit allen angelegten Karten wieder in die Hand zurück. Und ich sag's euch, diese Art wirken, ne? Boah. So care. Also eine EX als auch jetzt eine Trainer-Alt-Art ist sehr gut halt. Vor allem, ich kann die Trainer-Arke nochmal benutzen. Letztes Booster. Also, ich glaube, ich kann mich nicht beschweren bei meinem Opening bisher. Sehr, sehr gut. Nochmal ein Pokémon-Fänger. Wir haben sehr viel Disruption. Wir müssen natürlich auch ein bisschen Glück haben. EP-Teiler nochmal hier als potenzielle Ausrüstungskarte. Mop-Hex. Trank haben wir. Traumato und nochmal ein He-Res-Hei. Ich bin, glaube ich, sehr zufrieden. Da sollten wir jetzt, glaube ich, wieder sein. Kann das sein? Ja, wir sind wieder am Start. Ich hab ja gedacht, meine goldene Kampfenergie wäre geil. Und dann sehe ich jetzt, was du da alles rausgezogen hast. Das ist ja frech. Du warst ja nicht dabei. Ja, mein Pech hat nicht abgefärbt. Nö, würde ich nicht sagen. Also, wir haben jetzt alle Sachen gesehen. Und ich muss mal ganz frech sagen, ich finde, ich hab okay gezogen. Du hast okay gezogen. Ich hab eine Frage gekriegt. Spielst du Knattertalks oder nicht? Ob ich Knattertalks spiele? Ja. Hast du es drin als Draw noch, um es ein bisschen reinzuretten? Oder hast du es rausgelassen, weil es ist dir nicht worth? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Engine nicht so gut. Okay. Ich habe sehr viel Draw-Support durch Supporter halt. Also, wenn du gesehen hast, ich habe viermal Forschung des Professors. Okay, dann brauchst du es nicht. Doppel-Ultraball, ich habe drei Nest-Bälle, ich habe zwei Poké-Bälle. Ich habe an sich, glaube ich, auch zwei oder drei Mal eine Milia. Ich brauche den eigentlich nicht, dachte ich mir. Ich brauche sie. Ich brauche den eigentlich nicht, sage ich mal. Aber Pachirizo Illustration Rare. Habe ich drüber nachgedacht zu spielen, weil ich ja auch so eine kleine Pamomano... Ist halt kein Schlick da. Kommt mal durch die ganzen Sachen durch, ey. Das ist echt schwer, die Namen. Ähm, ne, aber bei Londa, aka Quavel, ist ganz gut, würde ich an der Stelle sagen, spiele ich auch tatsächlich in meinem Deck. Also, ich habe das Deck ja hier und es ist auch final. Hier steht sogar mein Name drauf. Ja. Ich habe noch drauf geschrieben. Also, ich habe tatsächlich Wasser als auch Pflanze. Also, die Vivilon-Engine finde ich sehr gut. Ich auch. Ich bin da Fan von. Vor allem bin du einfach Turn 2 einfach, zack, für 50 und eventuell einen Status mit rein angreifst. Das ist schon krass. Du kannst ja First Turn anfangen und dann kannst du ihn ja sofort entwickeln, durch seine Fähigkeit. Das ist extrem gut halt. Ähm, ich kann einen kleinen Spoiler schon mal raushauen. Die Full Art Arcani kann ich leider nicht spielen. Ah, hattest du auch kein Fulcano? Ich hatte leider kein Fulcano halt. Ultra schöne Karte. Mega. Also, der Present, der das Ganze, der war hinter der Kamera ja nebenbei. Der hat mich ja ein paar Mal berichtigt sogar. Da kamen schon die gierigen Blicke beim Augenlachen. Der hat schon so ein bisschen gierig geschaut, muss man sagen. Glaub ich. Posima an Altert. Ich habe bisher die normale Karte. Ich habe bisher die normale Karte nur drin. Ich habe die Altert rausgelassen. Weil ich finde, Doppel-Kosima ein bisschen sehr viel. Deswegen habe ich bisher nur die eine und let's be real, guys. Man muss nicht immer mit den Altert spielen. Man muss nicht immer machen. Aber ist schon schick. Eventuell, wenn ich das Finale erreiche, spiele ich mit der Altert, sage ich euch. Hallo, hier wird nichts ausgetauscht. Das Ding ist fein, denn auch die Artworks. Das wäre ein Ding halt. Aber nee, ansonsten bin ich sehr zufrieden mit meinem Core. Ich bin, also ich muss ja sagen, also ich finde das, was ich gezogen habe, sehr, sehr gut. Ja. Aber... Zu den Boostern noch gute Sachen rausgezogen, die es halt gut unterstützen. Safe, safe. Wie gesagt, zwei, wenn es den Decks gab, zwei Forschungen, zwei in den Boostern gezogen. Das ist schon tatsächlich sehr lucky gewesen halt. Ob ich das Ganze halt auch nutzen kann, das ist die andere Sache in dem Sinne halt. Also man muss die auch ziehen, die dürfen nicht gepriced sein. Aber vier Stück, da muss ja mindestens eine irgendwann mal kommen. Es sollte was möglich sein. Ich habe eine kleine Taktik mir überlegt, die hauptsächlich funktionieren kann mit den Forschungen halt. Aber dazu werde ich kommen, wenn wir halt spielen. Hat es was mit Sushi Fishing zu tun? Es kann was mit Sushi Fishing aka Nigeragi zu tun haben. Aber ich würde sagen, wir haben zwei reizende Gäste, den guten Norio als auch die gute Jen, die für den guten Reim eingesprungen ist. Genau. Und die sitzen dort schon und werden gleich tatsächlich anfangen, hier das erste Match zu starten. Wer anfängt. Genau, die beiden würfeln einfach schon mal, wer anfängt. Wir haben ja auch mehrere Kameras für die hier installiert, damit ihr auch schön sehen könnt, was die beiden machen. Damit die Frage nicht so oft gestellt wird. Jen hat eine Maske auf, weil die sich nicht ganz so wohl fühlt vor der Kamera. Deswegen habt ihr ein bisschen Mitgefühl, beziehungsweise, wie nennt man das? Geduld? Ne, wie nennt man das? Seid lieb zu ihr. Seid lieb zu Jen, wie gesagt. Das ist das allererste Mal, dass sie von der Kamera ist. Die möchte sich da halt einfach auch ein bisschen Zeit lassen. Und ich glaube, das ist für euch vielleicht auch so, wenn ihr vor fast 2000 Leuten seid. Da wollt ihr auch vielleicht euch ein bisschen wohlfühlen. Aber ja, die beiden legen ihre Preiskarten hin, haben die Basis-Pokémon auch schon ready. Das heißt, kein Mulligan, wie es aussieht. Und es startet auch gleich schon mit dem Match, wie es aussieht. Und man muss doch ganz ehrlich sagen, schönes Layout, schöne Grafik haben wir hier. Das ist mir gegeben. Wir starten hier tatsächlich mit einem Mop-Hex und sehr wohl. Sehr wohl ist sehr wohl gut. Das ist tatsächlich ein sehr gutes Pokémon, denn mit einer Energie kannst du einfach angreifen und Pokémon auf die Bank entwickeln, meine ich glaube ich. Ja, genau. Ist ein bisschen unglücklich, dass Jen jetzt auch anfängt, weil wenn Nori angefangen hätte, hätte sie direkt in ihrem ersten Zug auch angreifen können als zweiter Spieler. Hätte dann direkt das Quacks zu Ballonda entwickeln können, wenn sie es... Nee, er ist die erste Form, oder? Nö, oder? Stimmt. Er ist die... Ente, Ente. Ja, okay. Aber sie hätte dann zum Beispiel die... Wie heißt die zweite Form von Quacks? Boah, Alter. Weiß ich jetzt auch noch nicht. Die andere Ente. Aber die hätte sie zuerst legen können und dann das Ballonda aus dem Deck suchen können. Genau, genau, genau. Sende sie direkt nach dem ersten Zug in der Stufe 2. Das wäre schon ordentlich. Safe, safe. Aber ja, wir sehen, der Nestball kam. Der Nestball hat Parmo gesearcht. Gute Karte, neu im Format. Quickball eigentlich jetzt in besser sozusagen für einige Decks, nicht für alle. Kommt drauf an, weil man kann nichts mehr abwerfen. Das war ja auch, was viele Decks eigentlich wollten und genutzt haben, um Sachen in den Ablagesstampel reinzukriegen. In dem Format jetzt wahrscheinlich eher auch nicht so wünschenswert gewesen. Von daher ist der Nestball hier, glaube ich, besser. Auf jeden Fall. Und du kannst das Pokémon... Das Pokémon kommt direkt auf die Bank und nicht auf die Hand, um vielleicht Fähigkeiten zu triggern. Genau. Wir sehen hier gerade einen ersten Supporter bei dem guten Norio. Und zwar der Knirps. Sagt, alle Karten wieder ins Deck und fünf Karten neu ziehen. Kann gut kommen. Alter, sogar hier sehr, 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 sehr schönes Mischen hier an dem Start. Muss man auch mal sagen. Ich hatte den ganzen Tag üblich, war dabei. Das glaube ich auch halt. Also wie gesagt, nochmal Bombenrespekt hier auch an das ganze Team. Das hier dabei ist, auch mit den ganzen Grafiken, Layout und alles hier. Also wie gesagt, Paul, ganz viel Liebe. Also an alle Leute, die auch mitmachen. Ohne die wäre das alles hier nicht möglich gewesen, wie wir das hier haben. Hier wird sogar abgehoben. Hier wird nochmal gemischt. Ja, auch in diesem Respekt an Oro jetzt schon. Ich glaube, hat der überhaupt schon mal Pokémon gespielt gehabt? Das ist das allererste Mal halt. Also er hat gesagt in der Kindheit ein bisschen, oh, ein Sonderbonbon. Okay. Ich sehe da halt auch, ah, bei Londa auch schon. Ja, aber zwei bei Londa. Kein Quacks leider. Kein Quacks, nee. Oh, er spielt verdeckte Verteidigungsmodus. Die muss er auf ihn hinlegen. Jen hat's direkt gesehen. Genau, genau. Also wir sind hier nicht bei Yu-Gi-Oh. Ja. Aber ich glaube, er greift an. Kann das sein? Er hat die Spritztour gefahren mit Nofax, zieht zwei Karten und da ist ein Quacks direkt drauf. Das heißt, nächste Runde kann er das Quacks spielen und direkt mit dem Sonderbonbon entwickeln. Hat er bei Lando direkt. Das ist sehr gut halt tatsächlich. Also er kann tatsächlich gut was machen. Jen jetzt hier auf jeden Fall mit einem, oh, mit einem Gym kann sich zwei Entwicklungspokémon suchen und kann Quacks als auch Parmo entwickeln sofort. Sehr, sehr stark halt. Also ich glaube, Jen ist sehr gierig auf das Booster. Sie nimmt Fahrt auf, sie nimmt Fahrt auf. Das ist tatsächlich nicht schlecht hier. Mit Servul kann sie dann am Ende sogar das Quacks... Nächste direkt auf die Stufe 2 Parmo. Genau. Sie kann sogar gleich in Stufe 2 fertig machen. Kann sich überlegen, ob sie Parmamo oder Bailando nehmen möchte. Äh, Parmo-Mamo oder Bailando. Bailonda, nicht Bailando. Das war Lied, Amigos, adios. Aber nicht schlecht auf jeden Fall. Knirrfisch auch jetzt dabei, um Energien halt auf Pokémon zu kriegen. Wenn sie alles richtig machen sollte, kann sie im nächsten Zug mit Servul, glaube ich, zurückgehen, Knirrfisch nach vorne machen, mit Knirrfisch halt Energien anlegen oder sogar mit Bailonda kannst du ja auch eine Energie aus der Hand immer an Pokémon anlegen. Zusätzlich. Das ist die Frage, wie viel Energie sie auf der Hand hat. Und ich glaube, angelegt hat sie jetzt keine? Angelegt hat sie keine, glaube ich. Nein, sie hat bisher nur eine und das ist ja ein Servul. Da müsste sie gucken, ob sie irgendwie noch mehr Karten zieht, damit sie da eine Energie auf der Hand rankommt. Mhm. Im Gegensatz zum guten Oreo. Der hat eine Energie, einen Sonderbombo ebenfalls. Er kann mit dem Sonderbombo aber gerade nichts machen. Er muss halt warten, bis das Quacks einen Ton mindestens gelegen hat. Genau. Das ist das Problem gerade. Er kann eine Energie legen. Ja, er hat Koraydon jetzt auch unten hingelegt. Ja, aber ich glaube, er hat schon die Spritze gespielt. Also das muss leider auf die nächste Runde warten. Sehr, sehr intense Game bisher. Ist noch nicht so viel passiert. Noch kein wirklicher Angriff, Angriff. Emilia um drei Karten zu ziehen. Aber das ist halt das Limited-Format. Da hast du eben nicht, wie wenn man sich aus allen Karten, die gerade im Stande-Format sind, Decks bauen, die sofort ab Turn 1 richtig Gas geben. Hier hast du noch ein bisschen, ich nenne es mal, faires Gameplay, wo du wirklich Pokémon legst, pro Runde kannst du eins entwickeln. Oh, wir sehen Jens Handkarten noch gerade. Oh. Wir sehen da tatsächlich die Cosima, eine Mila, Nestball und die letzte Karte. Ah, die habe ich jetzt gerade nicht gesehen. War das ein Pamomamo oder ein Pammo? Kann möglich sein, aber es sind sehr viele Energiekarten im Deck noch. Also keine auf der Hand gerade. Ist ein bisschen an Fortschnitt, weil sie kann gerade auch nicht wirklich angreifen. Ist die Frage, wenn sie eine Wasserenergie hat, ob sie dann das sehr wohl zurückholt. Eine Sache, die sie aber machen kann. Sie kann mit Pamomamo halt Energien aus dem Deck anlegen. Das stimmt, da kannst du direkt vorbereiten. Das ist eine Möglichkeit, die sie machen kann. Das heißt, sie hat die Möglichkeit, einen Attacker zu set up. Es dauert ein bisschen, aber... Es muss auch nicht mal im aktiven Spot sein. Das heißt, sie kann es sicher auf der Bank machen. Hat da kein Risiko, dass es irgendwie schon angegriffen wird. Aber sie hat sie weiter keine Energie auf der Hand. Aber Pflegeprofi mit Servol in Kombination mit Pamomamo, wenn du keine Energien hast, ultra stark. Ja. Also wirklich. Mit Pflegeprofi holst du die Karten aus dem Deck. Liegt sie hin und sobald Pamomamo dann liegt, kann es sich selber die Energien aus dem Deck suchen. Ja. Okay, jetzt kommt der Sonnerbonbon. Jetzt kommt der Quaxplay. Da ist es. Ich glaube, er kann sogar mit dem angreifen, wenn er Mophex zurückziehen kann. Keine Rückzugsposten. Und das macht 140. Oh. Das ist extrem stark. Das sieht nicht gut aus für Servol. Die dritte Energie kommt dran. Damit ist der Hydrokick geset upt. Genau. Und Karneval der Energie ist ebenfalls geset upt. Das heißt, du kannst halt eine Energie aus deiner Hand anlegen. Hat er gemacht. Einmal die... Ich glaube, er hat einfach zwei Kampfenergien drangelegt. Eine so für seinen Zug, eine mit Karneval der Energie. Und ein Wasser war schon dran. Genau. Und das reicht für den Hydrokick. Ja. Es wird nochmal... Spielt dann nochmal den Jim. Okay, der Jim. Er kann nochmal ein paar Entwicklungen suchen, um sein Deck auszudünnen, um eventuell andere Karten zu ziehen. Das ist die Frage, auf was er geht. Was hat er überhaupt noch drin? Das ist eine gute Frage tatsächlich. Ja, sucht das ganze Deck. Wir können mal ein bisschen gucken. Da ist einmal die Stufe 1 der Quaxentwicklungsreihe. Und wahrscheinlich... Obwohl, das zweite... Hat er ja schon auf der Hand, wenn mich nicht alles täuscht. Da dürfte eigentlich nichts mehr drin sein. Eieiei, da ist keine Entwicklung mehr. Das ist leider ein Basis-Pokémon. Es ist nicht gepriced, das ist schon mal ganz gut. Da hat er nur eins gefunden. Oder? Nee, er nimmt noch das zweite. Er hat zwei Fuente, heißt das, glaube ich, ne? Ja. Zweimal Fuente. Wie gesagt, egal, alles was aus dem Deck ist, kann er nicht ziehen. Und es ist immer wichtig, wenn du einen Support hast, ihn zu spielen. Ja, auf jeden Fall. Du darfst nur einen pro Zug spielen. Und gerade darum sollte man das auch nutzen, weil Supporter eben durch diese Einschränkungen immer ein bisschen mächtiger sind, was den Effekt angeht, als irgendwie eine Item-Karte. Mhm. Und da kommt der Angriff und sehr wohl ist besiegt. Und die erste Preiskarte geht auf die Hand von Norio. Ein Pokéball. So sieht's aus. Jenny überlegt, wen sie nach vorne packt. Packt jetzt schon Pamomamo nach vorne, obwohl es noch nicht geset-upt ist. Na ja, sie kann eine Energie aus der Hand, eine mit Pamomamo suchen und sie könnte eine zweite aus der Hand mit ihrem Ballon da spielen. Also theoretisch machbar. Sie braucht allerdings zwei Energie auf der Hand dafür. Das ist das Ding halt, ja. Da kommt erstmal die Elektrogenese. Sucht sich die Elektroenergie aus dem Deck und darf sie direkt anlegen. Jetzt ist die Frage halt, ob sie genug Energien hat. Ich glaube, ich habe eine in der Hand auf jeden Fall gesehen. Ja, aber wenn sie es nicht hätte, dann hätte sie wahrscheinlich auch nicht Pamomamo nach vorne gelegt, oder? Ja, man kann auch sein, dass sie ein bisschen nervös war. Eine Energie sehe ich da. Sie hat ja auch noch mehrere Supporter. Mit Mimi kann sie sich jetzt das sehr wohl wieder ins Deck mischen und drei Karten ziehen. Und vielleicht schafft sie es dann darüber, noch weitere Energien zu ziehen, die sie dann an Pamomamo anlegen kann. Mhm. Genau, da guckt sie den Ablagestapel durch. Heißt es bis zu eine? Bis zu drei tatsächlich. Bis zu drei, okay. Bis zu fünf sogar. Und dann drei Karten ziehen, so rum. Stimmt, so war es ja. Bis zu fünf Pokémon aus dem Ablagestapel, auf jeden Fall. Guter Supporter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Karte nicht im Deck. Ich habe darüber nachgedacht, dachte mir aber, ich habe zu gutes Supporter. Aber ich habe das vielleicht nicht richtig gelesen. Das ist bis zu. Und dieses bis zu ist in dem Sinne wichtig. Denn einige denken vielleicht so, ja, man muss fünf Pokémon wieder ins Deck haben. Oder im Ablagestapel haben, um diese zu aktivieren. Und jetzt ist die Frage, hat sie eine Energie gezogen, um vielleicht, ich sehe leider, glaube ich, keine Energiezugewinnung? Aber was ist das? Oh. Holt sich die Energien wieder aus einer Ablagestapel, glaube ich, in die Hand? Ja, da ist die Elektroenergie und damit ist das Setup für Pamomamo durch. Und Pamomamo hittet, nicht nur für Weakness, sondern macht auch 230 Scham, was bei Londa so oder so weghaut. Das bei Londa ist mehr als doppelt besiegt. Da sind die Energien. Da kommt Karneval der Energie. Die Wasserenergie aus der Hand. Und der Norio weiß, oh, der guckt gar nicht begeistert. Er weiß genau, was jetzt kommt. Denn jetzt wird seine ganze Engine auf den Ablagestapel gelegt. Was nennt er, okay. Ja, Mopex, das war zu erwarten. Muss versuchen, wieder was zu setuppen. Und der Drawback von Pamomamo ist eben, dass alle Energien auf den Ablagestapel zurückkommen und man gucken muss, dass man es danach wieder setuppt. Das ist das Ding halt, ne? Hermin, du kannst halt immer aus dem Deck eine Energie holen. Du kannst mit dem guten Quackwavel bei Londa immer eine Energie von der Hand holen. Das heißt, zwei kannst du immer halt mindestens machen. Die muss man aber halt auch auf der Hand haben. Das ist das Ding. Du musst halt zwei Energien mindestens auf der Hand haben und eine im Deck. Dann funktioniert das ganz easy. Und dann gewinnst du halt auch ganz einfach. Da wirft er die Münze für den Pokéball und Schaftkopf kann sich ein Pokémon aus dem Deck suchen. Das wird wahrscheinlich ein Quacks sein. Er hat sich ja die Entwicklungsstufen vorher mit Jim aus dem Deck gesucht. Von daher fehlt ihm da tatsächlich noch die... Oh, oder er nimmt Corridor und Ex. Das ist natürlich die bessere Möglichkeit wahrscheinlich. Da ist es. Ja. Dino Ruf kann sich bis zu zwei Basiskampf-Indikanten aus dem Ablagestapel an Basiskampf-Pokémon anlegen. Die Frage ist... Ja, doch tatsächlich. Es waren ja zwei auf seinem... Ich habe wieder vergessen. Ich will wieder bei Lando sagen, aber das ist falsch. Zwei bei Londa. Bei Londa. Er hatte zwei Kampf-Indikanten auf seinem bei Londa. Ich glaube, es lag gerade ein bisschen. Also dementsprechend, wenn es gerade ein bisschen lag, keine technischen Probleme, Leute. Es wird alles geregelt halt. Also unsere Leute kümmern sich. Falls ihr es da reinschreibt, wir sehen das Ganze auch. Und auf unserem Bildschirm, das wäre natürlich das Beste. Okay, alles klar. Ja, alles klar. So, da kommt die Wasserenergie aus der Hand. Und jetzt kann er natürlich entweder einen Dino-Ruf benutzen oder den Angriff. Entscheidet sich für den Dino-Ruf, um die Energie an Corridor und Ex anzulegen. Aber damit endet natürlich leider auch sein Zug. Das ist das Ding halt. Also es ist eine starke Fähigkeit. Wie gesagt, wird im Format wahrscheinlich nicht meta-relevant sein, weil es halt zu langsam ist. Ja. Dino-Ruf klingt auf dem Papier gut. Aber wenn dein Zug beendet ist nach so einer Fähigkeit, kann es sein, dass der Gegner es halt schon punisht und das Pokémon, was du ready gemacht hast, gleich outnockt. Oder eben das Pokémon, wie in diesem Fall das Mopex, das noch im aktiven Slot sitzt, dann eben ohne irgendwie Schaden anzurichten oder in dem Fall mehr Karten zu ziehen, dann das Opfer des Setups wird. Das ist das Ding halt in dem Sinne. Klar kann Paumamo jetzt halt eventuell ins Setup machen. Wichtig ist halt bloß dann, das Corridor auch zu stoppen. Ja. Weil wenn das das jetzt ein paar Mal macht, dann können die Attacker so schnell ready sein und vielleicht kriegt Jen dann halt die jeweiligen Energie nicht an ihre Pokémon ran. Vielleicht kann sie die nicht ziehen oder ähnliches. Wir haben ja aber durch zwei Paumamo zwei Tätten pro Turn, was ganz gut ist. Aber im nächsten Zug kann das eine Paumamo tatsächlich halt auch schon Schnee vor und gestern sein. Jetzt ist die Frage, ob sie das Paumamo aus dem aktiven Slot zurückzieht und dafür ein anderes Pokémon nach vorne tut, um es zu opfern. Oder ob sie es irgendwie schafft, direkt schon wieder mit Paumamo anzugreifen, wenn sie zwei Dinge aufstand hat. Aber ich sehe da nur eine Elektroenergie, das heißt, irgendwie muss sie wieder Karten ziehen. Oh, legt tatsächlich eine zweite Energie an das Paumamo auf der Bank an. Das ist sehr interessant tatsächlich. Also sie stellt sich schon darauf ein, dass das vordere wahrscheinlich outgenockt wird. Ja. Sie geht nicht zurück, obwohl null Rückzugskosten sind. Die Frage ist, was liegt bei ihr ganz unten links? Knirrfisch. Knirrfisch. Hat Knirrfisch Rückzugskosten? Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das Ding ist aber halt, jedes Pokémon wird durch Choraidon genockoutet. Und Mopex hat keine Rückzugskosten. Das heißt, er kann ganz einfach mit Mopex zurück, Choraidon nach vorne. Choraidon braucht glaube ich auch nur drei Energien. Hat es. Das Ding ist allerdings, Norio weiß natürlich auch, dass Paumamo mit Elektrofoten 230 Schaden macht. Was, man möchte fast sagen, geplanterweise exakt die HP-Zahl von Choraidon X ist. Das heißt, er wird sich zweimal überlegen, jetzt Choraidon X nach vorne zu packen, um eins von den Paumamo zu besiegen. Weil er genau weiß, das zweite, was auf der Bank schon zwei Energien hat und mit Elektrogenese dann im nächsten Zug angreifen kann, wird direkt im Return Choraidon X ausnocken und das sind dann direkt zwei Preise. Dann ist Jen ganz schön ahead und dann brauchst du ja auch nur noch eins und dann war es das halt auch schon. Ja, also ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Choraidon geht auf jeden Fall nach vorne, Norio macht den Play. Die Frage ist jetzt, was er jetzt macht. Greift er jetzt an? Er hat auch noch einen Ultra, weil ich gerade sehe, in der Hand. Er greift einfach an. Okay. Dann, ja, wie erwartet, kommt das zweite Paumamo von der Bank nach vorne. Sie zieht sogar direkt die Elektroenergie. I mean, sie kann mit Paumamo so oder so das Setupen halt. Ja, wäre natürlich smarter, direkt die Energie aus dem Deck noch zu suchen. Macht sie auch. Sehr guter Zug hier. Hier die Energie aus der Hand. Die auf jeden Fall aufsparen in dem Sinne. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Hat sie noch eine Paumamo-Entwicklungsreihe im Deck oder kann sie die noch wieder reintun, um den nächsten Angriff zu schaffen? Ich glaube, sie spielt nur eine Mimi. Das ist das Ding halt. Dann ist die Frage, wie sie es schafft, dann den letzten Preis zu bekommen. Sie hat ja immer noch bei Londa auf der Bank. Das stimmt. Das heißt, sie hat immer noch einen Attacker, der 140 macht. Allerdings braucht sie damit die Energie wieder auf der Hand. Das ist das Ding halt. Aber sie hat ja noch eine Energie auf der Hand. Oh, da war sie ganz kurz davor, die vierte anzulegen. Da war schon jemand gierig, wollte ich an der Stelle sagen. Die würde ich einfach in der Hand lassen, glaube ich. Genau, man muss nicht drei Energien ablegen, sondern alle. Und das wäre auch die vierte, die für den Angriff nicht benutzt wird. Genau, und damit ist jetzt tatsächlich... Und die Energien liegen noch dran. Merken Sie es bestimmt. Die Energien müssen auf jeden Fall noch weg von Paumamo, weil sonst... ist das Ding etwas sehr stark. Müssen wir gleich mal an die Tür klopfen und sagen, Jen, Energie weg! Die Energien von Paumamo, also das ist halt... Ja, da hat es gemerkt. Da merkt sie es halt auch. Zack. Alles gar kein Problem hier. Wir wollen ja auch... Wir haben das im Blick. Wir haben das hier alles im Blick. Wir sind alles in Reichweite hier. Aber das sieht sehr gut aus für Jen gerade halt, ne? Das Ding ist halt, klar, Koraydon sehr, sehr stark, sehr gut zum Setupen. Aber durch Paumamo wird es auch sehr schnell gepanischt halt. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele kein Paumamo in meinem Deck. Oh. Ich werde es eventuell ein bisschen schwieriger haben gegen den guten Norio. Ja. Das wird knifflig. Aber, ähm... Was macht er jetzt? Okay, er geht... Ich glaube, er zieht einfach nur zwei Karten mit Mopax. Er geht tatsächlich einfach nur auf zwei Karten. Oh. Das ist jetzt natürlich dann... Oh, 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 oh. Jen kann den Sack zumachen jetzt. Ja. Sie braucht zwei Energien auf der Hand und die dritte kann sie sich suchen. Hat allerdings immer noch die eine Elektroenergie. Nespal, sie muss eigentlich nur, um wie viel HP hat Mopax? 110. 110 hat Mopax. Das heißt, also entweder, äh, Paumamo oder bei Londa reichen, um es zu besiegen. Allerdings muss sie eben auch beide Setupen. Ja, ja. Bei Londa wird schwierig. Paumamo, durch die Elektrogenese möglich. Dünnt jetzt mit dem Nespal das Deck ein bisschen aus und ich habe eine Menge Supporter auf der Hand gesehen. Vielleicht kann sie damit noch weitere Karten ziehen. Das ist die Frage jetzt halt, ne? Oh, sie hat einen Gym. Ein zweiter Gym. Wird dann wahrscheinlich versuchen, das dritte Paumamo noch aufs Fels zu kriegen. Kann möglich sein. Da ist es. Da ist das Paumamo... Wie heißt die zweite Form? Paumamo, Paumamo und Paumamo, wenn ich mich nicht vertue. Das klingt auf jeden Fall ganz richtig, würde ich an der Stelle sagen halt. Also sie könnte Paumamo... Das Ding ist halt, wie viel Elektrogen hat sie noch im Deck halt? Das ist eine sehr gute Frage. Also im besten Fall sind es mindestens neun. Oh, und dann mit dem Sonderbaum, darf sie das? Darf sie das? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, wenn sie es gerade gelegt hat. Sie hat das gerade erst gelegt. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Da wird die Karte nochmal gelesen. Sie muss mindestens einen Zug warten halt. Das ist das Ding. Hier, wie gesagt, alles keine Profis. Das sind alles neue Karten. Deswegen, alles kein Problem. Der gute Norio lacht auch. Alles ganz entspannt. Der Junge weiß, was auf ihn lauert durch den Surge halt eh. Dementsprechend alles entspannt. Aber ich meine, er sieht ein bisschen aus, als hat er sich schon mit dem Schicksal abgefunden. Aber so sicher, würde ich sagen, ist das noch nicht. Nee, nee, noch nicht wirklich halt. Ich wäre mir da noch nicht zu sicher. Erstmal muss Jen halt auch die Energien haben. Genau. Ist die Frage, ob es so sicher ist, Pamo Mamo jetzt noch vorne liegen zu lassen? Ich würde nicht alle Energien ranmachen. Ja. Oh, Jen geht aber High Risk. Okay. Jen geht High Risk. Kann gut kommen. Kann gut kommen. Es kann ja sein, dass dein Richterspiel oder ähnliches. Deine Handkarten landen wieder am Deck. Sie gibt ab. Und das ist das Ding. Das könnte Norios letzter Zug sein in dem ersten Match. Zwei Energien auf der Hand. Er entwickelt seinen Quacks. Okay, okay. Das Ding ist, was kann er machen? Er hat noch keinen Bailonder. Er hat noch keine Möglichkeit, Energien irgendwie anzulegen. Das Einzige, was er machen kann, nicht mal. MopX braucht drei Energien, um anzugreifen mit Tempo. Selbst dann sind es nur 100 und Pamo Mamo mit 130 KP würde den Angriff auf jeden Fall überleben. Das ist das Ding. Und Jen könnte jetzt hier, wenn der gute Norio abgibt, den Sack zumachen fürs Erste. Er hat noch einen Knirps. Hat er irgendwas im Deck, um das noch rumzureißen? Ich wüsste nicht, was er machen kann. Oh, er mischt den Knirps mit rein. Der Knirps muss leider auf den Ablagestapel, falls da mal einer kurz rüberrufen kann. Ist jetzt nicht schlimm. Ich glaube, das Match wird eh gleich vorbei sein. Aber... Ich bin, sonst hast du den Knirps halt unendlich mal. Dann brauchst du ihn nur einmal spielen. Obwohl, für viermal vielleicht, um ihn öfter zu ziehen. Das stimmt. Das wäre halt die Möglichkeit. Aber ich glaube, leider, der gute Norio, das ist jetzt nicht mehr... Ich weiß nicht, welche Karten im Set sind und welche er im Deck hat, aber... Mal gucken. Mindestens schwierig. Er muss auch hoffen, eventuell ist die letzte Energie vielleicht gepriced. Ja. Kann möglich sein. Weil sonst, Paumamu... Ich merke gerade, Elektro... Wie heißt das? Elektroessenz? Elektrogenese. Elektrogenese. Sehr, sehr broken halt. Ja, das stimmt. Also in Kombination mit Bylonda, sehr, sehr stark. Oh mein Gott, er zieht fünf Energiekarten. Oh mein Gott! Das hat er sich nicht so vorgestellt. Da lacht er sogar selbst. Ich glaube, das Match ist entschieden. Bei den Draws kann es im nächsten Spiel ja nur besser werden. Ei, 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 meine Freunde, was ist das denn? Und er gibt ab und ich glaube... Er gibt ab und macht sich nicht mal mehr die Mühe, mit einer Spritze noch zwei Karten zu ziehen. Und Jen braucht jetzt nur noch eigentlich... Ja. Jetzt kommt das Sonderbonbon, da wird das zweite Paumamu nochmal entwickelt. Jetzt brauchst du sie nur noch. Hat sie eine Energie in der Hand? Ja. Das ist jetzt die große Frage. Hat sie eine Energie im Deck? Wasserenergien, Wasserenergien, sehr viel Wasser ist, die Elektroenergie. Und da ist der Angriff und dann wird es das gewesen sein mit dem allerersten... Elektrofonangriff, da kommen die fünf Energien und... Ei, 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 meine Freunde. Da lacht Jen und nicht umsonst. Sehr stark hier, sehr stark. Da ist der Fistbump und es geht rein in das nächste. Best of Three wird hier nämlich gespielt. Einzelnen Führung. Das ist noch gar nichts halt. Nee, kann noch genauso gut in die andere Richtung gehen. Dann, ähm, was denkst du vom ersten Spiel? Irgendwelche Ideen, was hätte anders oder besser laufen können? Boah, ich weiß es nicht, ob es besser oder schlecht laufen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, Jen hat sehr, sehr smart gespielt. Auf jeden Fall. Hat ihre Engine mit Bailonda, mit dem Paumamu sehr schnell ready. Ja. Und konnte so einfach die Energien schnell in ihre Pokémon detachen. Das war das Ding. Stellenweise ein bisschen riskant, die Paumamu-Mamos, mit denen sie angreifen, wollte vorne zu lassen. Allerdings einmal hat sie es auch sehr smart gemacht, das Paumamu mit einer Energie im aktiven Slot zu lassen und die zweite Energie anders auf der Bank anzulegen. Ja. Ähm, bei Norio würde ich tatsächlich, ähm, wenn ich ihm einen Tipp geben könnte, an seiner Stelle, ähm, hatte er im Spiel einmal Koraydon X und das Standard-Koraydon liegen. Ähm, die Energien mit der Fähigkeit von Koraydon X an das normale Koraydon anzulegen, um damit nur einen Preis abzugeben, wenn es, äh, von Paumamu im nächsten Zug außer Gefecht gesetzt wird und zu versuchen, mit dem Koraydon X, äh, quasi die letzten Preisbooster zu holen. Das Koraydon muss so lange wie möglich auf dem Feld sein. Genau. Man muss es nicht Hyper-Offense benutzen, sondern als Supporter eher, wie du meinst halt. Es muss nicht unbedingt die tragende Kraft sein, die die Attacks macht, sondern kann eher auch die Support-Rolle sein, die die anderen Pokémon ready macht. Genau. Und ich glaube, das ist etwas, woran er wachsen kann, wachsen muss. Auf jeden Fall. Ich meine, der spielt zum ersten Mal so richtig jetzt gerade Pokémon, dafür macht er es schon auf jeden Fall super. Safe. Also, Leute, man muss mal ganz ehrlich sagen, hier großen Applaus erstmal für unsere beiden Kontrahenten hier. Ja. Sind beide jetzt, Jen jetzt nicht unbeschriebenes Platz, sie spielt sehr viel halt, ähm, wenn ich halt Playtest oder ähnliches, auch jetzt für die Utrecht Regional, wo ich war, wo sie auch dabei war, ähm, da haben wir auch sehr viel geplaytestet halt. Sie hat auch mehrere Meta-Dicks halt mal gespielt, sie weiß, wie das Spiel funktioniert, natürlich passieren mal ein paar Missplays oder ähnliches, ist ja gar kein Ding, das passiert mir auch. Ich bin sehr gespannt, wie ich mich da gleich erstmal gebe, weil ich weiß, dass hier ein paar Leute zuschauen halt, das kommt ja auch noch dazu. Und wir sehen den Start, Quacks gegen Parmo. Beide mit der Basisform ihrer, äh, Haupt, wie heißt das? Ihrer Signature. Signature, genau, ihrer Signature-Pokémon. Wir haben den Ultraball hier von Norio, kann zwei Karten ablegen, um irgendein Pokémon zu suchen. Kann damit sein Korainon suchen, kann damit auch erstmal in sein Deck gucken, was gepriced ist, was jetzt glaube ich für die beiden jetzt nicht so ultra relevant ist, allgemein bei dem Format. Weil das nicht so wichtig ist. Aber ich denke, er wird jetzt hier erstmal gucken, was möglich ist, was ihn nach vorne bringt. Vielleicht nochmal Basic nach vorne legen, was sich eventuell entwickeln kann. Oder vielleicht sogar, wie er hier schon, das Fuyente nach vorne legt für Next Turn. Damit er Bailon da schnell ready hat, um die Energien fertig zu machen. Bleibt bei Korainon stehen und überlegt, will er es nehmen? Fähigkeiten natürlich am Anfang nicht ganz so gut, weil du brauchst erstmal die Kampfenergie im Friedhof, um sie nutzen zu können. So sieht's aus halt. Also Late Game ist der halt besser als am Anfang. Und wir entscheiden uns hier für die gute Fuyente. Heißt sie jetzt wirklich so? Ich weiß es nicht. Ich glaube... Paul, bind mal ein. Zeig mal, wie es heißt. Ich glaube, es müsste Fuyente sein. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Den werden wir wahrscheinlich auch gleich sehen. Weil Parmo kann mit einer... Fuyente. 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 Also wir haben Fuyente. Die Fuyente. Fuyente. Merken wir uns so. Merken wir uns so. Der sieht aus, als hätte er eine Windel an. Finde ich sehr witzig. Auch mit seinem riesigen Kopf. Ich habe mich sehr gefreut, als er sich im Spiel das erste Mal entwickelt hat halt. Ach, hast du tatsächlich Quacks als Starter genommen? Ich habe Quacks als Starter genommen. Ich fand den mega süß halt. Ganz am Ende dachte ich so, eieiei. Bailon da macht richtig Party. Das stimmt. Oh, wir sehen schon Jen hier. Zweites Pokémon, was er hingelegt hat. Was ist das? Ist das ein Sango? Es ist ein Sango. Es ist ein Sango. Erstes Detachment. Detachment, leichter Hieb. Ja. Ah, das Sango. Okay, es gibt ja mehrere Sango. Das hatte ich, glaube ich, auch aufgemacht. Kann ein Pokémon vom Gegner nach vorne ziehen und 30 Schadenspunkte machen. Ist natürlich potenziell gut, um das Choraidon X nach vorne zu holen. Genau, genau. Und wir haben hier den ersten Schaden. Sind ja 20 durch die Reignis. Das heißt, es ist schon mal ein bisschen was halt. Haben aktuell 10 liegen, also auf die Reignisse nicht geachtet. Ich weiß nicht, ob sie 10 liegen haben. Das ist ein 10er Würfel auf jeden Fall. Ja, das kann ich dir einfach richtig ruhig weitergeben. Sind 20, weil Schwäche. Weil unten steht ja Schwäche Elektro. Dementsprechend hittet Parmo für Weakness. Äh, huiuiui. Ich hoffe, das haben wir nicht gehört. Entschuldigung. Ich hab's nicht gehört. Alles gut. Ja, dann ist gut. Falls ihr das TCG auch nicht so ganz verstehen solltet halt. Wir kommentieren hier so ein bisschen halt. Wir werden bestimmt auch noch ein paar Mal öfter die Szenen einblenden, wie das Pokémon-Trading-Kart-Game funktioniert. Haben wir ja auch ganz am Anfang des Streams gemacht. Also von daher, bleibt einfach dran. Wir werden da euch auf jeden Fall nochmal aufklären, wenn ihr irgendwas nicht verstehen solltet. Aber am einfachsten lernt ihr das TCG, wenn ihr solche Pre-Release-Events schaut. Auf jeden Fall. Auch einfach hingeht. So hat's bei mir auch angefangen. Ich bin das erste Mal hingegangen in einem Local-Shop. Hab gefragt, ey yo, wann ist bei euch Pre-Release? Die haben zu mir gesagt, ein paar Wochen. Dann bin ich hingekommen. Das neueste Set einfach gespielt. Und ja, mit ganz normalen Karten gespielt, wie jeder andere. Und die Leute sind alle sehr hilfsbereit und wollen halt auch, dass jeder Spaß hat. Dementsprechend, wenn ihr Bock habt, guckt einfach mal bei eurem Local-Pokémon-Store. Fragt nach, ob die sowas anbieten. Und dann wird euch da halt auch geholfen. Besonders dadurch, dass eben, wie wir es eben schon durch die Deck-Pull-Videos gesehen haben, es sind alles sehr ähnliche Decks und man kann die noch leicht mit den Booster-Karten verbessern und ein bisschen anpassen. Aber größtenteils kommen da alle wirklich mit denselben Voraussetzungen rein, was die Karten angeht. Also muss man sich keine Sorgen machen, dass irgendjemand mit den weiß nicht wie teuren Metadecks ankommen und einfach allein durch die Qualität der Karten, die gespielt werden, gewinnen. Sondern da ist es wirklich ein relativ ebenes Spielfeld, was die Spielstärke der Karten angeht. Und von daher, wie du schon sagtest, perfekt für den Einstieg. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jen hat jetzt hier unten noch einen Quacks und ein paar Ammo geset-upt, um für den Next-Turn oder vielleicht in die Zukunft schon mal gedacht zu haben. Wir haben jetzt, wie viel Schaden schon unten? 30? Ist das so 60? Müsste 60... Könnte 60 sein? Ich weiß es nicht. 60 ist aber ein bisschen viel. Es müsste jetzt 40 sein. Hat sie schon drei leichte Hiebe gemacht und wir haben einfach nur einen Zug verpasst? Kann auch möglich sein. Ich bin nicht so ganz sicher. Hm. Vielleicht haben wir auch gerade einfach geschlafen. Aber es müssten eigentlich 40 Schaden sein, wenn ich mich nicht recht irre. Wenn es zwei andere sind. 20 und 20. Außer sie hat da vielleicht eine zweite Energie drauf und hat vielleicht auch schon die zweite Move benutzt. Mit dem Stromtritt. Hätte die hat für 60 dann. Also insgesamt. Für 40, genau. Insgesamt 60. Insgesamt wären es dann 60. Und sie hat zwei Energien dran. Kann sein, dass es das ist. Ja, stimmt. Dann hat sie wahrscheinlich einen Stromtritt gemacht und dann mit der Korrektur vom Anfang sind es jetzt 60 Schaden. Alles ist richtig. Dann ist alles richtig tatsächlich, ja. Norio hat einen Nestball gespielt. Hat damit sich seine beiden Choraidons wieder geholt. Und die Frage ist jetzt, hat er vielleicht mit dem Ultraball eine Energie discardet, um sie anzulegen mit Choraidon? Aber er hat auch einen Bailonda jetzt halt vorne, ne? Das ist das Ding. Was ist jetzt der Play? Ist es jetzt der Play, eventuell mit Choraidon Energien zu setupen? Oder ist es der Play, mit Bailonda anzugreifen, damit Pamu-Mamu vielleicht nicht kommt? Ja, also ich würde sagen, jetzt zu versuchen, noch eine weitere Kampfenergie. Und, oh, eine Forschung des Professors. Damit wird die Hand wieder aufgefüllt. Zieht dann damit vielleicht die zweite Kampfenergie und eine Wasserenergie, um direkt mit dem Hydrokick, äh, Pamu... Er braucht zwei Energien, um Pamu zu finishen. Da ist schon die... Oh, leider keine Wasserenergie dabei. Das ist natürlich unglücklich. Das ist jetzt sehr ärgerlich tatsächlich. Er hätte es finishen können, bevor es da ist. Und danach ist gleich wieder das Pamu-Mamu-Ding. Es wird wieder Bailonda ausknocken. Äh, das Ding ist aber, es fehlt ja erstmal noch die Stufe 1. Also, Pamu-Mamu selber wird es wahrscheinlich noch nicht kommen. Es sei denn, sie hat das Sonderbonbon. Das Sonderbonbon könnte richten, da hast du recht. Mir ist es gar nicht aufgefallen, die sehen alle so gleich aus halt. Die ganzen Pamu-Mamu. Die heißen auch alle gleich. Das ist super verwirrend. Es ist echt sehr verwirrend halt. Aber er konnte jetzt halt mit Bailonda eine Energie anlegen, als auch mit Koraydon, wenn ich das nämlich recht finde. Nee, ich glaube, es war einfach die Energie für den Zug, die er sowieso legen kann, plus durch Karneval der Energie, die zweite Energie durch die Fähigkeit. Stimmt. Er muss ja per Ablagestapel, wenn er da nichts hat, dann kann er auch nichts anlegen. True, 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 true. Okay, jetzt ist die Frage, was kann Jen machen halt? Kann sie hier was machen? Energie geht auf jeden Fall auf Sengo rauf. Ist da der Play, dass sie wirklich versucht, Koraydon X nach vorne zu holen? Ja, sie hat ein bisschen geheadshakt. Okay, okay, okay. Sie macht auch 40 Schaden, das heißt, 100 Wehren ist jetzt schon auch bei Bailonda. 70 Schaden immer noch da. Man darf gespannt sein, was jetzt bei Norio draußen wird. 100 Schaden jetzt halt schon, also Bailonda ist schon hart getroffen. Er braucht eine Wasserenergie. Ah, Pokéball. Ah, es ist nur ein Pokéball. Ei, 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 ei. Was ist jetzt der Play für ihn? Er hat auch, er hat noch eine Milie. Oh mein Gott, Dario. Was? Eine Kampfenergie an Bailonda anlegen, zurückziehen, beide Kampfenergien diskarten, auf den Ablagestapel und dann mit der Fähigkeit von Koraydon X an das andere Koraydon anlegen, angreifen und Parmo aus dem Leben hauen. Aber Koraydon sagt ja, du kannst nicht angreifen. Stimmt, dann ist er gerade... Der wäre jetzt so ein zu broken halt. Das wäre so ein guter Zug, wenn das ginge. Es ist ja leider nicht so ein krasses EX-Pokémon. Es ist ja nur ein EX-Pokémon. Das ist das Ding. Es wäre, es hört sich auch im Blatt Papier nach einem ultra guten Zug an. Auf jeden Fall, aber der Zug ist ja vorbei. Es funktioniert leider nicht. Ei, 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 ei. Und mit der Nemelea hat er, glaube ich, keine Wassernäcke wiedergezogen. Wie viel Unglück hat er denn? Vielleicht sollte er das Deck ein bisschen ausdämmen mit den Pokébällen, mit den Nestbällen. Wer, glaube ich, da in dem Sinne der Play? Denn je finner das Deck ist, desto eher ziehst du die Karten, die du haben möchtest. Es erhöht die Chance, aber so, sagen wir mal einfach, 10 Energien von noch 30 Karten im Deck ist eine bessere Chance als 10 von 35 Karten im Deck. Das ist definitiv wahr. Gering, aber wahrscheinlicher. Und wie bei allen Trading Card Games ist es immer noch eine Sache der Wahrscheinlichkeit. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Und ich glaube, Gen O zieht die dritte Energie wieder nicht auf Parmo. Das heißt, sie hat... Oh, sie zieht zurück. Okay. Muss dann eine Energie wieder ablegen. Was ist jetzt der Play? Naja, wahrscheinlich wird sie versuchen, Coralion X nach vorne zu ziehen. Eine Energie muss sie noch ablegen, weil die Rückzugskosten von Parmo tatsächlich 1 sind. Und hat also mehr Kosten als die Entwicklungen mit Parmo Mamo. Okay, okay. Das heißt, bei Londa geht's zurück. Coralion kommt raus. Coralion kriegt 30 Schaden. Genau. Eine Energie muss von Parmo noch weg. Da kann die Regie gleich vielleicht nochmal Jen dran erinnern, dass eine Energie von dem guten Parmo weg muss. Mhm. Aber 30 Schaden auf dem guten Coralion. Ja. Da kam der Call. Da kam der Call. Da ist es. Sie hat das Parmo noch safe. Alles ist gut. Es ist nicht gefinished. Sengu ist jetzt da. Ja, und der gute Norio steht jetzt da. Er hat ein Pokémon vorne, was er nicht zurückziehen kann, weil ich glaube, Coralion, wenn wir es gleich eingebendet sehen. Es hat zwei Rückzugskosten. Ich glaube auch, es hat zwei Rückzugskosten. Und es braucht auch drei Energien. Ja. Zwei Rückzugskosten. Keine Energie im Friedhof, um irgendwie schnell Energien dran zu kriegen. War ein guter Zug tatsächlich. Auf jeden Fall. Wenn man das jetzt so hört. Es ist nicht schlecht. Also Mastfioso, kennst du den ja auch, das ist der Hund. Der hat ja auch eine Fähigkeit, womit du ein Pokémon immer rauslocken kannst. Der Gegner wählt es zwar, aber dafür ist das jetzt sehr aggressiv. Jetzt kommt die Wasserenergie, der die ganzen Züge gebraucht hätte. Und er kann nichts tun. Ja. Er kann sie anlegen und versuchen, das zurückzuziehen, aber er will halt nicht die Wasserenergie in dem Friedhof haben. Er möchte Kampfenergien. Das ist das Problem halt, ne? Also die Möglichkeit, ein Zug zu spät. Ein Zug zu spät tatsächlich. Sonst hätte er mit Bylonda das Parmo schon umnieten können. Ich glaube, Tausch-Item-Karten spielt er nicht, womit er es auch noch wieder zurückbringen könnte. Wäre das Einzige, ja. Sein Glück ist jetzt natürlich, dass Jen auch ein bisschen struggelt und nicht, äh, die Strategie so effektiv fahren kann, wie wir es im ersten Spiel gesehen haben, dass eben zwei Parmo-Mamoder liegen und sich jeden Zug eine Energie aus dem Deck suchen. Mhm. Holt mit dem Nestball ein weiteres Pokémon aus dem Deck. Ein weiteres Basis-Pokémon. Das Deck muss ausgedünnt werden. Jawohl. Da sind auf jeden Fall noch einige Kampfenergien im Deck, wie wir sehen. Ach, du Heilige. Okay, okay. Äh. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm, wir haben auch gerade die Regie gehört so ein bisschen. Und zwar werden wir ab dem nächsten Match, um einfach ein bisschen Zeit zu sparen, wahrscheinlich einfach ein Best-of-One machen. Ja. Weil das Ganze dauert auch ein wenig. Ähm. Ähm. Aber wir wissen ja alles nicht so ganz, wie lange etwas dauert. Dementsprechend alles entspannt. Ähm. Aber bisher geht das von der Zeit her, finde ich. Geht es. Wir haben ein, das ist jetzt auch ein ausgeglicheneres Match, auch wenn Jen wieder besser dasteht. Norio muss natürlich gucken, was er jetzt macht mit seinem Choraidon. Aber... Also er hat auf jeden Fall starke Pokémon liegen, aber die können alle nichts machen. Das ist das Problem halt an der Sache. Was kann er jetzt machen? Und das Ding ist halt auch, ich weiß nicht, du warst ja auch schon mal auf dem Prelease. Prelease Match kann auch ganz schnell vorbei sein halt. Wenn du nur ein, zwei Basics hast und der Gegner mit so einem Parmo zum Beispiel dann sehr schnell offensive geht, kannst du auch innerhalb von zwei, drei Zügen verlieren. Mhm. Kann möglich sein. Aber jetzt gucken wir erstmal. Der gute Norio weiß noch nicht so ganz, was er machen soll. Ja. Hat er eine Itemcard in der Hand? Welche ist das? Es ist das Machtgürtel, glaube ich, oder wie das heißt? Machtband. Machtband. Macht 30 mehr, wenn du mehr Preise hast, glaube ich, oder sowas war das, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Ja. Aber das Ding ist halt, es ist besser zum Wahlkürtel. Wahlkürtel funktioniert ja nur auf GX, V und EX. Genau. Und ja, hat es einfach nur angelegt, damit es nicht wieder zurück ins Deck gemischt wird. Smart. Spielt jetzt einen Knirps. Also da sieht man auch schon Verbesserungen. Er lernt mit. Also wir sehen ihn direkt wachsen, wie er sein Play verbessert. Definitiv, definitiv. Und wie gesagt, kein Meister ist vom Hügel gefallen. Dementsprechend schauen wir einfach mal jetzt, was die fünf Karten bringen. Wenn jetzt fünf Karten kommen sollten, er hat schon ein Attachment für Turn gemacht und ich glaube ich nicht recht irre mit der Wasserenergie. Er könnte noch einen mit By Londa attachen, wenn noch eine Energie kommt. Das ist das Ding. Er braucht keine Wasserenergie. Es kann auch eine Kampfenergie sein. Wenn irgendeine Energie steht auf der Karneval der Energien. Oh, hat zwei Kampfenergien. Und da sind zwei Kampfenergien. Die braucht er sogar. Und er benutzt By Londa. Aktiviert ist. Kann im nächsten Zug rein hypothetisch angreifen. Theoretisch ja. Ist die Frage, möchte er das machen oder möchte er Corridor und EX aus der Gefahrenzone bringen? Die Gefahrenzone ist aktuell nicht so gefährlich, wie sie sein könnte und entscheidet sich tatsächlich, es liegen zu lassen. Aber das Ding ist halt, Jen kann im nächsten Zug wieder mit Wegzerren wieder ein neues Pokémon nach vorne zwingen. Das stimmt. Aber das Ding ist, ich glaube, was steht da? Welche ein Pokémon von der Bank eines Gegners ist aktive? Ja, sie kann sich aussuchen, welches es ist. Sie kann sich das aussuchen. Es ist wie ein Befehl vom Boss. Sie kann immer ein Pokémon wählen, was gerade nicht gut dasteht. Und ich glaube, sie nimmt das Quacks. Sie nimmt das Quacks halt. Das ist das Problem halt so ein bisschen. Aber Quacks, uh, wenn er jetzt eine Energie zieht, kann er das Quacks mit einer Energie, glaube ich, zurückziehen. Kann mit einer zweiten Energie das anlegen an Corridor. Aber er hat nur eine Energie. Legt die Energie, oh, wo will er die anlegen? Das ist das Problem. Wo will er sie anlegen? Legt sie an das normale Corridor und könnte damit schon die erste Attacke benutzen. Hat auf jeden Fall gelernt halt. Den Clownschlitzer, genau. Clownschlitzer macht 70, tötet so ziemlich jedes Basic-Pokémon, was ihm in den Weg kommt. Leider außer Sango mit 110 Kp. Das ist das Problem. Sango sehr, sehr stark. Es kommt ein Richter. Das ist aber die zweite... Hat er Knüpfener-Kart gespielt? Ich glaube, der letzte Zug, oder? War das der letzte Zug? Weiß ich nicht. Ich bin mir selber nicht mehr sicher. Hat er das diesen Zug gespielt oder den letzten Zug? Äh. Naja, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Ich bin mir sehr nicht sicher. Ah, okay, okay. Und er hat ihn direkt in den Reingemischt. Ah, Jen soll so... Ja, aber ich glaube tatsächlich... Ach, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Alles gut. Lassen wir einfach zu spät. Hat er es im letzten Zug gemacht? Ich glaube, es kann im letzten Zug sein, oder? Ich glaube, es kann im letzten Zug auch gewesen sein. Ja, stimmt. Gut möglich, da war... Stimmt, da hat er beide Energien an Corella und X angelegt. Ich glaube, ja. Dann hatte danach Jen das Quacks nach vorne gezogen. Also alles richtig gelaufen. Kann auch der vorherige Zug gewesen sein. Wir sind auch nicht... Wir wissen auch nicht alles. Wie gesagt, Leute. Wir wissen auch nicht alles. Wir sind selber auch ein bisschen aufgeregt hier. Muss man an der Stelle auch sagen. Wir sind auch nicht in der Situation. Aber wie gesagt, wir lernen auf jeden Fall aus dem Ganzen. Das Ganze geht schon ein bisschen. Und wir wollen natürlich auch nochmal... Keine Energie. Keine Energie! Keine Energie! Mopex, Knirrfisch, Fuente und ein Nigaragi. Das sieht gar nicht gut aus. Gar nicht gut aus. Was aber gut aussieht, muss man an der Stelle sagen, ist das Layout und auch die Kamerafahrten und alles, die wir hier haben mit den unterschiedlichen Kameraswitches. Da nochmal ein großes Flow als Team. So professionell aus. Großes Flow als Team hier nochmal. Jen haut hier aber, wie ich gerade sehe, ein Gym raus. Kann Entwicklungs-Pokémon suchen. Und weißt du, was das heißt? Jetzt wird es gefährlich. Sie kann zwei Paar Momos, wie heißt das? Paar Mo, Paar Momo? Paar Mo, Paar Momo, Paar Momamo. Genau, sie kann auf jeden Fall zwei Paar Momo suchen und kann damit schon fast ready gehen halt. Da ist die Frage, ob sie sich ein Paar Momo und Paar Momamo raussucht und wenigstens eins ihrer Paar Mos ready zu machen. Ja. Wenn sie einen Sonderbombau auf der Hand hat, würde sie sich natürlich auch lohnen, zwei Paar Momamo rauszusuchen. Aber es sieht nach Paar Momamo und Paar Momamo aus. Ja, es sind beide. Oh, doch nicht. Entscheidet sich für einen Fuente. Okay, interesting, interesting. Ich meine, sie kann mit einer nächsten Energie auf Sengu auch rein hypothetisch das Quacks erledigen halt. Ja, mit Schlitzen, mit Schlitzerklaue. Das ist nicht ohne. Wäre dann ein Preis direkt vorne. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Danach könnte das Sengu aber auch natürlich weggehauen werden halt. Ja, entwickelt einmal Paar Momamo als auch Quacks. Das war zu erwarten. Und überlegt, was man kann. Hat sie eine Energie auf der Hand? Ich glaube, ich sehe da ganz links eine Elektroenergie und ach, sogar zwei Elektroenergie. Die Elektroenergie ist da. High Risk. Aber ich bin auch der Meinung, es ist besser, das tatsächlich unten anzulegen. Weil Sengu würde das Quacks besiegen. Danach würde Koraydon nach vorne kommen. Koraydon würde Sengu besiegen. Da wäre die Energie komplett weg. Ja, aber die Frage ist natürlich, du musst mit dem Deck ein bisschen schauen, Paar Momamo braucht drei Energie. Das kannst du im besten Fall jeden zu machen. Das kannst du im Best Case immer machen halt auch. Das kannst du jeden zu machen. Aber irgendwann ist die Energie auch aus. Und du musst es schaffen, vier Pokémon zu besiegen. Und wenn sie es schafft, ohne Paar Momamo einsetzen zu müssen, bereits einen von den vier Preisen zu bekommen. Ob es das nicht wert wäre, dafür das Sengu zu opfern, das muss man schon sagen, MVP richtig viel Arbeit geleistet hat, dadurch, dass es ständig die Pokémon durchtauscht, die keine Energie haben. Einfach so viel geleistet, um eben Norio so lange daran zu hündern, wirklich aktiv etwas zu tun, dass sie es geschafft hat, jetzt ihre Pokémon zu setuppen. Ja, und ich glaube, das Ding ist halt auch, sie wird unten jetzt den guten Heraschei holen. Der hat vier Rückzugskosten und macht erstmal gar nichts halt. Der macht erstmal gar nichts da unten. Ja. Das ist das Ding halt jetzt. Selbst mit Bailonda als auch Attachment for Turn, wird das gerade gar nichts werden. Hat Norio schon ein Niki Ragi Ablagestapel? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Das Einzige, was er hat, liegt auf der Bank. Und als auf der Hand. Keine Energie mehr. Das Ding ist, er kann nichts machen. Und weißt du, was das Ding ist? Jen könnte jetzt rein hypothetisch das Pamo zu Pamo Mamo machen. Könnte mit Sengu zurückgehen. Und könnte tatsächlich das Heraschei besiegen. Ja, aber möchte man dann, sie hat nur das eine Pamo Mamo. Das heißt, der Revenge Kill, auf was auch immer dann kommt und Pamo Mamo besiegt, kann sie nicht direkt wieder im nächsten Zug besiegen. Entscheidet sich also dafür, die dritte Energie an Sengu anzulegen und mit dem Knirps eine neue Hand zu ziehen. Ich glaube, es ist auch der richtige Play tatsächlich mit Sengu vorne zu bleiben, aggressiv zu gehen und das Heraschei zu attackieren. Denn ein Zug noch und dann ist das Ding weg. Ist vielleicht auch besser, als direkt das Quacks zu besiegen, weil das Heraschei ist im Laufe des Spiels auch ein mächtiger Angreifer. Wenn dann irgendwann die Nigiragi im Friedhof sind oder sogar mit Feinergie eine heftige Platscher benutzt werden kann. Von der Payoff wird ja da kommen noch. Alle machen sich gerade unten auf ihrer Bank ihre Pokémon ready. Und sobald irgendein Pokémon, entweder das von Jen oder von Norio kaputt geht, wird auf jeden Fall... Oh, es ist glaube ich die Eins geworden. Das ist eine Eins, also Zahl. Leider kein Search für den Pokéball. Hat das auch noch auf der Hand und hätte dann direkt das Pamo zu Pamo Mamo entwickeln können. Das wäre der Play gewesen wahrscheinlich. Ei, 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 ei. Sengu kann ein bisschen Schaden drücken. Ja, der will doch jetzt kommen. Braucht dann nur noch eine weitere schlitzende Klaue und seien wir ehrlich, die vier Rückzugskosten wird Norio nicht bezahlen können. Ich glaube auch nicht. Und das war es dann mit dem guten Heraschei. Außer er topdeckt doch irgendein Tausch oder ähnliches. Ja. Aber wir haben bisher keinen gesehen. Ich glaube, er hat auch tatsächlich keinem Deck. Die Frage ist, kann er irgendwie noch seine Pokémon auf der Bank setupen, um dann endlich selber aktiv zu werden und etwas anrichten zu können. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Er hat eine Mimi gezogen. Draw Support, wenn er Karten im Ablagestapel hat, kann, ich sehe da glaube ich sogar einen Nicaragi. Einen bei Londa habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich glaube, da war auch ein Nicaragi tatsächlich. Legt die Mimi hin. Oder doch noch nicht. Ja, doch. Das ist der einzige Supporter, den er haben kann. Es ist ein Quacks und bei Londa. Ein Quacks hat er liegen. Entscheide sich also, ja, nur das eine bei Londa zu nehmen. Er braucht nicht noch einen Quacks. Das rein ins Deck und drei Karten ziehen. Ei, 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 sag ich dir. Das ist die Frage, ist bei Londa direkt dabei? Und hat er die, hat er ein Fuente auf der Hand, um im nächsten Zug dann schon das zweite bei Londa legen zu können? Mhm. Die Leute sagen ja auch, was man sagen muss hier. Setup ist richtig nice. Vielen lieben Dank nochmal hier. Ich gucke gerade ein bisschen in den Chat rein. Vielen lieben Dank an euch alle, die ja gerade am Start sind halt. Es wird danach auf jeden Fall noch weitergehen halt. Also, ich muss ja auch noch spielen, der gute Lukas auch noch. Jawohl. Wir werden ein, wie gesagt, Best of One daraus machen, auch wenn wir jetzt hier mit Best of Three gestartet haben. Aber wir wollen halt auch nicht bis Null ohne die Puppen streamen. Das stimmt. Haben wir vielleicht ein bisschen verkalkuliert, aber man lernt ja aus den Sachen. Wir waren zu kirisch mit. Man zieht ein Löhning daraus, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Spruch, den ich mal so aufgeschnappt habe von der klugen Mann. Muss man an der Stelle sagen. Ne, wir werden auch noch spielen. Und das Ding ist ja halt, jeder wird gegen jeden einmal spielen und der, der die meisten Points sammelt, wird am Ende den Pokal, den wir auch haben, nach Hause holen. Der ist auch ein sehr schöner Pokal, muss man sagen. Den wird, glaube ich, jeder haben, oder? Auf jeden Fall. Der ist tatsächlich echt Schönheit. Wer sich hier die Championships heute holt, der wird auf jeden Fall gut schlafen können. Wir sehen hier den Play. Achtweiliges. Sengofi wird auf die Hand geholt hier mit der Cosima. Und holt sich sehr wohl. Okay, vielleicht für den letzten Setup mit Pa-Mo-Mamo. Hat jetzt natürlich die drei Energien auch wieder auf der Hand. Ist gut, wenn sie halt tatsächlich bei Londa oder sonst was halt machen kann. Ja. Oh, und das kann sie sich jetzt mit dem Sehrwohl suchen und direkt das Friend-Hinter entwickeln. Sehr stark. Also spielt da auf den nächsten Züge und weiß genau, Norio kann im nächsten Zug weiterhin nichts machen, weil... Was soll Heraschein machen? Genau. Was soll Heraschein machen? Was soll Heraschein machen? Und das Ding ist, zwei Pokémon sind angehittet. Bei Londa auf seiner Bank ist schon fast kaputt. Wir haben Koraydon, was Schaden hat. Wir haben Quacks, was Schaden hat. Wenn die alle besiegt sein sollten, dann ist das Game entschieden. Jetzt kann sie im nächsten Zug einfach... Da ist die Frage, mit was sie dann anfängt, endlich die Pokémon von Norio zu besiegen. Was hat sie jetzt entwickelt? Sie hat ein Pa-Mo-Mamo gemacht. Sie hat ein Pa-Mo-Mamo gemacht? Ja, kein bei Londa. Wundert mich ein wenig. Weil Londa wäre wahrscheinlich besser gewesen, um noch mehr Energie an den Pokémon ranzusetupen. Ja, natürlich... Wahrscheinlich wird sie es dann einfach im nächsten Zug machen, weil wir wissen ja, sie hat alle Zeit der Welt, muss man sagen. Das stimmt wohl. Die Zeit ist da. Wir haben eine Emilia. Drei Karten werden gezogen. Das Deck wird immer dünner. Wir spielen ja auch, by the way, mit einem 60-Karten-Deck. Ja. Weil wir zwei Priorities-Kits geöffnet haben, aber halt auch nur mit vier Preiskarten. Ja. War das Ganze dann doch etwas länger. Wir hatten schon gedacht, es wird kürzer mit vier Karten, aber... Wir haben erst überlegt, mit sechs Preisen. Dann sind wir auf vier runtergegangen. Dann haben wir gedacht, okay, Best of Three, jetzt Game of Best of One. Wir wollen heute auch nochmal ins Bett. So sieht es aus. Und vorher alles durchspielen. So sieht es aus. Wir haben sehr lange gebraucht für das Setup, aber dafür muss man auch ganz ehrlich sagen, sieht das Ganze auch wunderschön aus. Und... Wir haben hier Attachment für Turn, glaube ich, mit Bylonda. Bisher noch keine Fähigkeit. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Wie es aussieht, wie es aussieht, wie es bei Londas Fähigkeit jetzt getriggert? Vom guten Oreo. Karneval. Wo kommt die Energie dran? Man erkennt nicht ganz genau, wie viel Energien an dem Choraidon, dem normalen, dran liegen. Sind das noch drei oder schon vier? Es müssen drei auf jeden Fall sein. Vier bin ich mir nicht so ganz sicher. Sollte er gucken, dass die vierte da auch dran kommen, damit er die stärkere Attacke an... benutzen kann. Aber entscheidet sich, eine Energie an das Frontend zu legen. Okay. Interessant. Interessant. Was wird jetzt passieren? Meinst du, Jen wird jetzt einfach mit sehr wohl angreifen, um nochmal Bylonda zu machen? Ja. Wir haben hier Attachment for Turn. Wir haben hier wieder an Sengu. Wir haben noch eine Energie, die angelegt wird an Pamu-Mamo. Ich glaube, das sind jetzt... Ist es die dritte oder vierte? Das müsste auf jeden Fall die dritte sein. Eine vierte Energie an Pamu-Mamo dranzulegen, bringt nicht viel. Es ist die dritte. Es ist die dritte. Und sehr wohl hat nur eine Rückzugskost. Sie könnte aggressiv gehen. Sie könnte aber auch sagen, sie geht für safe. Und ich bin auch der Meinung, das ist der richtige Play. Pflegeprofi für das... Alter, ich bin so gehypt. Ich will gleich auch spielen. Ich sag's dir. Ich hab richtig Bock... Jen macht hier richtig gute Plays halt. Auf jeden Fall. Der Kozima war gerade, glaube ich, sehr gamebreaking. Da hätte ich nicht mal dran gedacht. Ich hätte einfach weiter gedacht, ja, Sengu, go, gib ihm. Ja, wirklich. Einfach simpel, aber... Also der Kozima kam so extrem gut. Sie hat die Energie wieder auf die Hand. Sie hat das Pokémon wieder neu gesetapt. Sie hat keins verloren. Sie hat sehr wohl gemacht und mit sehr wohl räumt sie jetzt gerade ihre Bank richtig fett auf. Und dann geht's gleich los. Beide noch mit ihren vollen vier Preisen. Irgendwann muss aber mindestens einer anfangen, mal anzugreifen. Und dann kommen wir in die Phase, wo sich einfach nur beide die Attacken um die Ohren hauen und ein Pokémon mit dem anderen besiegt werden wird. Jetzt gerade dauert's ein bisschen, ja. Aber ich kann's euch sagen, wie der gute Lukas aus sagte, es kann auch ganz schnell zu Ende gehen jetzt gleich. Das ist quasi die Ruhe von dem Sturm. Die Ruhe von dem Sturm, aber was für ein Sturm das wird. Das kann gleich richtig böse werden. Vor allem Kuraiadon auch auf der Bank. Kann möglich sein, dass er nach vorne kommt. Zwei Preiskarten gleichzeitig halt. Und das ist bei vier Preiskarten tatsächlich gleich die Hälfte. Oh ja. Die Frage ist, wird er, also ich vermute mal, Nuri wird aus den Fehlern von dem Wissenspiel gelernt haben und erstmal mit dem normalen Kuraiadon... Wir haben einen Pokémon-Fänger hier gerade. Das kann huge sein in der Zukunft. Wenn er damit in Zug, nachdem Hiraschai besiegt wurde, Pamo Amo nach vorne holen kann... Wenn Pamo Amo nicht schon vorne ist halt. Das ist das Ding. Kann eine sehr, sehr gute Karte sein. Er wirft eine Münze bei Kopf, Pokémon von der Bank des Gegners in die aktiven Position. Ist halt ein Befehl vom Boss mit 50-50. Coin Flip. Ja. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Wir haben halt keine Möglichkeit, Befehl vom Boss irgendwie zu bekommen. Wir haben jedoch diese Karte. Und das ist eine gute, ich sag mal, Möglichkeit, um mit der Bank des Gegners irgendwas machen zu können. Zweite Energie wieder an Sengu und da wird es zurückgezogen. Oh. Und Sengu lockt nochmal was nach vorne, wie es aussieht. Was wird jetzt gezogen, ist die Frage. Was kommt jetzt? Das Problem ist, jedes Pokémon, das die jetzt nach vorne ziehen, kann... Attachment-Verturn. Ah, und natürlich, sie kann die schlitzende Klaue jetzt benutzen. Das habe ich wieder komplett vergessen. Und damit ist Hiraschai kaputt. Und Sengu ist ein Pokémon, was man abgeben kann, muss man an der Stelle sagen. Ja, stimmt. Hat, wie wir es eben schon erwähnt haben, einfach so viel geleistet, dadurch, dass es immer die Pokémon ohne Energie nach vorne gezogen hat. Also absolute MVP gerade in diesem Match halt wirklich. Krass. Krass, krass, krass. Aber mit sehr wohl jetzt sehr knapp dahinter, dass es einfach die beiden Stufe 2 Pokémon aus dem Deck gesucht hat, um eben für die Züge, die jetzt folgen, sich zu setuppen. Sehr, sehr gut halt. Sehr, sehr gut. Und damit geht Hiraschai tatsächlich auf den Ablagestapel. Jen kriegt die erste Preiskarte und hat den ersten Move gemacht. Und im normalen Meta ist es so, der, der die erste Preiskarte nimmt, der, der sich als erstes traut, den Move zu machen, gewinnt auch oftmals das Match. Weil, wie willst du hinterherkommen? Jetzt sind alle Pokémon so leicht gesetuppt. Bei Norio sieht es ein bisschen besser aus, ein bisschen mehr Energie. Er kann es natürlich, dass Sengu auch platt machen. Und jetzt kommt der Turn, von dem wir eben geredet haben. Jetzt kommt das Ding. Ein wichtiger Minzwurf. Kriegt er den Kopf? Er kriegt den Kopf! Er kriegt den Kopf! Und da zeigt er auf Pamo Mau. Weiß genau, was er mit diesem Münzwurf jetzt gerade geschafft hat. Oh, wichtiger Zug, ey. Wir haben doch gerade darüber geredet halt, ne? Ob sie es mit Pamo macht oder ob sie es mit Sengu macht. Jetzt kommt Pamo nach vorne. Ungewollt und Koraydon ist gesetuppt. Und er trifft Pamo sogar für Weakness. Das heißt, selbst mit dem ersten Angriff wird er das Ganze vernichten. Oh, stimmt. Sieht er, das ist die Frage. Ja, er denkt dran. Er denkt dran. Muss keine Energie abwägen. Kann sich die erste Energie nehmen. Und da ist Sengu wieder vorne. Ach, du Heilige. Das war sehr, sehr stark halt. Sehr glücklich gehabt, muss man an der Stelle sagen. Ja, ist halt ein 50-50 und, äh... Da, da siehst du das an! Der selbstgefällige Blick. Der wusste ganz genau, er hat das richtig gemacht. Das ist tatsächlich nicht bad. Ja. Drei Energien dran. Es war quasi gesetet und bereit, das nächste Pokémon zu besiegen. Und, ja, was macht Jen jetzt? Das ist das Ding halt, ne? Sengu ist vorne, kann 100 drücken, glaube ich. Als auch 30 mit einem anderen Pokémon nach vorne locken. Oh, sie hat noch eine Karte auf der Hand. Die bringt ihr, glaube ich, aber nichts, weil sie even sind bei den Preiskarten. Das stimmt. Oh, das wäre so glücklich. Das wäre sehr gut gekommen. Das wäre der Unterschied zwischen 100 Schaden und Koraydon direkt zu besiegen. Das wäre sehr stark gewesen halt. Wir haben noch eine andere Karte. Die bringen ihr halt gerade nichts, nur Energien zum Anlegen mit Bailonda. Sie kann mit Bailonda... Sie könnte rein hypothetisch Sengu zurückziehen, Bailonda nach vorne legen. Aber Bailonda ist auch nicht gesetetet. Ja. Das heißt, sie bräuchte drei Energien. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Was macht sie jetzt? Sie kann zum Beispiel nochmal versuchen, Nigiragi nach vorne zu ziehen und das zu besiegen. Ich glaube, das wäre der Play halt, Pokémon nach vorne zu ziehen, was halt keine Energien hat, damit sie halt irgendetwas machen kann. Das ist eine Möglichkeit. Ja, macht es auch. Ja, 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 ja. Da sehen wir Nigiragi vorne. Das ist auch das Richtige, glaube ich. Nigiragi hat aber nur eine Energie. Ja, also wenn er die Energie ranlegt, zieht er es direkt zurück und dann ist, was auch immer Norio möchte. Er hat die Energie in der Hand. Und im Ablagestapel ist ihm eigentlich egal, weil wenn er irgendwie es schafft, kann er die direkt wieder mit. Jetzt müssen ein paar Energien abgelegt werden. Und auch Sengu hat Schwäche gegen Kampf. Oh mein Gott. Muss aber trotzdem immer noch die Kampfenergie von Nigiragi für den Rückzug ablegen. Stimmt, stimmt. Die Kampfenergie von Nigiragi muss weg durch den Rückzug von der aktiven Position. Das sieht gerade gar nicht gut aus für Jen. Das sieht gerade gar nicht gut aus für Jen. Dieser Münzwurf durch den Pokémon-Fänger. Der war Gamebreaking. Auf jeden Fall. Der war Gamebreaking. Also das Paumamo so rauszunehmen, heilige. Wir haben gerade von Jensmove geschwärmt, sage ich mal, mit Cosima. Aber Norio gerade, der glückliche Boss. Kommt mit dem direkten Konter um die Ecke und hat einfach... Kann ein Mod mal ganz kurz nochmal hier eine Umfrage machen? Welches, wer jetzt hier gerade das Match noch gewinnen kann? Ist die Frage... Wenn ein Mod das machen kann. Wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Aber ich bin hier gerade... Haben wir Umfragen? Ich weiß es nicht. Wenn es nicht geht, auch nicht schlimm. Absolut gar kein Problem halt. Aber das war heilige. Ich weiß jetzt gar nicht, was passiert. Ähm... Ich glaube, dass die Möglichkeit, die jetzt hier besteht, ist vielleicht noch ein zweites Paumamo irgendwie zu set haben. Ich glaube, das war ein Pflegeprofi, hat aber gesehen, da fehlen die Karten. Nee, nee, nee. Letztes Match jetzt einfach. Ja. Wird aufgegeben. Das Letzte entscheidet. Das einzige Best of Three geht in ein Best of Three rein. Oh mein Gott. So eine knappe Kiste. Aber das war starkes Comeback von Norio. Ach du Heilige. Ich hätte echt gedacht, dass das Ding entschieden ist. Aber da hat er nochmal den Münzwurf getriggert. Hat sich schon ein bisschen viel Zeit gelassen. Und dadurch gewonnen halt. Ach du Heilige. Man muss halt sagen halt, selbst so ein Pre-Release-Ding kann spannend sein. Auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre ein ganz normaler Schlagabtausch. Wir werden bestimmt noch ein paar langweiligere Matches haben heute. Aber bisher, das was wir sehen, ist brutal halt. Also ich bin sehr begeistert hier. Also da Applaus an unsere beiden Kontrahenten, die hier gerade am Start sind. Sehr, 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 sehr stark halt. Heilige, Heilige. Das geht auf jeden Fall noch ins letzte Match rein. Und da ist jetzt die Frage. Was glaubst du, wer holt sich jetzt das Letzte? Boah, das ist schwierig. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, was die beiden jeweils auf den Starthänden haben. Wir haben bei Geno gesehen, dass sie viele Startschwierigkeiten hatte. Viel mit ihren Supportern arbeiten musste, um da irgendwie ihre Setups zum Laufen zu kriegen. Während Norio eigentlich eine gute Starthand und Position hatte. Aber eben durch so Sachen wie, dass Sengu immer wieder die falschen Pokémon für ihn nach vorne geholt hat, eben ausgebremst wurde. Also ich sehe die Decks tatsächlich auf einem Level. Und es kommt sehr darauf an, mit was die beiden jetzt arbeiten können direkt. Das stimmt wohl. Ja, es ist sehr even. Es ist sehr even. Ich glaube, wir werden jetzt anhand der Handkarten oder vielleicht auch schon am Basis-Pokémon sehen, wer hier die Nase vorne hat. Da bin ich sehr, 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 sehr gespannt halt, ey. Sieben Karten auf der Hand bei jedem. Wenn Norio gewinnt, Vingen gewinnt. Ihr könnt gerne, wie gesagt, was hier gerade der gute David reinschreibt, der gute Mod. Rotes Herz für Norio, grünes Herz für Jen. Welche Herzen werden hier mehr leuchten im Chat? Ich sehe hier schon ein paar grüne Herzen. Aber lasst den guten Norio nicht hängen. Macht auch mal ein paar rote rein. Oder ihr seid alle bei Jen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Also ich bin sehr, sehr gespannt hier, ey. Und ich kann dir sagen, danach wird mein Match losgehen. Oh, ja. Und weißt du, gegen wen ich spiele? Ich weiß es gar nicht. Wir haben hier schon den Matchplan. Und ich kann dir sagen, als nächstes werde ich tatsächlich gegen den guten Norio spielen. Oh. Bin gespannt. Ob er als Gewinner reinstarren kann sein zweites Match? Und das ist die Frage halt. Wir haben hier als Active-Pokémon Nigiragi und halt auch Quacks. Hat ein zweites Nigiragi sogar auf der Hand bei Norio und eine Forschung des Professors. Das heißt, er könnte schon ein Nigiragi in den Friedhof bringen, um dann für die zwei Energie mit Hiraschai mindestens 50 Schaden zu verursachen. Das ist die Sache halt. Also Forschung, da eine gute Karte, um die Nigiragi in den Ablagestapel zu bekommen, um dann mit Hiraschais Erstmove zwei Energien pro Nigiragi im Ablagestapel. 50 Schaden. Alter, das sag auch mal dreimal und dann weißt du auch, ach du Heilige, die Pokémon-Namen werden auch immer schlimmer gefühlt, ey. Oh ja. Jen sucht sich mit dem Nestball einen sehr wohl raus. Hat bisher immer sehr gut funktioniert als Supporter, auch nur auf eins in dem Deck, aber einer reicht vollkommen. Pokéball kommt, mal gucken, ob das Glück bei Jen ist. Der Würfel kommt, Kopf oder Zahl? Es ist die Sechs. Also Kopf, was sucht sie sich jetzt? Das ist die Frage halt. Sie können sich jetzt schon Fuyente holen, um eventuell Quacks zu entwickeln. Und um schnell das Nigiragi kaputt zu machen. Oder sucht sie sich ein Parmo, um eben einen guten Angreifer schon in den Start zu bringen. Und das wird das Parmo werden. Da hattest du tatsächlich einen richtigen Riecher. Nicht schlecht. Das wird auf jeden Fall was werden. Ein Deck wird gemischt. Hat noch eine Energie, die sie anlegen könnte. Und könnte theoretisch auch noch einen Supporter spielen. Das stimmt, das stimmt. Der ganze Chat ist voller grüner Herzen, wie ich gerade sehe. Voller kompletter Herzen. Ach du Heilige, ihr seid da auf jeden Fall am Start. Noch beides offen. Auf jeden Fall hier. Also wie die Leute gerade im Chat reinschreiben. Es ist noch alles offen hier. Ein gelbes Herz für Zero hier. Leute, das kommt danach. Das kommt danach hier. Nächste Runde. Nächste Runde. Es wird ein Retreat gemacht. Okay, sehr wohl nach vorne. Kann nichts machen. Aber es ist eh ihr erster Zug. Dementsprechend gar nicht so schlecht, oder? Was sagst du zu dem Zug? Quacks noch hinzuziehen? Ich hätte gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass Norio Quacks direkt besiegt, eher gering. Von daher hätte man vielleicht einfach 10 Schaden mit Klaps machen können und sich den Retreat auf nächste Runde überlegen können. Sie hätte ja nicht angreifen können halt. Das war ihr erster Zug. Ach, sie hat angefangen? Sie hat angefangen. Okay, dann vergiss, was ich gesagt habe. Dann war das natürlich sehr gut. Dann war es okay, glaube ich. Weil Servo steht länger, hat aber, glaube ich, ebenfalls die Schwäche Kampf. Und wie wir gesehen haben, Norio hat richtig aufgeräumt am Ende mit seinem Choraidon. Oh ja. Die einzige EX und das einzige Kampf-Pokémon neben seiner EX, beide Choraidon. Und die machen hier gegen die ganzen Budget-Pokémon richtig gut Work. Und es wird der Knips gespielt, bevor er eine Energie anlegt. Das ist ein bisschen untypisch. Also darf das Nigiragi wieder zurück mit rein? Was denkt er sich dabei? Könnte auch sein, dass er da vielleicht nicht drüber nachgedacht hat, erst ein Attachment zu machen, um danach die fünf Karten zu ziehen. Weil wenn er jetzt keine Energie hat, dann hat er kein Attachment for Turn. Und wenn er jetzt kein Basis-Pokémon zieht und Gent ganz schnell jetzt ihre Pokémon gesetupt kriegt, dann hat er da nur ein Pokémon. Und das Ding ist, man gewinnt ja nicht nur, wenn man keine Preiskarten mehr hat, also wenn der Gegner alle Preiskarten hat, sondern auch wenn du kein kampffähiges Pokémon mehr hast. Ähnlich wie in den Videospielen. Er zieht Poreidon als auch drei Energien. Glück gehabt mit dem Nachziehen. Sehr Glück gehabt. Setup und sein Koreidon jedoch. Ja. Okay, okay. Interessant. Nochmal glücklich gelaufen. Da kommt ein Judge. Und da gehen die Karten direkt wieder zurück ins Deck. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist gerade für den guten Norio. Ich auch nicht. Die beiden Energien hätten ihm auf jeden Fall geholfen, aber danach wäre nicht mehr viel passiert. Also vielleicht wäre es ihm lieber gewesen, wenn das erst im nächsten Zug oder sogar im übernächsten passiert. Aber je nachdem, was er jetzt zieht, wird er sich wahrscheinlich auch nicht beschweren. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Jen zieht auf jeden Fall zwei Elektroenergie, wie ich sehe. Was macht sie nun, ist die Frage. Sehr wohl. Muss er Energie bekommen, damit sie Entwicklung triggern kann. Und sie macht auch sehr wohl. Jawohl. Sehr wohl wird geset-upt. Das heißt, wir kriegen Pamomo. Pamomo? Ich bin immer noch nicht ready, Alter. Ich glaube, ja. Pamomo. Ich glaube, Pamomo. Pamomo, Pamomo, Pamomamo. Ich glaube auch, dass es so ungefähr ist. Die Zungenbrecher bei den Pokémon in diesem Set sind die Hölle. Pamomomomamo. So ungefähr wird wahrscheinlich die nächste Entwicklung kommen bei der nächsten Generation. Oder beim nächsten DLC. Einfach Stufe 3 Pokémon. Zack. Das wird es sein. Das wird es sein. Okay, sehr wohl ist da. Ein Pokémon wird gespielt. Coin Flip. Ist das Glück da? Jawohl. Es ist mal wieder am Start hier, ey. Das ist so krass halt, ey. Also der gute Norio hier sehr viel Glück beim Münzwurf. Hat der überhaupt schon einen Münzwurf daneben gelegen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es sieht so gut aus. Und er favort tatsächlich wieder sein Choraidon. Was nicht bad ist. Denn er hat das andere Choraidon. Kann damit, wenn er nicht angreifen kann, gut Setup machen, wenn er die Karten im Ablagestapel hat. Ja. Und wie wir gesehen haben, gegen Sango als auch sehr wohl, sehr wohl auch, schwäche Kampf. Hat er es gerade schon gesehen oder ist Choraidon tatsächlich in den Preis kam? Er hat es gesehen. Er hat es noch umgesteckt. Der Junge, der weiß, was er macht. Guck ihn dir an, ey. Ein wahrer Mann. 100% Konzentration. Der Junge weiß auf jeden Fall, was er vorhat hier. Pokerface am Start hier. Der Chat, was sagt der Chat? Ja, ist gerade 50-50 hier, sagt die Gute. Jule hieß sie, oder? Jule. 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 50-50. Gerade ist noch alles offen, definitiv. Wir sind auch in der Anfangsphase. Kann noch ganz, ganz schnell zu Ende gehen. Beide struggeln ein kleines bisschen mit im Setup. Von daher, keiner, der sich jetzt irgendwie große Sorgen machen muss, einfach überrannt zu werden. Aber... Attachment for turns. Das ist eine zweite Energie auf Choraidon. Eine noch, dann kann der erste Angriff kommen. Mhm, mhm, mhm. Das ist das Ding. Ich glaube, er pokert hoch, dass Jennen nochmal sehr wohl nutzt. Und er könnte, rein hypothetisch, ja mit Nigeragi, selbst mit seiner Attacke, glaube ich, wieder in seine Hand switchen. Ja. Das heißt, er verliert ihn so oder so nicht und verliert damit auch keinen Preis. Ja, aber möchte er dann schon Choraidon X nach vorne packen, weil dann kann halt wieder Parmo Marmo den... One-Shotten halt. Ja. Das ist das Ding. Also man muss sich da wieder gut überlegen. Vielleicht hat er auch wieder die Möglichkeit, halt ein Pokémon nach vorne zu ziehen. Hat ihn letztes Mal das Game gebraucht. Da kommt wieder der Pflegeprofi für Parmo Marmo. Also damit, solange Jeno eine Energie auf der Hand hat, kann sie im nächsten Zug damit auf jeden Fall angreifen. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Jetzt ist die Frage halt, was passiert? Oh, Nigeragi kommt. Nigeragi greift an. Er sch... Mit welchem Angriff ist die Frage? Tatsächlich Mise-en-Place. Mise-en-Place, okay. Zwei Pokémon... Zwei Basis-Wasserenergie, ein Pokémon anlegen. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, wie viel Energie... Choraidon braucht auch sehr viel Colorless Energies. Ja, das normale Choraidon braucht, glaube ich, drei Kampf- und eine Colorless Energy für die Stark-Attacke oder drei Colorless für die normale Attacke. Ist auf jeden Fall nicht bad, muss man an der Stelle sagen. Er holt das meiste raus, was er jetzt mit Nigeragi machen kann und hat es jetzt schon so weit gebracht, dass er zwei Punkten auf der Bank hat, die im nächsten Zug eventuell was machen können. Das eine auf jeden Fall. Ja. Mit einer Kampfenergie würde es sich natürlich lohnen, Choraidon nach vorne zu bringen und mit der ersten Attacke die 70 Schaden zu machen. Beziehungsweise hat Pamu Mamo auch Kampfschwäche? Ja, oder? Hat auch Kampfschwäche. Dann muss er nämlich nicht mal die stärkere Attacke benutzen und kann dann einfach... Oh, was ist da denn jetzt passiert? Sonderbombo für bei Londa auf der Bank. Und zack, kommen die Energien direkt runter. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Pamu Mamo kann jetzt auf jeden Fall, wenn der Energie auf der Hand ist, attacken. Safe. Ja, aber möchte man das? Möchte man das, ist die andere Frage. Vielleicht wäre es auch besser, mit bei London nach vorne zu gehen, Nigeragi zu besiegen, Choraidon nach vorne zu loggen und dann mit Pamu Mamo die zwei Preise zu holen. Ja. Das wäre, glaube ich, der Play, den eventuell Geno gerade im Kopf hat. Wäre nicht bad. Klingt auf jeden Fall sehr stabil. Ich weiß aber nicht, ob Geno wieder zu passiv und vorsichtig spielt. Ich meine natürlich, sie möchte erst mal sich setuppen und verhindern, dass ihr Pamu Mamo besiegt wird, aber wenn sie Norio die Zeit gibt, sich auch zu setuppen, aktuell hat sie ein Pokémon, mit dem sie angreifen könnte und er ist schon eher an Zweien. Okay, okay, Servol hat jetzt, oh, greift sie mit Servol zweiter Angriff an. Das aktive Pokémon schläft jetzt. Kommt also wieder auf den Münzwurf an, ob er in der nächsten Runde angreifen kann oder nicht. Ja. Der Münzwurf ist jetzt schon, ne? Ja, zwischen den Zügen. Zwischen den Zügen? In der Check-Phase. Schläft er oder schläft er nicht? Bei Kopf oder Zahl? Oh. Bei Kopf oder Zahl schläft er? Ihr müsst noch eine Münze werfen, ob er schläft oder nicht. Ob er aufwacht? Ihr müsst noch eine Münze werfen. Ja. Da kommt es jetzt, da kommt es jetzt. Vielleicht schläft er noch. Oh, er schläft weiter. Er schläft weiter. Steht da mit verkreuztem Arm und denkt sich, nee, ich hab Pause, meine Freunde. Das Ding ist aber, er kann zurückziehen. Das stimmt. Zurückziehen geht und ich glaube, das wäre auch wenn, was er damit vorhat. Da kommt die dritte Wasserenergie. Und damit wäre sehr wohl wahrscheinlich Geschichte eben auch durch die Kampfschwäche. Das stimmt. Spielt jetzt aber erstmal die Forschung des Professors und zieht sieben Karten. Die Frage ist jetzt, für was trofft er jetzt? Vielleicht hat er nochmal die Möglichkeit für so einen Cross-Switch. Eigentlich braucht er nicht wirklich was für die aktuelle Situation, aber... Hat er da einen Band, er hat einen Richter? Er hat eine Cosima, ja, Cosima. Ja, er hat jetzt ja gerade einen Forschung gespielt. Das heißt, die ist gerade nicht viable. Ja. Aber das Tauschband natürlich auch sehr gut, um mehr Schaden anzurichten, wenn Geno mit den Preisen vorne liegen würde. Das stimmt, das stimmt. Eieiei, ey, 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 es ist sehr spannend halt, es ist sehr spannend. Er macht nichts. Oh! Der Zug ist vorbei, Geno hat gezogen. Zieht einen Gym. Spielt einen Gym. Deckausdünn, immer wichtig, sie kann gerade eh nichts machen. Dementsprechend nochmal hier ein paar Mo, Mamo, Momo. Und dann ist die Frage, was tut sie jetzt? Wer macht als erstes den Zug? Okay, da ist noch eine zweite, ich dachte schon, hat sie jetzt wirklich im ganzen Deck nicht ein zweites Pokémon gefunden? Da kommt das Paar Momo, also die Stufe 1. Mhm. Eieiei, eieiei, eieiei. Hat sie denn auch das Paar Momo oder einen Nestball oder eine sonstige Möglichkeit, irgendwie da dran zu kommen, um es... Ach, sie hat nur die beiden Karten auf der Hand. Ja, ja, der Gym hat sie getopdeckt. Den Gym hat sie getopdeckt. Es war nur die Energie da, die hat sie gerade angelegt, mitten bei Londa. Und das ist das Problem vielleicht auch für Geno. Denn sobald... Kopf, Nigiragi wacht auf. Oh, 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 oh. Das ist das Ding, und das Ding müsste jetzt ja noch 10 HP haben. Er kann es zurückziehen. Er könnte... Oh, wenn er jetzt wieder schafft, Paar Momo nach vorne zu ziehen. Wieder dieser Münzwurf. Es ist der Fänger. Das könnte Gamebreaking sein. Oh, er kriegt ihn! Er kriegt ihn! Zweimal dieser unfassbar wichtige Münzwurf. Und ich glaube, das könnte Game sein. Das ist wieder... Bricht ihr das Rückgrat, weil... Kann er angreifen mit Korrekt? Ja, natürlich. Ja, stimmt, die Weakness! Die Weakness. Die Weakness! Der braucht ja nur Colorless Energies. 130 Lebenspunkte hat er, 140 bekommt er, zweimal 70. Und damit ist der knuddelige Bär dahin. Ei, 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 hier, Alter. All den Aufwand. Mit der Münze! Aber Nestball... Nestball kann ganz schnell wieder Paar Momo fertig machen hier. Wenn sie das noch hat... Ei, 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 das ist wieder intensiert. Da haben wir es. Das Clown Schlitzer, 3 Colorless Energies, 70 Schaden plus Stärke, kommt das Ganze auf 140. Schwäche von dem guten Paar Momo, der hat 130 nur. Da kommt Paar Momo, das Problem ist, sie kann jetzt erst im nächsten Zug Paar Momo legen und erst im Zug danach Paar Momo, also... Es wird wieder ein sehr passiver Zug von Jen hier werden. Und Korreidon dreht sich einfach... Sehr wohl wird weggeklatscht. Und danach, das ist das Problem. Aber schläft es und wacht es wieder auf. Oh, ich hätte jetzt eher gedacht, dass Jen darauf geht, mit Servos ersten Move anzugreifen, um Paar Momo schon zu machen. Die Frage ist, ob sie noch ein Paar Momo auf der Hand hat. Aber natürlich muss sie versuchen zu verhindern, dass Preiskarten gezogen werden und Korreidon schlägt, oder? Ja, hat eine Zahl geworfen. Dementsprechend Einzug weiter sicher. Ei, 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 also Norio könnte jetzt auch richtig Hyper-Offense geben. Ja. Könnte mit Korreidon zurück. Anderem Korreidon nach vorne. Und dann steht er da erstmal. Und der kann sehr wohl ummähen. Ich weiß allerdings nicht, ob Norio weiß, dass er schlafende Pokémon auch zurückziehen kann. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Müssen wir gucken. Oh, Cosima! Er macht was anderes. Der ist auch nicht schlecht. Siehst du seinen Grin... Ah, Emilia. War das diesen Zug oder war das letzten Zug? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es auch nicht. Er hat viele Karten auf der Hand. Also es sieht wahrscheinlich aus, dass Emilia diese Runde schon gespielt hat. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Kann zwischen den Zügen aber nochmal eine Münze werfen, ob Korreidon wieder aufwacht. Er hat Emilia gespielt in dem Turn. Okay, okay. Er hat Emilia diesen Zug gespielt. Dann ist das natürlich nicht möglich. Aber die Münze... Der Gedanke war da. Der Gedanke war da. Die Münze zum Aufwachen kann er noch werfen. Weil wenn es schlafen bleibt, dann muss Jen nicht noch einen Hypnoschuss legen und kann gucken, ob sie mit Pflegeprofi was macht. Ja, also da ist das Ding. Da müssen wir gleich nochmal eine Münze werfen. Kann er die Münze nochmal werfen? Ja, er soll die Münze nochmal werfen. Weil sowohl zwischen den Zügen von Geno zu Noria als auch von Noria zu Geno... Okay, er schläft weiter. Das heißt, Jen hat jetzt nochmal die Möglichkeit, auch mit Servos erste Move anzugreifen. Dann kommt die Elektroenergie. Durch die Fickheit die Wasserenergie. Das heißt, nächste Runde auf jeden Fall Pamomamo breit anzugreifen. Da ist die Frage halt, ne? Wird sie Glück haben und Koraydon schläft noch eine zusätzliche Runde? Wenn nicht, sieht das Ganze sehr böse aus. Zwei Preise erhält. Das ist schwierig. Und wenn Noria es schafft, seinen Koraydon X erst spät nutzen zu müssen, dann... Sie greifen mit dem zweiten Zug tatsächlich, ja, mit Hypnoschuss. Münze wird geworfen. Da kommt die Münze und wir zahlen! Es schläft weiter! Ach du Heilige! Jetzt ist das Glück auf Jens Seite tatsächlich. Der Zufall ist eben auch irgendwann gerecht. Wir haben gesehen, Cosima ist auf der Hand. Das heißt, all der Schaden und die Energien landen wieder in die Hand. Und er kann mit Koraydon finishen. Ja. Muss dann aber natürlich damit rechnen, dass sein Koraydon X dieses Mal im Gegenzug erwischt wird. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er keinen zweiten Pokémon-Fänger hat. Man kann nicht zurückziehen, wenn es schläft. Gut, wir sind beide dumm. Mann, dann sind wir ja dämlich. Ich dachte, das wäre nur bei Paralyse. Paralyse kannst du nicht zurückziehen. Bei Paralyse kann man es nicht. Bei Schlaf, das wusste ich jetzt auch nicht tatsächlich. Na gut, da haben wir was gelernt. Wir sind auch nicht immer Beste. Wir sind auch nicht die Profis. Ja. Aber interessant. Kannst du den Chat nochmal kurz amachen? Mit Cosima kann er natürlich trotzdem theoretisch das umgehen. Aber macht es nicht. Macht es nicht? Das wundert mich. Auf die Hand nehmen wäre machbar gewesen. Da kommt nochmal der Minzwurf. Und dieses Mal wacht es auf. Das heißt, sie müsste, wenn, einen Hypnischuss wieder benutzen. Da ist Parmumamo. Ja, nutzt direkt die Fähigkeit Elektrogenese, sucht die Energie. Und damit ist das Setup bereit. Die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt nochmal nach vorne gezogen wird, geht gegen Null, weil wir bisher nicht mehr als einen Pokémon-Fänger gesehen haben. Das stimmt an der Stelle. Ich gucke nochmal genau nach. Genau, das ist mal nach, wie das mit dem Schlaf ist. Aber ich glaube... Also bei Paralyse bin ich mir sehr sicher, dass es weder Angreifen noch... Bei Paralyse geht es auf gar keinen Fall. Weder Angreifen noch zurückgezogen werden darf. Ah, Angriffe noch sich zurückziehen. Es kann sich nicht zurückziehen tatsächlich. Also da alles richtig gemacht. Aber Cosima hätte ihm da das Game gebracht tatsächlich halt. Ja, ein weiteres Mal Zahl geworfen. Der Glücksgott ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, es ist fair. Er hat wichtige Kopfmünzwürfe gelandet. Aber jetzt beim Schlafen zeigt sich Corridor und ist halt ein kleines bisschen faul. Ein bisschen sehr, muss man an der Stelle sagen. Ja, aber Norio bleibt natürlich nicht untätig. Entwickelt da Quax zu Fruentente, legt die erste Kampfenergie dran und breitet seine Bank vor, aktiv zu werden, sobald Corridor weg ist. Will er jetzt den aggressiven Zug machen mit Cosima? Ja oder nein? Wäre jetzt an der Zeit eigentlich mal wieder irgendwas zu machen. Er ist ein bisschen ahead um einen Preis. Ja. Ne, obwohl er ist in Führung mit einem Preis. Er ist mit einem Preis in Führung. Und das Ding ist, sehr wohl macht Pro-Rund 30 Schaden und er kann es sich theoretisch leisten, Corridor da noch ein bisschen liegen zu lassen. Definitiv. Weil er weiß genau, wenn Jen das tauscht und Pamomama nach vorne legt, dann kommt direkt Corridor und Ex und wird es direkt in den Ablagstapel zurückbefördern. Definitiv. Definitiv. Ja. Also es kommt einfach darauf an, dass er den Münzwurf schafft zwischen dem nächsten Zug von Jenno und ihm, dass Corridor und Eben angreifen kann. Da kommt der Münzwurf und es ist wach. Es ist wach. Das heißt, Jen muss einen weiteren Hypnoto-Schuss benutzen, um es wieder einzuschläfern. Mirja kommt, zieht drei Karten. Da ist ein Knirps, eine Elektroenergie und ich glaube, es ist ein weiteres Item oder ein... Es ist ein Supporter, glaube ich. Es ist ein Supporter. Ist das eine Milia? Nee, Quatsch. Wie heißt die, die Pokémon wieder instagieren kann? Eine Mimi. Es ist eine Mimi. Gut gesehen. Okay, Attachment for Turn an Bailonda. Keine weitere Linke auf der Hand, um noch die Fähigkeit von Bailonda zu benutzen. Aber sie könnte einen Knirps spielen doch noch, oder? Nee, sie hat auch Mimia gespielt. Ah, stimmt, Mimia. Sorry, Alter. Ich komme durch die ganzen Supporter-Gang-Porten aneinander, Alter. So, da kommt der nächste Angriff mit Hypno-Schuss. Und jetzt muss eigentlich... Da ist es Kopf, endlich ist es soweit. Das könnte wichtig sein. In seinem Zug auf jeden Fall, weil jetzt keine Anwalt. Ich glaube, er ist nämlich halt auch so, dass er sagt, ich will den jetzt auch snocken mit dem. Ja, auf jeden Fall. Ich will die drei Attachments, die ich dran habe, nutzen, um damit eventuell... Oh, da wird auf jeden Fall, ich glaube, ein EP-Teiler angelegt, oder was ist das? Der EP-Teiler kann, glaube ich, dann Energie, wenn das aktive Pokémon ausgelockt wird, auf das Pokémon, an dem der EP-Teiler liegt, anlegen. Ich glaube, so ähnlich, ja. Und da kommt der Clown-Schlitzer durch die Schwäche für 140 Schaden sehr wohl, hat sich verabschiedet. Preiskarte Nummer 2 für Norio. Ja. Und da ist jetzt ein Pamu-Mamu draußen, leider aber auch ein geset-up des Koraydon, was es gleich wieder erledigen kann. Es sieht nicht gut aus, Jen ist auch nicht so ganz begeistert. Man will halt nicht die 230 Schaden durch den Angriff von Pamu-Mamu benutzen, müssen für 20 Schaden auf das Koraydon, um es zu finishen. Auf gar keinen Fall. Das fühlt sich nicht gut an. Aber ich glaube, ihr bleibt nichts anderes übrig. Das Ding ist, ihr habt die Möglichkeit mit Pamu-Mamu immer noch zurückzuziehen. Es hat null Rückzugskosten, auch ein Vorteil, den man sehen muss. Und kann halt mit Bylondar. Ja, mit Bylondar könnte sie angreifen, wenn sie die Energien auf der Hand hat, da bin ich mir nicht sicher. Hat jetzt einmal die komplette Reihe Pamu-Mamu und Pamu-Mamu wieder ins Deck gemischt mit Mimi und zieht drei Karten. Wenn die Energie dabei sind, kann sie durchaus das Play machen, Pamu-Mamu zurückzuziehen und den letzten Schaden mit... Ah, ich sehe da jetzt gerade keine Energie. Keine einzige Energie dabei gewesen. Das ist natürlich sehr viel Pech. Vielleicht hätte sie vorher den Pokéball oder so spielen müssen, um das Deck weiter auszudünnen. Ja, dann wäre es für jeden Fall eine gewesen. Aber ich glaube, es liegt auch nur eine Elektroenergie an. Ja. Bylondar dran. Also hätte es in dem Fall nicht gemeddert. Nicht mal der wird ihr vergönnt. Ei, 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 ei. Das sieht gar nicht gut aus. Greift sie jetzt an? Ja, muss sie eigentlich. Ansonsten ist Pamu-Mamu auch wieder weg. Ich glaube, das wird der Play sein. Sie kann sich eigentlich nicht leisten. Oder würde bei Bylondar ein Angriff überleben von Choraidon. Würde es, oder? Würde es, ja. Es hat ja 170 HP. Sie würde es quasi nicht direkt aufhören, sondern könnte. Sie geht für den sicheren Kill. Sie geht für den sicheren Kill. Und da kommt das Choraidon. Totally sad. Choraidon X und jetzt gibt es Backenfutter. Jetzt gibt es Backenfutter. Hat eigentlich Choraidon mit seinem Angriff noch irgendeinen Side-Effekt? Ich glaube, es kann nicht angreifen. Es muss Energie wieder abwerfen. Ah, nee. Es kann nicht angreifen. Nicht angreifen war das normale Choraidon. Und dieses Choraidon X kann da nicht angreifen. So sieht es aus. Das ist das Ding. Also er kann jetzt einen Knockout bekommen. Ja. Aber danach muss er halt mit einem anderen Pokémon, aber er hat Bylondar auch schon auf der Bank ready. Ja. Das sieht gar nicht gut aus für Jen. Das sieht gar nicht gut aus. Aber Bylondar macht auch nur 140 Schaden. Das heißt, dass Bylondar von Jenno würde dann überleben. Mhm. Das ist das Ding. Bleibst du mit Choraidon stacked vorne? Es ist noch nicht ganz durch. Auf jeden Fall nicht. Definitiv noch nicht. Definitiv noch nicht. Bisher ein sehr, sehr spannendes Match, muss man sagen. Es ist zwar, ich würde sagen, es ist sehr in favor für Norio. Auf jeden Fall. Aber die Chance besteht, dass Jenno das irgendwie noch umreißt, wenn sie jetzt ein bisschen Glück hat. zieht eine Elektroenergie. Das ist nicht die, die sie braucht, um mit Bylondar anzugreifen, leider. Leider nicht. Sie braucht eine Wasser. Ja. Und ich glaube, leg noch mal da so ein Gürtel hin. Machtband oder ähnliches. Ja, da wird einmal kurz gelesen, was es macht. Da wird der Knirps gespielt. Vielleicht zieht sie dadurch jetzt eine Wasserenergie. Ein Vitalitätsband. Die Attacken des Pokémon fügen zehn mehr zu. Einfach so. Das Vitalitätsband. Zehn Schaden, die dazukommen. Können entscheidend sein manchmal. Können entscheidend sein manchmal. Auf jeden Fall. Und jetzt ist die Frage, ist eine Wasserenergie in den fünf neuen Karten, die Jenno jetzt zieht? Weil dann kommt der Angriff auf jeden Fall. Und Coralion X kann eben nicht zurück angreifen. Es sieht nicht gut aus. Ach du Heilige, was ist denn da? Das kann doch nicht sein. Wie viel Pech kann man haben? Das sieht eher sehr, sehr ärgerlich aus. Und da grinst er auch schon. Da grinst er auch schon. Ich glaube, er weiß. Oh, Jen gibt ab. Ja. Kein Angriff. Nichts passiert. Aber wie gesagt, der gute Norio muss auch erstmal noch zu warten, bis er mit seinem Coralion angreifen kann. Ja, ja, ja. Wenn Jen dann nichts machen kann oder Coralion irgendwie finishen kann, ist das Ding aus. Wenn sie jetzt hätte angreifen können für 150 Schaden, das hätte auf jeden Fall gereicht, um Coralion X im nächsten Zug platt zu machen. Hydro Kick auf jeden Fall eine sehr mächtige Attacke. Definitiv, definitiv. Aber leider zu schwach, um ein EX auszunocken. Und da sind wir halt auch schon. Wo ich gesagt habe, so ein EX kann gut kommen, kann schlecht kommen. Beim ersten Match kam es gar nicht gut. Jetzt und beim zweiten Match rettet es ihm wirklich den Arsch. Und zieht eine Karte weiterhin keine Energie, hat aber einen Knirps gezogen. Der Knirps... Sie hat zwei Knirpse auf der Hand, aber der mischt eben auch die Karten wieder rein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, den Energie zu ziehen, erhöht sich nur minimal. Komm, da muss doch jetzt mindestens eine Wasser-Nagie mal dabei sein. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie überhaupt schon irgendeinem Ablagestapel hat. Das heißt, die Chance ist doch da. Oder sind die alle gepriced? Sollte möglich sein. Du spielst ja da unten, habe ich sogar noch eine gesehen, unterm Deck gerade. Und da ist eine Wasser-Energie endlich auf der Hand. Es ist eine Wasser-Energie. Aber das Ding ist, mehr als bei Londas Angriff kannst du damit halt auch nicht machen. Leider nicht. Ein Zug zu spät kommt die Energie. Ansonsten hätte da eventuell nochmal was... Ansonsten wäre Korridon besiegt worden. Auf jeden Fall. Oder er hätte es zurückziehen müssen. Oder er hätte es zurückziehen müssen. Jetzt ist die Frage, kann Jen noch irgendwie stallen, noch irgendwas machen? Weil eigentlich sollte das Game jetzt um sein. Dann hätte sie auf jeden Fall mit den zwei Preisen es vielleicht geschafft, nochmal zurückzukommen. Aber so kommt sie dann glaube ich nicht daher. Norio hat auch noch zwei Preise. Warum hat er sich nicht einen Preis genommen? Norio hat noch zwei Preise geliehen. Hat er einen Preis vergessen zu nehmen? Weiß ich nicht. Da unten stehen auf... Also in der Grafik steht noch ein. Ah, steht noch ein Preis. Okay, ja, da kommt die... Ich bin mir sehr sicher, dass... Okay, dann ist es natürlich jetzt noch viel knapper. Ich glaube, das haben die beide vielleicht nicht realisiert, beziehungsweise Jen auch nicht, dass das so knapp war. Ich habe bloß gerade noch geguckt halt, weil wir unten die Grafik haben. Und ich bin mir sehr sicher, dass da unser guter Mann in der IT das auf jeden Fall richtig gesehen hat. Genauso wie wir. Und ich glaube, das muss jetzt vorbei sein. Korridon kann angreifen. Kommt in den nächsten Angriff. Finisht bei Londa. Und damit sollte das Match auch entschieden sein. Der gute Norio holt sich den ersten Sieg. Was für ein Comeback. 1-0 zurückgelegen und dann einfach noch, zack, beide Spiele, die gefolgt sind, gewonnen. Krass, oder? Das ist das Ding. Comeback niemals untergehen hier halt. Also das muss man sagen. Es kamen sehr gute Spiele, sehr gute Spielzüge dabei. Auf jeden Fall. Also mir hat der Cosima-Play, glaube ich, am meisten gefallen von Jen. Extrem gut. Aber dann der Counterplay später. Ja. Mit dem Zurückziehen des Pokémons halt. Also wie gut war das bitte halt? Sehr viel Glück gehabt. Auch genau dann immer die Kopfwürfe gelandet. Ich meine, im Endeffekt durch die Zahlen beim Schlafen hat Geno noch wieder Zeit gekriegt, es noch irgendwie zu retten und zu drehen möglicherweise. Aber hat dann am Ende leider nicht gereicht. Da war der Verlust von Pamomo so früh, ohne dass es irgendwas machen konnte, zu starkes Headback. Definitiv, definitiv. Wir werden auch gleich noch mit dem Sieger sprechen, mit dem guten Norio. So, denn der Jute darf auch einen Booster hier öffnen, einen Preisbooster und hat sich damit den ersten Sieg auch geholt. Ich werde gleich tatsächlich aber halt auch noch gegen ihn spielen. Du willst gleich kurz mit ihm talken ein bisschen? Norio rennt schnell auf Toilette. Okay, okay. Er muss nochmal kurz auf Toilette, danach werden wir mit ihm sprechen. Dann kommt das Faket. Danach werden wir auf jeden Fall mit ihm sprechen und er wird auf jeden Fall ein Booster öffnen. Er kann sich eins davon aussuchen. Ich bin gespannt. Und dann schauen wir mal, was der Gute zieht. Aber man muss sagen, war sehr intens, aber halt auch sehr, sehr kompetent. Definitives Game, muss man sagen. Ich bin sehr, sehr begeistert. Ich habe mehrmals schon gedacht, oh, das ist jetzt durch und dann kam einfach wieder das Comeback. Also es war in jedem der drei Spiele unheimlich spannend, dass einfach, wenn du gedacht hast, ja, das ist jetzt eigentlich gelaufen und dann kommen einfach irgendwelche Spielzüge, mit denen wir beide nicht mal gerechnet haben. Nee, auf gar keinen Fall. Die ja jetzt so eigentlich auch ein bisschen erfahrener sind als Norio auf jeden Fall. Und ja, Geno hat auch mehr Erfahrung. Ich weiß nicht, ob sie es gesehen hat, aber da habe ich ja nicht mal mit gerechnet. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Hat dich überrascht. Also da auf jeden Fall sehr gewachsen schon an den Matches, die er gespielt hat. Da auf jeden Fall Chapeau an den guten Jungen. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gut halt. Wir werden aber gleich, wie gesagt, das war das erste Best of Three und das einzige Best of Three. Ja. Vielleicht doch ganz gut für die beiden, dass die anfangen. Auf jeden Fall hat Norio Glück gehabt, wenn es ein Best of Wann gewesen wäre, hätte das verloren gehabt. Das stimmt an der Stelle. Aber die Zeit spielt auch noch mit. Und da wir kein Zeitlimit haben, weil wir das eigentlich nicht so gut finden. Bei Tournaments normalerweise, bei Regionals oder bei Spezialevents hast du 50 Minuten Zeit für ein so ein Best of Three. Und da geht es sehr oft in die Ties rein, sehr oft in die Time rein und da fliegt man oder halt teilt man sehr oft an den Matches halt. So haben wir das einmal jetzt erlebt. So haben wir im Best of Three einmal gehabt und dann wird es jetzt gleich im Best of One reingehen. Mit sehr intensen Spielen, die dann auf denen sehr viel ruht dann, weil man hat nur dieses eine Spiel und wenn es da mal nicht läuft, ist das natürlich umso ärgerlicher, weil man dann nicht wie Norio noch die Chance hat, in den beiden anderen Spielen eben zu beweisen, dass man auch ein gutes Deck hat. Norio kommt gleich rein, Norio geht raus, Lukas, du musst weitersprechen dann. Alles klar. Gut, wir hören gerade auf dem Ohren, dass der gute Norio jetzt hier sein Siegerinterview mit dir haben wird. Bin ich schon mal gespannt. Dann werdet ihr gleich auf jeden Fall nochmal das Booster öffnen und ich mache ihn ready für meinen Kampf. Alles klar. Gleich wieder. Gucken wir mal, wo bleibt der Gute? Ich bin auf jeden Fall gespannt. In seinen Paketen und den Boostern beim Deckbuilding hat er ja, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, nicht allzu viel Gutes ausgearbeitet. Es war das Korreide und X dabei. Kannst du das jetzt wiederholen? Was machst du gleich auf? Aber erst mal kurz ein bisschen über das Spiel reden. Wie hast du es empfunden? Also hier in der Casting-Couch, wir sind abgegangen, als du deine beiden Male Kopf geworfen hast bei diesem Pokémon-Fänger. Was waren das für Spiele? Ich würde gerne behaupten, dass ich das mit Können rausgerettet habe, aber ich glaube, hätte ich da auch nur einmal Zahl gehabt von diesen Würfen, hätte ich keine Chance gehabt. Also gerade diesen Pokémon-Tausch, hätte ich den nicht gehabt, dann wäre es wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig ausgegangen. Vor allen Dingen im ersten Match habe ich ja einen relativ großen Fehler gemacht. Da hätte ich nicht auf meinen Ex-Pokémon gehen sollen, sondern einfach auf das normale Korreidon. Den Fehler habe ich dann in den nächsten Spielen nicht mehr gemacht. Aber dafür habe ich dann trotzdem eigentlich nur durch Glück gewonnen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will nicht sagen nur durch Glück gewonnen, aber du hast auf jeden Fall einen wesentlich größeren Vorteil daraus erspielt. Also es hätte dann gut noch anders laufen können. Ja. Aber ja, im Prinzip auch das, was wir gesagt haben, während wir gesessen haben, dann Korreidon X nicht sofort committen, um es dann zu riskieren, zu verlieren. Also da auf jeden Fall sehr gut, viel besser gemacht. Aber du hast gewonnen, du darfst jetzt einen von den Boostern hier aussuchen und aufmachen. Welchen möchtest du? Soll ich mischen? Willst du einen zufälligen? Willst du eins, je nachdem, was drauf ist? Ich nehme den mit den Startern. Du nimmst das mit den drei Startern. Alles klar. Alles klar. Die kommen zurück. Und dann mach mal auf, ich versuche die hinzustellen, ohne dass die die ganze Zeit wieder runterfallen. Oh Gott, jetzt oute ich mich wieder als Anfänger, weil ich das nicht aufbekomme, aber hier. So, da bleiben sie stehen. So, einfach hier so. Einfach mal aufmachen und aufreißen. Ja, reißen mal lieber nicht, das mache ich aber vorsichtig. Sehr gut, sehr gut. Wir wollen ja die Karten nicht kaputt machen, falls das Gutes dabei ist. Ja, klar. Dann sind wir gespannt. So, Müll kommt weg. Soll ich sie in die Kamera halten? Halten wir die Kamera. Wir haben einen Traundel. Dann ein Riolu. Sehr schönes Artwork. Ein Magneton. Auch ein sehr gutes Pokémon. Explosion, das kann sich quasi nur selber killen. Das hier ist der Grund, warum ich nicht Elektro spielen wollte, weil ich hatte nur Magneton und Magnetilo. Und das kann halt Explosion. Das macht 90 Schaden. Und macht sich dabei selbst 90 Schaden. Und es hat 90 Leben. Das heißt, warum soll ich dafür zwei Energie verwenden? Ja, ein Wumar. Habe ich auch noch nicht gesehen im Set. Oh, ein, was ist das? Ein Krypuk. Oh, auch noch nicht gesehen gehabt. Ein Hyperball. Der hätte dir natürlich geholfen, um die Nigiragi in den Friedhof zu kriegen. Ja, das ist, konnte ich kein einziges Mal ausspielen diese Taktik. Was haben wir da? Ein Psyopatra. Auch schön. Ein Slimer. Okay. Jetzt kommen wir langsam zu den spannenden Karten. Ein Ganovil in Reverse. Nächstes, kommst jetzt wird's. Okay. Jetzt ist, oh mein. Dreh das. Das ist doch nicht dein Ernst. Noch eins. Noch ein Koraydon-Ex. Der Koraydon-Ex-Master ist am Start. Ja. Was ist da noch hinter? Ich glaube, du kannst doch nicht einfach ein Koraydon-Ex aufmachen beim Bauen und dann, okay, da kommt es auf die Reiki. Stimmt. Ja, Leute. Ja. Der Meister des Glücks zieht sich die Pokémon mit einem Münzwurf und macht dann einfach ganz frech noch ein Koraydon-Ex auf. Ich fass es nicht. Ey. Ich hätte das gerne noch in meinem Deck. Ja, das glaube ich dir, dass du das gerne noch in deinem Deck hättest. Komm. Gut. Möchtest du mir kurz... Tun das mal hin? Bitte? Möchtest du mir kurz... Möchtest du es haben? Achso, nein, 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 nein. An den Decks wird es jetzt in nichts mehr gerüttelt. Ähm. Ja, aber ich glaube, wir kommentieren jetzt auch das nächste Spiel. Ich weiß nicht, ob, äh... Egal, ich warte. Du spielst ja jetzt gegen Dario. Richtig. Äh, Zero. Richtig. Gut. Glück gehabt. Dann, ähm... Ja. Ist Zero schon fertig soweit oder wie sieht es aus? Kommt jetzt erstmal nochmal dein Deck mit Bailonda und Koraydon-Ex, die Engine. Aber, äh... Sind die beiden jetzt schon bereit? Ich meine, wir haben das Deck durchgequatscht. Was erwartest du dir gegen Zero? Meinst du, du kannst das jetzt durch die Erfahrung, die du gesammelt hast, gegen Geno, ähm, weiter rausreißen oder? Also, wenn Glück kumuliert, dann wahrscheinlich. Ansonsten, ich glaube, er ist hier mit Abstand der fahrendste Spieler. Da habe ich davor besonders großen Respekt. Gut. Aber... Dann, äh, ab dafür. Wir gucken mal, äh, Geno ist bereit, um hier rüberzukommen und mit mir das nächste Spiel dann zu casten. Du machst dich bereit, gegen Zero zu spielen und wir schauen mal, wie das jetzt läuft. Best of One ist natürlich, äh... Wie wir eben schon erwähnt haben, eine etwas spannendere Geschichte, weil man kann eben nicht durch zwei Siege wieder zurückkommen. So. So. Geno am Start. Hi. Das geht. Wie fandest du die Spiele? Es war ja so unfassbar spannend. Es war anstrengend. Anstrengend. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Aber die Münzwürfe, ich kann mir vorstellen, sehr frustrierend für dich, oder? Super frustrierend. Also, ohne Mist, wie unlucky kann man sein. Oder besser gesagt, wie lucky kann man sein. Ja, das hat auch noch zweimal funktioniert. Wenn es in einem Spiel klappt, okay, denkt man sich, im nächsten Mal kriege ich das dann hin und dann macht das einfach nochmal. Ja. Frechheit. Also, ich bin auch ein bisschen immer noch sauer auf meine Mistplays, die ich gemacht habe, ist mir auch instant aufgefallen danach. Ja, aber immerhin dann gelernt wir es daraus. Aber es gehört dazu. Ja. Gut, da sind auf jeden Fall die beiden. Norio gegen Zero. Ich bin gespannt, wie das jetzt läuft. Haben das Deck von Norio schon ein bisschen in Action gesehen? Mal gespannt, was das Deck von Zero macht. Wir sehen schon auf jeden Fall eine Pflanzenenergie. Also, willst du da wohl ein bisschen Vivilion Action geben? Mischen die Decks und fangen an. Meinst du, er schafft das jetzt nochmal? Sehen wir nochmal diesen Poketausch mit... Mit einem Kopfwurf. Einen großen Respekt für ihn da? Also, Norio hat die beste und extremste Lernkurve hier. Also, das ist keine Kurve, das ist ein Strich nach oben. Das ist ein Hochhaus. So, da wird gewürfelt, wer anfängt. Zahl. Das heißt, Norio darf sich aussuchen, wer anfängt. Die ersten 7 KM werden gezogen und, ja, scheinbar beide, die bei Londa-Engine, also bei Zero einmal Pflanze plus Wasser, sind da Basis-Pokémon auf der Hand. Zero auf jeden Fall schon mal eins im Indien. Bei Norio sehe ich auch ein Nigiragi. Ist nicht das Pokémon, das man nach vorne legen möchte. Also, man möchte sie eigentlich auf dem Ablagestapel haben, aber ungern einen Preis dafür bezahlen. Norio aus Versehen die Preise angeguckt oder nicht wirklich gesehen. War eine knappe Geschichte. Zero winkt das dann ab, alles gut. Äh, pala. Und da geht es los. Quacks auf der Seite von Zero und... Ach, es war auch ein Quacks. War gar nicht ein Nigiragi. Ah, ich habe ein Quacks. Habe ich das falsch gesehen. Soll auch passieren. Gut, also, ähm, selbe Voraussetzung für beide. Direkt ein Nestball von Zero. Was kommt da? Es wird wahrscheinlich kein Nigiragi sein. Ich glaube, er sucht was Grünes. Sucht was Grünes? Oder ein zweites Quacks, um, äh, da einmal ein zweites... Doch, er hat ja hier was ganz Besonderes auf der Wand. Da war auf jeden Fall, äh, die Entwicklung bis zum Vivilion hin. Aber er nimmt tatsächlich ein zweites Quacks. Oh. Oder doch nicht. Also er hat es nach vorne gelegt, aber noch nicht benutzt. Ja, da liegt es, alles klar. Es wird gemischt, das heißt, Quacks ist final. Was hältst du davon? Ich hätte nicht erwartet, dass er Quacks nimmt. Vielleicht möchte er gleich zu Beginn, äh, die bei London Engine für beide aufbauen. Und damit er die später auf Maximum nutzen kann. Doppel bei London Engine ist natürlich stark. Kann damit theoretisch drei Energien pro Zug legen. Aber das Ding ist, er muss die halt auf der Hand haben. Das stimmt. Und ist die Frage, ob er da seinen Händen nicht zu viel zumutet und ob ein Ballon da nicht gereicht hätte. Legt auf jeden Fall noch ein, äh, Hiraschai auf die Bank und gibt ab. Und Norio kopiert das quasi direkt mit einem Nestball. Sucht sich Choraidon-Ex. Da wird gleich gecheckt, ob man EX es suchen darf mit einem Nestball. Ja, Nestball sagt nur Basispokémon. Choraidon-Ex ist ein Basispokémon, also kann das safe machen. Und spielt direkt einen zweiten Nestball und sucht sich damit wahrscheinlich das normale Choraidon. Wahrscheinlich. Ja, da ist es. Man hat es kurz gesehen. Damit die beiden Kampfpokémon in seinem Deck direkt im ersten Zug auf der Bank. Oh. Einmal kurz, äh, Info an die Regie steht immer noch 0-1 unten. Da hat Norio anscheinend schon gewonnen, so wenn ich hingeguckt habe. Ist das Foreshadowing oder einfach nur ein Fehler? Man darf gespannt sein. Ähm, ja, Norio mischt noch entspannt. Mischen sehr wichtig, weil man möchte ja nicht, dass irgendwas zusammenliegt. Deswegen da auch ordentlich drauf achten. Ich war extrem beeindruckt von seiner Mischtechnik. Ja, auf jeden Fall. Die sieht so smooth aus. Das ist ja was, was eigentlich auch erst mit der Zeit und der Erfahrung kommt, wenn die Bewegungsabläufe quasi zu Automatismen werden. Aber er mischt einfach direkt wie ein Profi. Ich sag's dir jetzt schon, der holt heute den Pokal. Ja, ich fühl das irgendwie. Du bist da nicht die Einzige, der das gesagt hat. Auch hier, äh, Paul direkt gesagt, ja, nee, ich glaub, Norio gewinnt es. Und ich hab gesagt, ja, komm, am Hintern, als ob Norio als der Anfänger-Underdog jetzt hier direkt den Pokal mit nach Hause nimmt. Aber nach den ersten Spielen, die ich hier von ihm gesehen hab, muss ich leider sagen, das ist nicht mehr so unwahrscheinlich, wie ich das mir gedacht hab. So, er legt da noch ein, äh, eine Karte vorher an. Und zieht sieben neue Karten. Hat er wieder eine Energie abgeschmissen, anstatt die anderen Pokémon anzulegen? Ich hab leider gar nicht drauf geachtet. Aber es könnte sein, es könnte sein. Aber das war auch etwas, das er in einem Spiel gegen dich gemacht hat, wo wir uns gewundert hatten. Und hat Energie nachgezogen und wieder, ach, da, nein, da liegt sie. Unter dem Pokémon. Dann ist ja alles gut. Also auch hier wieder aus den Fehlern gelernt, ob bewusst oder unbewusst. Und da sehen wir Fruentente bei Zero. Spielt allerdings einen Hyperball. Oh. Ah, doch nicht. Nee, ein Hammer. Oh, ein Hammer. Und würfelt direkt einen Kopf und weg ist die Energie wieder. Natürlich so früh im Spiel sehr gut, um den Gegner auszubremsen. Und da es eine Wasserenergie und keine Kampfenergie ist, kann er den auch mit der Kräule und Echstlichkeit nicht wieder aus dem Friedhof holen. Und da kommt schon der erste Knirps. Ja. Fruentente noch gelegt, Energie drangepackt. Der Rest hilft gerade nicht. Also ab, zurück ins Deck damit und fünf neue Karten gezogen. Items könnte er noch spielen. Er könnte Basispokémon auf die Bank legen. Und? Ah, da kommt er. Ja. Da ist es. Ich habe wieder vergessen, wie es heißt. Papier? Pummel? 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 Wird gleich bestimmt angezeigt. Und, ah, Pupon? Nein, Pupon schon ist Stufe 1. Da, ein Pummel. Pummel ist es. Pummel. Ein Wurmpol, aber Pupon schon direkt rein. Und das wird natürlich sofort entwickelt. Ja, durch die Fähigkeit anpassungsfähige Entwicklung. Und ich glaube, er weiß, was er anpacken wollte. Ah, da hat er schon versucht, noch ein Vivilion sich zu suchen für den Pokéballwürfeltier, aber leider Zahl darf sich kein Pokémon raussuchen. Ja, anpassungsfähige Entwicklung. Eine richtig coole Fähigkeit. Dadurch, dass man einfach nicht warten muss, bis man es entwickelt, einen Zug, sondern einfach direkt drauf, drauf, entwickelt, zack, fertig. Macht dann einen Regenplatscher und 20 Schaden auf das gegnerische Quacks. Norio zieht dann, haut direkt eine Nemilia raus, zieht drei Karten, drei Energie auf der Hand. Wenn er es also irgendwie hinkriegt, vielleicht mit einem Sonderbonbon. Gleich mit dem Hübeball rein? Ja. Nee, überlegt noch. Könnte da natürlich die Kampfenergie mit abwerfen. Oh, ja stimmt. Hat auch ein sehr starkes Item, um Energie eben zu tauschen. Ja, er guckt sich die Energie an. Er ist sich noch nicht ganz sicher, ob er es machen will, aber die Idee ist auf jeden Fall schon... Info unten, die Punktestand heißt jetzt, wer wie viele Wins hat. Norio hat einen Win, weil wir ja nur noch einen Match haben. Ja, kurze Info von der Regie. Der Punktestand unten ist jetzt nicht mehr der Punktestand im Match, sondern wie viele Siege der jeweilige Spieler im Turnier schon bekommen hat. Also 0-1 weiterhin korrekt durch den 2-1-Sieg von Norio im vorherigen Spiel. Der EP-Teiler kommt auf Khuraidon X und gibt ab. Die Energie wieder auf das normale Khuraidon und quacks quasi die arme, einsame, kleine Ente, die sich von der größeren Fuentente mit Wasser beballern lässt. Ist das ein Nestball von Zero? Also sucht er sich da das nächste Pokémon? Ist sich noch nicht ganz sicher. Er hat... Ich habe wieder vergessen, wie der für scheißt. Nach vorne überlegt noch, aber... Nein, nimmt ihn. Wir warten mal drauf, dass der angezeichnet wird, wie er heißt. Knierfisch, glaube ich. Knierfisch? Knierfisch. Knierfisch. Ein Pokémon, in dem man sich, wenn ich mich nicht vertue, auch Wasserenergie aus dem Deck suchen kann, dass man dann im nächsten Zug mit bei Londa an die Pokémon anlegen kann. Auch eine gute Engine, die miteinander ist energiert. Auf jeden Fall. Hat allerdings keine zweite Energie gehabt und bleibt dann beim Regenplatscher von Fuentente. Mittlerweile schon 40 Schaden auf Quacks, damit mehr als die Hälfte. Also wenn er noch zweimal angreifen kann, dann ist er hinüber. Aber da sehen wir mit dem Jim ein Fuentente, so wie bei Londa von Norio. mischt sein Deck und dann wird wohl direkt Fuentente da draufgelegt und mit den 100 HP dann ein bisschen sicherer direkt besiegt zu werden. Allerdings, wenn Zero da zwei Energie auf das Fuentente draufkriegt, mit dem Drehtritt 70 Schaden, wäre das dann trotzdem besiegt. Also ist noch nicht ganz in Sicherheit. Aber ein bisschen sicherer als vorher. So liegt eine Energie daran. Er weiß genau, selbst wenn Zero es besiegt, ist die Wasserenergie durch den EP-Teiler direkt auf Kurai-Don-X, überlegt noch, ob er was macht und haut einen Regenplatscher zurück. Zero zieht für seinen Zug und eine zweite Wasserenergie und hat mit einem weiteren Regenplatscher noch mal 20 drauf, sind jetzt bei 60 von 100 HP. Eine Nimidia bei Norio zieht drei Karten, irgendwas Gutes dabei. Ich sehe einen Quacks, ich sehe eine Energierückgewinnung oder... Perfekt. Auf jeden Fall... Bylonda, da kommt die Energie so, die Energie für die Fähigkeit und dann... Oh, möchte er mit dem Bylondo angreifen. ...kommt einfach aus dem Nichts... ...der Angriff... ...von seinem Bylonda und... ...dann ist auf einmal Zero's Fuentente Geschichte. Und jetzt sitzt er da mit vier Pokémon ohne Energie, zieht eine und das ist natürlich sehr schwierig, da zurückzukommen, war längere ein bisschen ahead und der Hydro-Kick hat das einfach mal wieder komplett gedreht. Was macht er jetzt? Er wird wahrscheinlich die Attacke mit dem Knie... Er greift mit dem Knie verstand. Eine Farbaufladung, durchsucht sein Deck nach drei Basis-Energie-Karten und nimmt sie in die Hand, hat jetzt aber selber leider kein Bylonda mehr und auch, solange er jetzt nicht Bylonda plus ein Sonderbaum auf der Hand hat, nicht die Möglichkeit ist, aber man sieht das Sonderbaum, das heißt, wenn er das Bylonda hat, die Möglichkeit, das noch zu entwickeln direkt. Die Frage ist, war dieser erste schnelle Angriff... Oh, da fliegt die Münze über den Tisch. Der Münzwurf... Daneben... Gucken wir mal... Und es ist wieder Kopf! Drei von drei! Der ist so lucky! Das gibt es doch nicht! Ja... Ja, was macht er jetzt noch? Was muss er jetzt eigentlich noch machen? Er kann einen weiteren Hydro-Kick machen, besiegt das zweite Pokémon von Zero, kann noch eine Energie anlegen, glaube ich, hat dafür nicht gemacht, hat aber auch keine auf der Hand... Ähm... Ja, und weg ist das nächste Pokémon von Zero. Das ist natürlich das, was wir gerade gesagt haben, beim Best of Three ist so ein Spiel zwar ärgerlich, aber man hat immer noch die Chance, es irgendwie wieder zu drehen, aber ähm, da jetzt zurückzukommen ist natürlich sehr schwierig. Forschung des Professors zieht sieben neue Karten, muss zwei der drei Energiekarten, die er eben umgezogen hat, direkt wieder wegwerfen und hat ein Franchenter, also vielleicht noch die Möglichkeit, da im nächsten Zug was zu machen, aber, uh, noch ein Nestball, hat aber schon ein Purmel auf der Hand, also bringt ihm der jetzt nicht wirklich was, um ein weiteres Purmel zu suchen, hat da sehr viele Basis-Pokémon, aber nicht wirklich was, was er damit machen kann. Sucht er nach einem Quacks? Ah, natürlich. Ja, natürlich sucht er nach einem Quacks. Aber die Frage ist, kann er jetzt noch irgendwas gegen Norius bei Londa machen? 140 Schaden in jeder Runde sind eben eine Bank, wenn man da nur irgendwelche Stufe 1 oder 2 Pokémon-Digen hat, äh, Stufe 1 oder Basis-Pokémon-Digen hat, die nicht mehr als 100 Lebenspunkte haben. Und der Knierfisch kann leider nicht alles tanken. Ja. Mit 100. Selbst der Knierfisch überlebt eben leider diesen Angriff nicht. Schwierige Situation, das wird ihn ärgern. Oh mein Gott! Er hat tatsächlich einen zweiten! Oh mein Gott! Wir haben die ganze Zeit gedacht, er hat nur einen, aber das ist doch nicht dein Ernst! Kann mal einer bitte diese Münze auf Gewichte kontrollieren? Zieht das French Engine nach vorne, damit die einzige Möglichkeit von Zero da irgendwie noch Energie an seine Pokémon zu kriegen und das bei Londa zu finishen? Also Norio nimmt die komplette Strategie von Zero einfach obs. Aber ich sag mal so, das kann ich ewig anhalten, dieses Glück, vielleicht schaff ich's ja. Kann diesen Jungen irgendeiner aufhalten? Also irgendwann muss es aufhalten. Ist das denn die Möglichkeit? Oh mein Gott! Na gut! Ähm, ja, damit ist auch das Frenzente jetzt per Hydro kick direkt in den Ablagestapel, aber mit dem Wellenplatscher von Knierfisch jetzt wenigstens endlich mal Ballon da besiegt. Das Problem ist allerdings, dahinter liegt direkt ein Choraidon X, das nicht weniger Probleme hat, da weiter Schellen zu verteilen. Hat wenigstens das Dachteil, dass es nur einmal angreifen kann und danach erstmal eine runde Pause braucht. Oh. Aber da kommt ein Knirps, Zero mischt seine Hand wieder in das Deck. Und mal schauen. Auf jeden Fall weiß er, jetzt ist Schluss erstmal mit bei Londa. Das Problem ist... Aber meinst du, Norio packt noch den dritten Pokémon-Fänger? Oh, der Pokémon-Fänger kommt zurück! Das Problem ist, was wird er damit machen? Oh! Kopf, natürlich! Er holt das IX nach vorne für die zwei Price-Karten. Ja, aber... Muss er, muss er! Oh! Und natürlich ein guter Punkt! Ähm... Hat nur zwei Energien und er müsste die Energie von der Hand auf Choraidon X legen. Was? Er holt nicht das... Von daher, äh... Ja, 60 Wellenplatscher. Ist damit schon mal halb besiegt und, ähm... Ja, Norio zieht drei Karten und wenn eine Energie dabei ist, kann er einfach eine Energie an Choraidon legen, es zurückziehen und dann mit bei Londa wieder angreifen. Und damit wäre die letzte Preiskarte in seiner Hand und er hätte das Spiel gewonnen. Die Frage ist, sieht er dieses Play oder versucht er irgendwas anderes? Hat die Energie in der Hand, guckt sich die Karte an, was sind die Rückzugskosten, was sind die Angriffskosten? Was macht er? Legt sie dran? Wo? Schritt Nummer eins auf dem Weg. Oh, da ist Zero sogar so nett und zeigt nochmal auf die Rückzugskosten und... Er hilft ihm. Er hilft ihm. Oh! Zieht es zurück, ja. Ehrenvoll. Ehrenmann, der Zero, versucht es dann nicht länger herauszuzögern oder durch Unwissen seines Gegners und... Oh, und das ist das Game. Ist das Game für Norio? Das war mal eine schnelle Klatsche, aber, ähm... Das ist doch wieder nicht wahr. Ja, zweimal diesen Pokémon-Fänger und zweimal würfelt der Kopf. Also, das ist... Also, Norio dachte sich einfach Bosses Order? Habe ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ich würfel einfach immer eine Münze, zack, zahl und holt einfach das nächste Spiel. Das ist doch... Also, wirklich. Ja, und, äh, wir haben es angekündigt. Best of One. Norio einfach, äh, mal eben jetzt schon zwei Siege. Und damit auf bestem Weg da wirklich sich die Champion-Trophäe zu holen. Also, schwierig. Ja, der Underdog einfach. Schmerzt da deine Niederlage gegen ihn noch ein bisschen mehr? Da denkst du dir, ja mein Gott, guckt euch doch an, ich hätte eh nichts machen können. Nee, was, was, ich bin richtig stolz auf ihn. Ich bin der größte Norio-Fan gerade. Ja, also, Norio-Fanboys unite. Also, der Chat ist da auch ein bisschen... Alle mal Herzchen für Norio in den Chat. Bitte. Ja, Ehrenmann, Boss, Odds als Item Card im Deck. Damit kann man nur gewinnen. Da hat, äh, scoren wir natürlich recht. Und, ähm, ja, wir machen mal ein kurzes Päuschen. Ja. Einer der heutigen Sponsoren ist FlexiSport. Ohne FlexiSport wäre dieses ganze Projekt der Zero Championships nicht möglich gewesen. Denn um dieses Event überhaupt möglich zu machen, brauchten wir einen Tisch. Und wir brauchten einen höhenverstellbaren Tisch. Und da kam FlexiSport auf uns zu und hat uns gerettet. Eine gute Haltung beim Arbeiten als auch beim Spielen ist sehr wichtig. Jedoch kann man mit den Schreibtischen von FlexiSport das Ganze auch im Stehen machen. Da ich die meiste Zeit des Tages tatsächlich an einem Schreibtisch sitze, arbeite oder sogar spiele, bin ich sehr froh, endlich einen höhenverstellbaren Tisch zu haben, der mir das Ganze erleichtert und ich nicht unbedingt die ganze Zeit sitzen muss. Denn das ist auf Dauer nicht wirklich gesund. Wenn ihr also einen hochqualitativen Tisch haben wollt, der höhenverstellbar ist, kann ich euch FlexiSport sehr ans Herz legen. Wenn ihr den Kanal und natürlich das Projekt der Zero Championships supporten wollt, klickt gerne auf den Rev-Link, den ihr in der Beschreibung oder im Chat findet, um uns zu supporten. Vielen lieben Dank nochmal am FlexiSport und nun werden wir den Gewinner der Zero Championships hoffentlich krönen. Eieiei, wir waren gerade noch auf dem Schlachtfeld. Jetzt sitzen wir hier, Jungen. Boah, also ich hatte am meisten Angst vor dem Spiel. Ich auch! Weil das kann voll in die Hose gehen, aber auch richtig brutal gehen und du hast gezeigt, dass es brutal nach vorne gehen kann halt, indem du halt einfach sehr gute Karten hattest. Ich habe vielleicht einen kleinen Fehler gemacht, als ich gesehen habe, du hast Fouyente als auch Bailonder gesucht, habe ich die zweite Energie angelegt an meinem Fouyente, was eigentlich keinen Sinn macht, weil du es halt finischen kannst, wenn du genug Energien auf der Hand hast. Was jetzt nicht unglaublich gemiddert hat, weil du halt deine Choraidons hattest, du hattest halt auch schon das Bailonder und dadurch warst du einfach ultra ahead und hast damit einfach gut Druck aufgebaut. Und du hattest wieder sehr viel Glück, Coinflux, alle gewonnen. Alle! Ich hatte auch am Ende Glück, aber da hattest du halt die Energie und konntest halt finischen. Das war egal. Du bist einen Schritt näher, diesen Pokal mit nach Hause zu nehmen heute. Mhm. Du bist heute derjenige mit zwei Siegen bisher. Und da du jetzt noch einen Sieg eingefahren hast, kannst du nochmal ein Boosterpack öffnen. Welche nimmst du? Sehr gerne. Ich hatte gerade jeden im Starter, dann nehme ich mal das hier mit dem Garados. Nimm mal das Garados, genau. Das sieht cool aus. Und da habe ich jetzt nochmal einen Choraidon X drin. Genau. Wir haben gerade den Partner des Dreams gesehen, FlexiSpot. Und vielen lieben Dank nochmal an FlexiSpot, dass sie uns hier supporten. Habt ihr ja gerade auch schon gehört. Sehr, sehr cool. Der Tisch, auf dem wir spielen, muss man sagen, ist geil, oder? Ist richtig geil. Ist richtig geil. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal zeigen, wie das Ganze im Stehen funktioniert später. Aber dazu, wie gesagt, in der Zukunft mehr. Alter, ich muss euch sagen, ich bin ein bisschen sad, sag ich mal, dass ich halt nicht mehr gezogen habe. Ich hätte gern noch ein cooleres Match gehabt. Aber das Ding ist ja, nach dem ganzen Event können wir ja auch nochmal spielen. Auf jeden Fall. Das ist ja auch noch drin. Von daher, nicht verzagen. Und ich habe hier noch ein paar Games vor mir, genauso wie du. Du hast noch eins. Wenn möglich sogar noch eins, durchs Finale. Kann möglich sein. Vielleicht sehen wir uns da ja noch, wenn die anderen beiden auch nochmal nicht so gut performen. Wir schauen mal. Hoffentlich. Aber ja, dann zeig mal, was du an deinem Booster hast jetzt hier. Ja, auf jeden Fall. Wie gerade eben werde ich es wieder in die Kamera halten. Ja, hoffentlich. Ich bin jetzt geübt darin, die Booster aufzumachen. Schauen wir mal, was du hier hast. Die Kamera stellt es nicht ganz scharf. Ne, ist auch manueller Fokus. Ach, alles gut. Kann es einfach abziehen. Ich glaube, die Leute sehen es, was es ist. Dann gehst du einfach durch. Vielleicht hast du Glück und ziehst eine gute Karte. Kannst zwar nicht mehr spielen damit, aber ich würde sagen, so eine Altart oder eine Goldkarte oder ähnliches wäre auch sehr gut. Schauen wir mal. Finde ich auch cool. Eine Mimi kam sehr, sehr gut bei Jen. Oh ja. Warte, ich kann die Karte noch abnehmen. Ja, ja. Das wäre super lieb. Dann lege ich die alle in deine Hand. Dann lege ich sie mir alle in die Hand rein. Hier, nimm sie. Noch mal einen Kripuk. Kripuk kennst du auch, ne? Ja, ja. Das hat ja Cynthia in Diamant und Pearl damals gespielt. Richtig, richtig. Ultraball. Noch einen. Dann haben wir einen Flatütü, glaube ich. Alles klar. Und? Zango. Oh, der war, das war wirklich gefährlich in dem Spiel mit. Das war sehr gut das Ding, ne? Also das war wirklich richtig gefährlich. Hat dich zum Schwitzen gebracht. Hast du noch? Ich hab da richtig bereut, dass ich meine schwachen Pokémon einfach zur Sicherheit auf die Bank gespielt hatte. Weil das hätte mir echt, echt ein Verhängnis werden können. Hat sie richtig gut ausgenutzt, muss man sagen. Oh. Und, oh, eine seiner Favorites. Also die Weitermieglerform von Mankey, die neue. Epitaph. Mega cool. Nicht bad, nicht bad. Und am Ende eine Energie, aber ... Ist jetzt nix besonderes. Ja. Hat man, hat man immer. Hat man. Nee, aber wie gesagt, extrem gut gespielt, muss man sagen. Der bessere Spieler, oder der mit dem mehr Glück, muss man an der Stelle auch sagen, hat gewonnen. Nicht der bessere Spieler, definitiv nicht. Der bessere Spieler in der Runde. Ja, ja. Okay, aber hättest du meinen Choraidon gezogen in den Booster-Packs, wäre das Ganze anders ausgegangen. Ich hatte einfach extremes Glück. Weiß man nicht. Vielleicht wäre es auch geprized gewesen bei mir. Das ist immer das Ding. Es ist halt immer so ein Ding, jeder kann gewinnen. Ich hab jetzt ein bisschen Erfahrung, du hast jetzt noch gar keine Erfahrung gehabt, trotzdem hast du gewonnen. Das ist das Ganze all about my privilege. Jeder kann mitmachen, jeder kann gewinnen und jeder geht hier irgendwie rein. Sobald du weißt, wie die Regeln funktionieren, kannst du auch performen. Und ich würde sagen, wir haben zwei Leute jetzt hier bei uns, die mit uns spielen. Und zwar Lukas als auch Jeno. Jeno hat sehr gut performt gegen dich. Lukas bisher, wir haben ihn nur gehört, hat aber auch eine sehr gute Figur gemacht. Und was man sagen muss, der Mann hat Ahnung. Und der Mann ist kompetitiv. Und der Mann will gewinnen. Absolut. Absolut. Von daher schauen wir mal, wie das laufen wird. Da sehen wir die beiden schon. Der CoinFlip entscheidet. Ich werde mal ganz kurz hier nochmal zum PC gehen und den Chat anmachen. Weil ich will natürlich gucken, was die Leute gerade so ein bisschen schreiben. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn? Im Stehen oder Sitzen zocken? Ja natürlich. Alles. Alles. So sieht's aus. Falls ihr es machen wollt, Flexibot macht es möglich. Aber das ist echt so. Kennst du ja auch, wenn man die ganze Zeit sitzt, entweder man lernt für die Uni oder man arbeitet oder man schneidet Videos. Alles mögliche. Allein hier gerade. Ich war so dankbar, dass du danach gesagt hast, ey wir machen nur noch das Best of One. Weil mein Rücken war echt nach einer Zeit so, dass ich dachte, okay wir können jetzt mal auch langsam uns mal auf das bequeme Sofa begeben. Das ist es halt. Es ist halt sehr anstrengend auf Dauer halt. Ja. Und deswegen unterschätzt das auf gar keinen Fall. Wenn man mal so eine Stunde im Stehen arbeiten kann oder ähnliches. Sehr, sehr vom Vorteil. Mach ich auch zu Hause. Also definitiv. Super angenehm. Dafür ist es auf jeden Fall da. Und wenn ihr euch das angucken wollt, wie gesagt, gerne in der Videobeschreibung oder im Chat abchecken. Aber gut, wir haben hier das Deck Knattertocks gegen Bylonda. Knattertocks haben wir noch gar nicht gesehen heute. Kann aber auch mit seiner Fähigkeit, knatternder Motor, viele Handkarten einem geben. Eine Energiekarte von der Hand auf eine Ablagestapel, sechs Karten ziehen. Das kann ganz, ganz böse enden. Ja. Also es ist auch nur eine zweite, also eine Entwicklung Phase eins. Dagegen Bylonda Phase zwei. Wie du gesehen hast bei mir, es hat sehr lange gedauert, bis ich Bylonda, ich habe es ja nicht mehr hingekriegt. Ja. Es war halt einfach so schnell weg, dass ich nichts machen kann. Und wir starten hier rein mit Parmo, Jens Signaturen und Lukas Krawalow oder wie heißt der Vogel? Ich glaube irgendwie schon so, ne? Und was der macht, das weiß ich gar nicht. Und Jen auch nicht. Die muss ich denen erstmal durchlesen. Krawalow. Ich will gerade näher in den Bildschirm gehen, aber... Du suche dein Deck nach bis zu zwei Basispokémon und lege sie auf die Bank. Okay. Das ist schon mal ganz okay. Und fliegen. Wirf eine Münze. Bei Zahl hat diese Attacke keine Auswirkungen. Verhindere bei Kopf. Während des nächsten Zuges seines Gegners allen Schaden durch und alle Effekte von Attacken. Ach du Heilige. Das heißt, der ist danach komplett unverwundbar, wenn ich mich nicht recht irre, oder? Allen Schaden und alle Effekte? Ja. Der kann keinen abzukriegen. Ja. Das ist gar nicht so schlecht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, am stärksten finde ich wirklich den Familienruf. Weil dadurch kann er ohne Probleme seinen Start auf die Hand nehmen und wenn er dann irgendwas in die Richtung Sonderbombung hat oder gerade Jim, wodurch er dann sehr schnell die Entwicklung auf die Hand bekommt, kann er sich einen großen Vorteil erspielen. Definitiv, ja. Also vielleicht eine kleine Karte, die einen großen Unterschied machen kann. Die Endentwicklung von Parmo ist das, wovor ich hier am meisten Angst habe, weil mein Typvorteil mir dabei nichts bringt. Gar nichts. Weil er halt 230 macht und das trifft gegen Corridor und halt einfach komplett weg. Ja. Und dann verlierst du zwei Preise, deinen stärksten Attacker und gleichzeitig auch höchstwahrscheinlich das Match. Ja. Jen sucht jetzt hier mit dem Nestball, wie es aussieht, einen Quacks, wenn ich das richtig gesehen habe. Holt sich damit ihre Engine. Ich habe ja auch das Knirrfisch bei mir im Deck. Finde ich auf eins ganz okay, um halt Energien zu suchen für das Bylonda. Kann auf Langzeit funktionieren, aber wenn es in der Active Position ist, verlierst du es halt auch sehr schnell und ein Preis geht weg. Und da musst du halt auch aufpassen. Was ich an dem Deck von Jenno so genial finde, dass wir bei der Endentwicklung von Quaxel, ich hoffe, das ist jetzt der Name nicht, dass ich das jetzt ganz falsch im Kopf habe. Quaxel ist der deutsche Name, genau. Ja, genau. Dadurch kann man sehr, sehr schnell Energie anlegen und Parmo, die Endentwicklung, verbraucht sehr viel Energie. Das ist eine sehr, sehr schöne Synergie, um eben durchgehend die Endentwicklung von Parmo auf dem Laufenden zu halten, damit man eben weiter angreifen kann. Ich glaube, tendenziell hat dadurch Jenno gegen Lukas einen Vorteil. Definitiv, weil du kannst halt mit Parmo, wie du sagst, aus dem Deck eine immer holen. Und wenn du die Energien auf der Hand hast, hast du immer safe jeden Zug, die 230, die du abziehen kannst, bis du keine Energien im Deck oder in der Hand hast. Natürlich muss die Voraussetzung stimmen, dass du die Energien hast in der Hand als auch im Deck, aber bei ca. 15 Energien, die man spielen sollte, hat man da, glaube ich, die Möglichkeiten. Und jetzt kommt es heraus, also Parmo hat die erste Energie. Hittet hier für Weakness mit leichter Heap, 20 Schaden auf den guten Kravalloro. Absolut. Aber der Kravalloro kann danach entweder mit Familienangriff, na, es wird wohl Erde fliegen, weil die Energie liegt, glaube ich, auch da unten auf Schanera. Das heißt, er kann gar nicht mit Fliegen angreifen, sondern nur mit Familienangriff. Und da ist die Frage, ist das Lukas' Plan? Also, ich bin mir relativ sicher, dass er auf die Endentwicklung von Parmo hinaus möchte, weil es eben höchstwahrscheinlich auch in seinem Deck der Signature-Move ist. sein wird. Definitiv, ja. Allerdings bin ich gespannt, was er da mit seinem Schanera vorhat. Das Schanera kann sich entwickeln, Haithera hat er ebenfalls im Deck. Oh. Er spielt zwei Schanera und ein Haithera. Haithera hat nicht nur viel HP, ich glaube, über 150 oder sowas war es. Ja. Und es kann, glaube ich, 150 Schaden drücken und dabei, genau, 150 KP und 150 Schaden. Verhindere alle, ne, verschiebe alle Energien von diesem Pokémon auf eins deiner Bank. Das heißt, du kannst mit ihm angreifen und es safe für, sag mal, wenn es irgendwie erledigt werden sollte im nächsten Zug, kannst du die Energien auf ein anderes Pokémon legen. Nicht schlecht. Problematisch ist nur dabei. Ich sehe es jetzt hier nicht ganz, aber wenn der Rückzug über ein, zwei Energien ist, kann es auch noch ein bisschen dauern, bis man diesen Vorteil dann wieder ausspielt. Außer er hat die Karte, wodurch er das Pokémon auf die Hand nehmen kann. Definitiv. 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 Aber sehr, 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 sehr krass halt, ey. Also ich sehe da zwei unterschiedliche Taktiken, die beide funktionieren könnten. Jetzt gerade sind alles noch, ich sag mal, noch die ersten Entwicklungen, aber spätestens jetzt sollte sich was entwickeln. Wenn wir mal gucken, was Jenna auf der Hand hat. Bisher eine Energie Attached für Turn. Sie hat, ich glaube, einen Tausch oder sowas in der Hand. Kann nichts machen. Keine Entwicklung, kein gar nichts. Außer mit Sango Attacken. Oder? Aber. Kann Sango Attacken mit? Ja, das hat doch... Ah, nee. Sango braucht zwei Energien. Zwei, das braucht zwei. Das heißt, oh, Sango ist jetzt im Active Spot. Was kann Lukas jetzt dagegen machen halt? Aber, er wird wahrscheinlich das Sango jetzt nicht vom Feld bekommen können. Auf gar keinen Fall. 110 HP ist noch zu viel. Und er hat bisher nur eine Energie auf Scharnera, wenn ich das richtig sehe. Und eine auf Krawaloro. Jenna sichert sich hier sehr viel Kontrolle über das Spielfeld, weil sie sprichwörtlich entscheiden kann, gegen welches Pokémon sie gerade von dem Lukas kämpft. Definitiv halt. Und das hat ihn richtig in die Bredouille gebracht. Und man sieht es auch bei ihm. Er hat sehr, sehr viele schwache Pokémon auf seinem Feld. Jenna könnte theoretisch jedes Mal wegzerren und immer wieder ein schwaches Pokémon durchrotieren und sich fast so die ganzen Preiskarten holen. Und Lukas muss halt immer sich entscheiden, okay, will ich das Pokémon zurückziehen mit einer Energie? Ja. Ja. Aber es wird am nächsten Zug wahrscheinlich wieder getauscht werden. Da ist das Ding. Was? Und dann nochmal die 30 Schadenspunkte. Die kommen dazu halt. Und das stakt sich mit der Zeit. Ja. Und Jenna kann in der Zeit ihre Pokémon setupen. Lukas halt auch. Aber hat natürlich das Ding, dass seine Pokémon immer wieder hin und her getauscht werden. Oh, wir sehen ein Vivillon jetzt mit einer Energie. Da unten. Vivillon, gutes Pokémon. Lukas hat auch einige Energie in der Hand, muss man auch sagen. Ja. Er retreatet für das Vivillon. Hat es zwei Energien bisher oder hat es nur eine? Kravallo wird zurückgezogen. Er hat zwei drauf. Zwei Energien? Ja. Dann macht das Vivillon, glaube ich, 110 Schaden plus einen speziellen Zustand. Oder? Schauen wir mal. Nee. Er setzt so den Wunderstaub ein. Er macht Wunderstaub und damit kann er den speziellen Zustand triggern, wenn er Kopf kriegt. Und er schafft das. Das sah ganz danach aus. Und ich glaube, er kann sich jetzt für Schlafparalyse, Gift, Verbrennung, alles entscheiden. Und es sieht aus... Ja, wie sieht's aus? Was ist das Ding? Was haben die jetzt gemacht? Das ist die Frage. Also, ich glaube, sie haben wieder die Taktik mit dem Schlafen eingesetzt. Paralyse. Oh, Paralyse. Oh, Paralyse. Da müsste Jen Sango einmal zur Seite... Einmal auf die Seite legen, sozusagen. Ja. Einmal so zur Seite legen, dass man weiß, dass es... Ja, da wird's nochmal gerade angemerkt. Ja. Es muss einmal so zur Seite geflippt werden, genau. Weil Paralyse, ähnlich wie beim Schlafen. Man kann es nicht zurückziehen. Es kann nicht angreifen. Und der Gegner kann nichts dagegen tun. Er muss halt den Zug abwarten. Sehr, sehr böse Taktik gerade. Weil, was will Jen O jetzt machen? Sie kann ihre Quacks entwickeln, wenn sie die Entwicklung hat. Hat Emilia gespielt, hat drei Karten gezogen. Legt eine Energie an Sango an. Was ich ein bisschen stutzig finde. Was sagst du denn dazu? Ja. Weil, ich hätte es nicht da angelegt. Ich hätte es auf eines der späteren... Ich hätte Sango schon aufgegeben und gesagt, okay, der wird eher auf dem Ablagestapel enden. Da kann man auch problemlos die Energie eher auf Parmo setzen und dann darauf pokern, dass man irgendwann die Endentwicklung bekommt. Safe, safe, safe. Dass man dann direkt einen Angriff starten kann. Dass dann, wenn Sango vom Feld kommt, direkt Paumau angreifen kann. Safe, 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 safe. Das setzt das Ding. Und ich glaube, also Lukas wird es wahrscheinlich eh mit Vivillon das Pokémon finischen. Ja, das wird er machen. Also man braucht, glaube ich, bei der Paralyse nicht nochmal würfeln, ob es paralysiert ist oder nicht. Was definiert man unter Topdeck? Topdeck heißt so wie viel? Du ziehst eine Karte und mit der musst du es halt schaffen, das Game zu drehen sozusagen. Und wenn du es schaffst, dann hast du halt gute Topdeck sozusagen halt. Vom Top gezogen. Sie spielt Knirrfisch. Und was macht Knirrfisch? Das holt uns bis zu drei Energiekarten aus dem Deck auf die Hand. So sieht es aus, so sieht es aus. Viele Leute schreiben auch rein, Sango sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, um Pressure aufzubauen. Und wie gesagt, da gebe ich definitiv recht halt. Sehr, sehr starke Karte. Leider ist sie jetzt aber vom Feld. Und Lukas ist jetzt leider ahead mit den Preisen halt auch schon. Hat Vivillon draußen, macht 110 Schaden. Das heißt, Knirrfisch im nächsten Zug wird, müssen wir sehen, jetzt in seinem Zug, Jen hat schon abgegeben, wird wahrscheinlich schon wieder das Ganze erledigen. Und holt den KO. Oh. Ei, 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 ei. Wir hatten ein ganz langes Match zwischen Jen und dir. Ja. Aber jetzt die letzten Matches von dir, als auch mir. Und jetzt das Match auch. Ja. Das kann ganz schnell zu Ende gehen. Denn da unten haben wir auch schon, wie ich jetzt sehe, kein Charnera mehr, sondern ein Haithera, oder? Ja. Und das Vivillon macht 110 oder kann halt das Pokémon von Jen, je nachdem, paradisieren, einschläfern, verbrennen, vergiften, was er auch gerade braucht. Und das ist ein massiver Vorteil. Wenn sie es jetzt nicht schafft, die Endentwicklung von ihrem Quacks auszuspielen oder die Endentwicklung von ihrem Elektroprogramm, Entschuldigung, mir ist gerade der Name entfallen. Du meinst Pamamamamo? Genau. Und den Namen spreche ich lieber nicht aus, weil das ist gefährlich. Jedenfalls, dann sieht das überhaupt nicht gut für sie aus. Also wirklich überhaupt nicht gut. Auf gar keinen Fall hier. Der Lukas baut einfach zu viel Druck auf, sie gibt schon wieder ab, sie kann keine Entwicklung triggern. Und damit ist es sehr, sehr, sehr dichter. Das ist das Problem. Quacks wird hier erledigt. Und jetzt? Jetzt muss Jen halt hoffen. Was kann sie jetzt noch machen? Preiskartentechnisch sieht es nicht gut aus. Sie zieht nochmal eine Ausrüstungskarte. Die ist nicht schlecht. Das ist wirklich eine schöne Ausrüstungskarte. Sie hat nämlich mehr Preiskarten als ihr Gegner und würde dadurch bis zu, ich weiß nicht mehr, 20 oder 30 Schadensmarken, äh 2 oder 3 Schadensmarken mehr auf das gegnerische Pokémon legen beim Angriff. Definitiv, definitiv. Die Frage ist nur, ob es ausreicht um Vivilion. Ich glaube, es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Ich glaube, dafür, dass das Hytera auch durch ist, war das Ganze hier schon vorbei. Lukas einfach hier viel zu präzise und viel zu gut, aber sehr, 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 sehr stark gespielt muss man sagen halt. Preistechnisch waren wohl auch ein paar Karten gepriced, die nicht so gut waren. Aber wie wir auch gerade sehen können hier in der Fullcam, also auch wo unsere Kamera befestigt ist, da haben wir auch ein sehr langes Stativ und da hilft uns Elgato. Unter anderem auch bei der Beleuchtung halt, muss man an der Stelle kurz sagen. Vielen Dank nochmal an Elgato, als auch am Flexispot, die das eventuell gesponsert haben. Elgato hier mit Licht, als auch mit Technik. Und da muss man ganz ehrlich sagen, vereinfacht schon einiges hier beim Turnier. Wie bitte? Ja, ja. Alles cool. Alles cool. Das nächste Match steht gleich an, Norio. Weißt du, wer dran ist? Ne, tatsächlich nicht. Was glaubst du denn, wer dran ist? Schon wieder ich? Ne, du bist leider nicht dran. Ein Glück, dann wahrscheinlich du, oder? Ich bin tatsächlich gleich dran gegen Geno. Wir haben hier nochmal Lukas, der gefeatured wird mit seinen Pokémon, die er beide nicht genutzt hat. Ja. All seine Signatures. Verrückt. Verrückt. Und ich bin sehr froh, dass ich nicht gegen Lukas ran muss. Denn Lukas wird gleich mit dir hier am Casten sein. Denn ich darf gleich tatsächlich gegen die gute Gen ran. Alles klar. Was mir bei Lukas am meisten Sorgen macht, er hat gerade Geno besiegt, ohne auf seinen Pamomamo zu setzen. Pamomamo. Jetzt hab ich den Dreh raus. Richtig. Das ist die Karte, die mir wohl in dem ganzen Set mit Abstand am gefährlichsten wird. Und wenn er gegen den Gegner, gegen den ich am meisten Probleme hatte, beziehungsweise die Gegnerin, gegen die ich am meisten Probleme hatte, nicht mal seine Signature-Pokémon gebraucht hat, mache ich mir gerade tatsächlich große Sorgen. Ich glaube auch, Lukas ist auch an sich, wie gesagt, ein sehr guter Spieler. Kompetitiv, glaube ich, in allen Sachen, die er anfasst, immer eine Granate. Aber ein Pokémon, wie gesagt, er war ja halt auch bei der Regional in Bochum dabei. Da hat er zwar nicht so gut performt, aber, wie gesagt, in den Matches, die ich gegen ihn gespielt habe, hat er immer gezeigt, dass er weiß, wie es funktioniert und wie man zum Ziel kommt, um zu gewinnen. Und ich glaube, das haben wir hier ebenfalls gesehen. Er hat gesehen, jo, mit Charnera als auch Hytera habe ich einen Attacker-Ready, der nicht nur Energien auf ein aktives Pokémon wieder bringen kann, sondern gleichzeitig auch mit Vivillon hatte er ein Pokémon, was ihn massiv nach vorne gebracht hat, indem er den Play von Jen einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, durch die Paralyse. Und allein sowas zu haben, ist extrem wichtig. Absolut. Absolut. Und da, wie du schon sagtest, Parma-Mamo immer noch in der Rückhand zu haben, Knatter-Talks immer noch zu haben, das sind Karten, die immer noch ultra spielstark sind. Und da muss man einfach sagen, Chapeau, sehr gut gespielt oder eventuell auch einfach ganz viel Glück gehabt. Kann halt auch sein, weil das kommt halt auch noch dazu, weil du halt musst halt Glück haben, gut spielen können und natürlich auch eine gute Figur machen. Ja, absolut. Und daher hoffe ich besonders gegen Lukas dann wieder mein Münzwurf-Glück zu haben. Das wird dir hoffentlich helfen, ey. Also, du bist ja der Glücks-Master hier so ein bisschen. Also, dementsprechend hoffe ich mal, dass dir das definitiv da halt auch gelingen wird. Also, ich will nicht parteiisch sein, aber ich würde es ganz cool finden, wenn ein Neuling im TCG das ganze Ding holt. Und ich glaube, du würdest dich auch nicht stören, dieses Ding hier heute zu holen, ne? Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Also, ich würde sagen, ich gebe ab an den guten Lukas. Und ich wünsche dir viel Erfolg. Danke dir. Und wir werden sehen, ob ich mal gewinnen kann. Absolut. So, willkommen zurück, Lukas. Hallöchen. Was geht? Ja. Wie war deine Runde? Meine Runde war ziemlich gut. Also, es hat wunderbar funktioniert, dass ich am Anfang mir mit dem Papageien, dessen Namen ich gerade wieder vergessen habe, meine Bank voll machen konnte. Das heißt, die Basis war da und dann hat es recht gut funktioniert, dass ich mit dem Gym die Entwicklung für Vivillon rote und damit dann quasi das ganze Spiel gewonnen habe. Bevor wir darüber weitersprechen, darfst du dir eines der Booster aussuchen. Ja. Ähm. Ich nehme das mit Miraydon und hoffe, dass ein Miraydon drin ist. Das wäre zu empfehlen. Das wäre zu empfehlen. Ansonsten, lass es mich öffnen. Ich mache noch so einen Korreidon. Ja, genau. Du machst nur Korreidons auf. Ja, eben. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen das andere. Okay. Gucken wir mal. Also, es fängt schon wieder gut an mit einem Tarundel. Das hattest du auch. Ja. Dann ein Voltrill. Ein schöner, kleiner Elektro-Vogel. Ist auch schon mal der richtige Typ. Ja. Ähm. Ein Rockhaiman. Ähm. Oh, ein Mankey. Ich wusste gleich, dass das im Set drin ist. Das sehe ich zum ersten Mal. Ja, ich habe die Weiterentwicklung gezogen, aber leider kein Mankey und das hätte supergut in mein Deck gepasst. Supergut. Ein Forstelka. Auch sehr schön. So willkommen, so langsam. Und Beulenhelm. Sehr schönes Item im Videospiel. Ja. Und ein Mastifisto. Haben Sio und ich schon drüber geredet. Auch sehr schön. Ähm. Mit dem man einfach auswechseln kann. Es ist quasi wie dein Lieblings-Item, nur auf einem Pokémon. Das ist großartig. Ein Tentagra in Reverse und... Warte, ich mach's doch rum. Was ist es? Guck's dir an. Oh, ein Knattertocks. Auch sehr gut. Ähm. Da habe ich auch mit Sio schon drüber geredet. Als Draw Engine. Eine Energiekarte abwerfen. Und dann kann man auf 6 hochziehen. Auch sehr gut. Und... Wir haben... Oh! Es ist zwar, äh... Nicht was wir wollten, aber ein riesen Zahnex. Aber das ist großartig. In Full Art. Sehr schön. Und man darf nicht vergessen, das ist ein Basispokémon. Das ist ein Basispokémon, Kampfpokémon. Kampf. Das wäre in deinem Deck sehr gut gewesen. Das hätte super gut synergiert mit meinem Deck. Gigantische Stoßzähne, 250 Schaden und es wirkt sich selbst 50 zu. Nimmt man. Nimmt man definitiv. Vor allem. Vor allem hätte das eine großartige Synergie mit meinem Choraidon Ex geboten. Auf jeden Fall. Weil ich mit dem ja an Basispokémon die Energie aus dem Ablagestapel verschieben kann. Aber das ist halt auch wieder ein Ex-Pokémon. Also da hättest du wieder zwei Preise abgegeben, wenn es besiegt wird. Ist die Frage, ob man das will. Bei vier Preisen? Riskant. Absolut. Absolut. Aber nun schalten wir zurück zu den Spielern. Ja. Wir sehen Zero gegen Geno. Wir sind gespannt. Ähm. Wie meinst du läuft's? Wir haben beide Decks schon... Wir sind ja schon gegen beide Decks gespielt. Was meinst du, wer von den beiden alleine von den Karten besser dasteht? Also, ich habe ja eine Heidenangst vor der Ententwicklung von ihrem Elektro-Pokémon. Oh ja. Pamomamo ist... Ich bitte dich darum, dass du den Namen jedes Mal aussprichst. Mach ich, mach ich. Also. Ähm. Und das ist auch noch ein gewaltiger Typvorteil. Weil gegen Wasser gespielt wird. Stimmt. Die haben, glaube ich, gefühlt alle eine Schwäche dagegen. Ja. Ja. Da knirfisch direkt bei Londa ebenfalls. Das Problem ist allerdings, Pamomamo ist das ziemlich egal. Das macht mit dem Angriff 230 Schadenspunkte. Das zu verdoppeln ist der Overkill des Jahres. Aber gegen Vorentwicklungen von bei Londa beispielsweise, braucht sie nicht mal Pamomamo. Das stimmt, das ist der gute Punkt. Das ist der entscheidende Punkt, weil sie doppelten Schaden macht. Selbst mit Pamamo, ich glaube, das macht für drei Energien 70 Schaden, wenn ich mich nicht vertue. Für bei Londa reicht es nicht ganz, aber für Forentente, das hat schon 100 Lebenspunkte. Das reicht easy. Ja. Absolut. Also es ist halt die Frage, ob sie überlegt, dass sie nicht mal auf Pamomamo gehen muss. Was ich meine, die Elektrogenesefähigkeit ist natürlich super, um es zu setupen, wenn sie die Energie nicht auf der Hand hat. Aber wenn sie zum Beispiel ihr eigenes bei Londa liegen hat und die Energie auf Pamamo legen kann. Das habe ich vorhin schon erwähnt, das ist eine super schöne Synergie zwischen bei Londa und Pamomamo. Auf jeden Fall. Weil man pro Runde, wenn man es gut macht, eigentlich immer wieder angreifen kann. Überlegt mal, pro Runde drei Energien an einem Pokémon und das in einem Pre-Release Deck, die ja so ein bisschen vorgefertigt sind. Also da haben die Entwickler des Spiels sich tatsächlich sehr viel überlegt, um einfach richtig schöne Synergien zwischen den Pokémon schon aufzubauen. Alleine für dieses Format. Jedenfalls. Am Anfang jetzt gespielt wurden Purmel und Quacks. Purmel ist sehr schön, weil wir da die anpassungsfähige Entwicklung haben, die Fähigkeit. Das heißt, wenn er die Entwicklungen hat, kann er die eigentlich in einem Zug durchrushen. Ja, das stimmt. Hatten wir ja gerade bei mir gesehen. Die Angriffe sehr stark. 110. Schaden, wenn man damit einmal anfangen kann, die Pokémon des Gegners, die eben noch nicht vollentwickelt sind und die Angriffe aushalten können, kann das ganz schnell vorbei sein. Absolut. Absolut. Nur ärgerlich, ganz im Gegensatz zum Spiel ist, dass Wasser keine Schwäche gegen Pflanze hat. Ja gut, dafür gegen Elektro. Absolut. Da habe ich auch tatsächlich während meinem Spiel gerade nachgedacht, dass die ganzen Typen sich alle so ein bisschen gegenseitig auslocken. Also Elektro ist gut gegen Wasser, Kampf ist gut gegen Elektro, aber die Pflanzenkarten sind eigentlich neutral gegen alles. Die sind schwach gegen Feuer, aber Feuer ist irgendwie kein Archetyp, den man hat. Absolut. Oder haben wir den einfach nur nicht gefunden, dass keiner von uns irgendwie diesen Feuerarchetyp aufgemacht hat? Bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Also ich habe halt in meinen Boostern, das hat man ja auch am Anfang des Streams gesehen, relativ coole Endentwicklungen des Feuerstarters gezogen. Zweimal sogar. Ich habe aber nichts dazwischen gezogen, sonst hätte ich sogar in Erwägung gezogen, Feuer zu spielen. Einfach weil mir klar war, wie viele hier auf Pflanze gehen werden. Ja, also das Purmel und die Entwicklung bis zu Vivilion einfach sehr stark, um so ein Spiel wirklich schnell in Gang zu bringen und wirklich schnell Druck aufzubauen. Dann muss man aber, wie man gerade bei Geno sieht, tatsächlich nicht mal wirklich Pflanze für spielen, weil sie hat direkt ein paar Marmor mit einer Elektroenergie. Und ja, wir gucken mal, da liegt schon ein bisschen Schaden auf dem Quacks. Da kam also, ich weiß nicht, wie hat er das geschafft? Hat er schon mit dem Pummel angegriffen? Achso, ja, ich habe tatsächlich in Bochum gespielt, allerdings nicht sonderlich erfolgreich. Ich hatte davor so einen Monat vorher angefangen, mit der neuen Pokémon-Play-App ein bisschen zu spielen. Und habe in Bochum dann, glaube ich, ich habe zweimal gewonnen, fünfmal verloren und zwei unentschieden gespielt. Einfach weil ich Lost Box als Deck gespielt habe, was alleine von der Mechanin irgendwie mal die Karten ziehen muss und ausspielen muss, ein bisschen schwierig ist. Was mir gerade hier auffällt, um mal nicht unterbrechen zu wollen, aber... Alles gut, wir kommen darauf zurück. Zero sieht sehr, sehr, sehr nervös gerade aus. Er hat gerade ganz nervös mit den Karten gespielt und er sieht nicht glücklich aus. Das sieht gerade wirklich, wirklich gut für Genno aus. Weiß ich gar nicht mal. Also das Ding ist halt, sobald er wie Willion irgendwie zieht oder auf die Hand bekommt, um seinen Pupon-Schutz zu entwickeln, haut er erstmal Quacks auf jeden Fall weg. Ich glaube, selbst mit dem normalen Angriff des Quacks ist er schon besiegt. Und dann hat er auch gerade noch Pech mit seinem Schmetterhammer. Ja. Aber, ähm... Es sieht bei Genno nicht so aus, als würde sie da auch jetzt wieder Druck aufbauen. Das war ja auch ihr Problem, dass sie in den anderen Spielen hatte, dass sie eben ein bisschen, ähm... Passiv spielt und erst versucht, ihre Bank aufzubauen, bevor sie wirklich aktiv damit wird. Absolut, aber sie hat ja schon... Zweite Energie. Bleibt dann drauf liegen. Ja. Und, äh, Quacks bleibt als Opfer vorne und... Was hat sie noch auf der Hand? Was kann sie machen? Entwickelt das zweite Parmo. Ähm... B... 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 A... B... B... Stimmt, stimmt, da habe ich mich gewaltig geirrt. Aber wir haben ja gerade schon drüber geredet, dass selbst die zweite Attacke von Pamamo sehr mächtig ist. Oh, und da kommt sehr wohl. Ja. Damit kann sie sich natürlich suchen. Ist die Frage, ob sie das macht oder einfach mal aggressiv dran geht, Quacks auswechselt und mit Pamamo angreift. Das Ding ist, sie hat natürlich die dritte Energie jetzt an Pamamo drangelegt und keine Möglichkeit, Quacks auszutauschen. Das heißt, sie wird wahrscheinlich da den ersten Preis an Zero abtreten. Aber was meinst du? Wird sie dann sehr wohl dran gehen, um Pamamo zu suchen oder direkt mit Pamomamo zu suchen? Oder mit Pamamo angreifen? Genau, das ist auch mein Problem mit diesem Pokémon. Warum können sie dem nicht einfach einen einfachen Namen geben? Peter wäre doch nett. Das ist ja schon irgendwie. Genau, wir nennen es ab jetzt Peter Basis, Peter Stufe 1, Peter Stufe 2. Perfekt, so machen wir es. Wundervoll. Peter, Peter, Peter und Peter, Peter, Peter. Absolut. P-T-Teter. Aber, ähm. Oh, sie hat tatsächlich die aggressive Route gefahren. Guckt sich mal kurz ihren Ablagestapel an. Es ist natürlich die Frage, wie viel Schaden macht der 3-Energie-Angriff von Peter Stufe 1? Ich meine, es wären 70. Wäre großartig, wenn wir das kurz sehen könnten. Okay, hat sie jetzt den zurückgezogen und dafür keine Energie abgelegt? Oder hatte sie sich noch nicht entschieden, welche sie nach vorne packt? Das ist jetzt eine gute Frage. Das ist Pammo mit der Stromtritt für 2, aber wir wollten die entwickelt. Genau, Pamamo. 70. Ja, Toppflicks sind 70. Das hätte ausgereicht. Und schon gereicht. Und so wie ich das sehe, hatte Zero seit nicht wirklich eine Möglichkeit, im Gegenzug Pammo zu besiegen. Also weiß ich nicht, ob das jetzt wieder der safe Play ist. Geno geht hier wieder für die, ähm, naja, passive Variante. Will ihr Spiel setuppen? Mal gucken. Was ich halt sehr verstehen kann, wenn sie denn nach vorne zieht und er würde es schaffen, sein Pokémon auf der Bank, die Poponcho, endzuentwickeln, hätte sie ihre Chance verspielt, das Spiel sicher im Sack zu haben. Ja, aber auf der Bank ist erstmal nur ein Purmel. Das heißt, er braucht Poponcho und Vivilion. Oh, stimmt. Korrekt. Und, äh, selbst wenn... Aber... Ja. Er hat eine... Oh. Einmal Vivilion entwickelt, äh, legt sein... Haraischa heißt es, glaube ich. Okay. Für den großen Fisch. Und, äh, spielt dann eine Forschung des Professors, um sie neue Karten zu ziehen. Und ja, jetzt hat er eben genau Fruendente auf der Hand, um es zu entwickeln. Was gereicht hätte, um Pamamo zu besiegen. Allerdings hätte Geno dann sehr wohl nach vorne legen können, um mit Pflegeprofi das Pamamo zu suchen, auf das andere... äh, Pamomamo zu suchen, um das andere Pamamo auf ihrer Bank zu entwickeln. Und hätte damit der Fähigkeit da die Energie nutzen können. In diesem Zug tatsächlich sogar schon. Richtig. Was ich mir dabei nur dachte gerade. Ich wollte gerade sagen, dass Geno wohl einen großen Fehler gemacht hat, dass sie nicht die Vorentwicklung von Vivilion angegriffen hat in dem Angriff vorher. Ja, aber... Wenn man sich das jetzt ansieht, glaube ich, hätte sie ihre einzige Chance, auf Pamomamo zu kommen, damit verspielt. Aber die Frage ist, hätte sie Pamomamo gebraucht? Ihr... Pamamo ist ja relativ sicher gut Fruendente. Ja. Macht, glaube ich, nicht genug Schaden, um Pamomamo zu besiegen. Aber Vivilion ist jetzt gefährlich. Ja, aber Vivilion hätte Zero ja gar nicht gehabt, wenn sie Paponcho besiegt hätte. Ja, das ist korrekt. Aber wir wissen nicht, was Daria auf der Hand hatte. Das stimmt. Beziehungsweise sie wusste nicht, was Daria auf der Hand hatte. Es hätte ein Paponcho und ein Vivilion sein können. Und dann wäre das ziemlich over für sie gewesen. Aber dann... Ich glaube immer noch, dass das... Sie hat ihn gezogen. Ja, oder? Sie hat ihn gezogen und er ist ohne... Und zack ist seine Hand. Oh nein. Und... Das ist natürlich ärgerlich. Und... Oh. Ja. Das war in der Tat gar nicht in der Tat errichtet. Und er ist zu Recht unglücklich. Oh mein Gott. Jetzt ist es natürlich alles wieder ein bisschen offen. Habe ich aber irgendwas verpasst, dass Zero noch zwei Preiskarten hat? Echt, er hat einen zweiten Kühl gemacht. Das ist okay. Zwei Poco und bereits besiegt. Okay, dann ist es natürlich verständlich, dass er versucht da... Achso, stimmt. Ihr Servo ist weg. Oh. Das haben wir komplett überredet beim Philosophieren, welche Entscheidung jetzt die gute oder richtige war oder gewesen wäre. Jetzt ist da natürlich Vivilion trotzdem dahin. Und wir sehen kein... Keine Entwicklung, um Fuentente zu entwickeln. Und da sieht man ja, der Drehtritt macht 70. Das hätte nicht gereicht, um ein paar Mal zu besiegen. Ich meine, das hat 90 Lebenspunkte, wenn ich mich nicht vertue. Also ja, im Endeffekt kann man sich nicht sagen, ob die vorsichtige Herangehensweise oder die aggressive Herangehensweise hier jetzt die bessere gewesen wäre. Aber in jedem Fall sieht es jetzt von den Preisen ja schon mal ein bisschen besser aus. Das Lenno da aufgeholt hat, hat er jetzt selber nur noch drei. Und durch den Richter Zero tatsächlich wieder ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Die Frage ist, wie kann es Zero hinbekommen, Pamomamo vom Feld zu fegen? Wenn er das nicht hinbekommt. Eine weitere Forschung des Professors, es zieht sieben Karten und da ist dann hoffentlich das richtige Pokémon mit dabei. Und ist es. Er hat es gezogen, also da Glück gehabt. Sieben weitere Karten haben es gerissen. Und jetzt wird es natürlich sehr schwer für Jenno da nochmal zurückzukommen. Ja, weil er kann jetzt angreifen. Er kann jetzt angreifen. Hat er die dritte Energie oder liegen da sogar schon drei Energien dran? Ja, da liegen drei und er hatte sie sogar noch auf der Hand. Ja, dann ähm... Ich bezweifle, dass er sie nicht gespielt hätte, weil er sie übersehen hatte. Er hat sogar noch zwei weitere Energien und mit der Fähigkeit hätte eine Energie an Frenzente gereicht. Pamomamo ist weg am Ende des Zuges. Ja, 140 Schaden sind zehn mehr als gebraucht werden, also gerade genug. Das finde ich aber genau bei diesem Set so interessant, weil obwohl der Typvorteil bei beispielsweise Kampf gegen, bei meinem Koraydon gegen Pamomamo gegeben ist, kann ich den nicht ausspielen, weil mir diese 500 Schaden einfach nichts bringen, weil das halt so wenig Leben hat. Das stimmt. Es teilt aber ziemlich gut aus und genauso ist es hier auch mit Bailonda gegen Pamomamo. Das hat zwar einen Typvorteil, das Pamomamo, das ist dem Bailonda aber herzlich egal, wenn es zuerst angreifen darf, dann ist das Pamomamo trotzdem vom Feld runter. Das stimmt. Ich überlege gerade noch ein bisschen, ob Geno irgendwie noch die Möglichkeit hat, da zurückzukommen, indem sie irgendwie noch ein angreifendes Pokémon nächsten Zug schaffen kann, wenn Pamomamo vom Feld ist. Und sie braucht sehr viel dafür, aber es ist möglich. Wir bräuchten auf der Hand einen Bailonda und einen Sonderbonbon, sowie eine Elektro- und irgendeine andere Energie, um mit dem Elektro-Kopf dann zweimal 70 Schaden. Nee, gar nicht wahr, das reicht nicht mal, das sind ja auch nur 140. Richtig. Dann, äh, sieht es sehr schwierig aus. Aber sie hat einen Gym gezogen und kann Pamomamo spielen. Das heißt, sie braucht eigentlich nur die Elektro-Energie auf der Hand. Und sie hat Elektro-Energie auf der Hand. Hat sie? Oh, dann, ja dann, ähm... Wenn ich mich jetzt nicht irre, habe ich da zwei Elektro-Energie auf der Hand gesehen. Wir werden es gleich sehen. Eine würde sogar reichen, weil die zweite kann sie aus dem Deck suchen. Absolut. Okay, was sucht sich raus? Sind das zwei Pamomamo? Das kann Pamomamo mit der Elektrogenese machen. Ja, genau. Sie hat sogar zwei Pamomamo rausgesucht. Hat sie drei davon im Deck? Wo hat sie die her? Hat sie alle aufgemacht. Ist ja furchtbar. Gut, da wird auf jeden Fall erstmal das eine Pamomamo angelegt. Das ist jetzt richtig gefährlich. Tatsächlich, sie hat die Energie auf der Hand. Spielt einen Nestball, also düngt das Deck weiter aus. Wird wahrscheinlich dann ein Pamu suchen, genau. Aber das ist ein unglaubliches Kopf-an-Kopf-Rennen. Jetzt ist es auf jeden Fall, äh, wieder wesentlich offener, als ich gerade gedacht habe, weil mit dem, äh, ja, mit dem Sieg über bei Londa. Und wenn sie es schafft, das zweite Pamomamo auch noch, äh, zu setuppen. Ich meine, ah, naja, es ist schwierig. Wie viele Nigiragi hat Zero im Friedhof? Weil er hat einen Haraischa auf der Bank mit zwei Nagi. Einen sehen wir da. Ja, einen sehen wir. Er braucht drei, um Pamomamo mit einem Angriff zu besiegen. Ich glaube, drei sind es nicht, aber wir könnten uns irren. Das wäre natürlich großartig. Das stimmt. Jetzt wird auf jeden Fall erstmal bei Londa vom Feld, äh, gelektropotet. Oder, oh, zwei. Oh, gerade. Er darf sich raussuchen. Jetzt ist die Frage, sucht er sich einen Nigiragi und kann es irgendwie abwerfen? Nö. Er geht einfach für einen bei Londa, um Energie anzulegen. Okay, dann will er auf den Angriff heftiger Platscher gehen, aber das würde ja eigentlich nicht ausreichen. Das reicht auch nicht. Das sind auch nur 120 Schadenspunkte. Also das ist weiterhin sehr offen. Allerdings, wenn er angreift, Pamomamo greift dann an und dann kann er mit einem x-beliebigen Pokémon auch mit wenig Schaden das Spiel für sich entscheiden, weil er noch eine Karte benötigt. Wirft da einen Tausch ab. Er muss es nicht in einer Runde beenden. Um die dritte Forschung des Professors zu liegen. Wie viele davon hat der Junge denn? Hat er? Er hat einen Nigiragi. Oh, auf der Hand wirft es mit dem Hyperball ab. Die Frage ist, was wirft er noch ab? Er hat wahrscheinlich eine von den Energien. Ne, die behält er tatsächlich auf der Hand. Und wie will Jon? Und jetzt ist die Frage, war das das zweite Nigiragi oder das dritte? Wenn es das dritte war, dann hätte er sich aber mehr gefreut. Ach stimmt, da war noch eins im Deck. Zwei im Deck, ja okay. Ja, aber er nimmt es auf die Hand. Wenn er das jetzt noch runter bekommt. Wenn er das noch in den Ablagestapel bekommt, dann reicht tatsächlich ein Angriff von Heraschai. Nutzt jetzt allerdings erstmal die Fähigkeit von Bailan. Okay. Die macht das. Aber. Macht tatsächlich 100 Schaden auf Pamomamo. Äh, Pamomamo. Okay. Ja, ich denke mal, das ist jetzt auch relativ sicher für ihn. So macht er 100 Schaden und muss dann noch irgendwie 30 da drauf machen. Und das zweite Heraschai hat ebenfalls schon zwei Energie. Ähm. Also selbst wenn Genu es irgendwie schafft, dieses Heraschai jetzt zu besiegen und selber auf eine Preiskarte zu gehen, hat Zero genug auf der Bank, um im Gegenzug das Pamomamo dann noch zu besiegen. Ja. Es sieht gerade unglaublich gut für Zero aus. Ja, auf jeden Fall. Er hat noch eine Forschung und könnte damit sogar das dritte Nicaragi in den Friedhof bringen. Also, ja. Er hat gewonnen. Das war auf jeden Fall sehr stark gespielt von Zero. Hat es geschafft, die Nicaragi in den Friedhof zu bekommen und hätte sogar das dritte reingekriegt. Und dann ist das Heraschai natürlich richtig gefährlich mit den 150 Angriffen. Aber hatte durch die ganze Vorarbeit, ähm, ist schon geschafft. Also, sehr schön gespielt tatsächlich da. Einfach unglaublich viele Karten gezogen. Also jede Runde sieben neue Karten auf der Hand zu haben. Unglaublich mächtig. Ja, und was hier wirklich spielentscheidend war, dass er weniger Preiskarten hatte. Ja. Das war ein Rennen um die Preiskarten am Ende. Das stimmt. Er hat nur gewonnen, weil er noch eine einzige beziehen musste. Und dann musste er auch nicht das Pamomamo besiegen. Ja. Da war es vollkommen in Ordnung, dass er nur eines, äh, dass er einfach das in zwei Runden besiegt. Geno konnte am Ende nichts mehr machen. Mhm. Das war tatsächlich ein bisschen, da ist wieder die Frage, was wäre passiert, wenn sie die aggressivere Route gefahren wäre? Ja. Das sind halt so, hätte es, wäre es und wenn es, man weiß es nicht, aber wenn er sich nicht hätte erlauben können, da, ähm, die sichere Variante zu spielen, wäre es dann genauso gelaufen oder hätte, ähm, Geno es dann irgendwie geschafft, mehr rauszumachen. Und das ist das Unglaubliche, finde ich persönlich in diesem Spiel. Ich kenne es halt wirklich erst seit einer kurzen Zeit, aber man hat dieses frustrierende Gefühl, dass man einen Fehler gemacht hat, meistens erst nachdem man den Fehler gemacht hat. Das ist ja leider immer so. Was sehr trivial klingt. Mhm. Ah. Alles klar. Ja, wundervoll, dann, ähm, sehen wir uns gleich wieder. Hier nochmal ein kleiner Breakdown, wie das Pokémon Trading Card Game funktioniert. In einem Deck befinden sich die normalen klassischen Pokémon Karten, welche dafür da sind, Angriffe auszuführen. Mit Energiekarten werden diese bestärkt und durch Trainerkarten unterstützt. Auf der eigenen Seite können bis zu sechs Pokémon gespielt werden. Eins davon ist das aktive Pokémon und fünf weitere warten auf der Bank, um eingewechselt zu werden. Das aktive Pokémon ist das einzige, was angreifen kann. Und auf der Bank kann man, wie gesagt, die Pokémon set upen oder deren Fähigkeiten nutzen. Ein Basispokémon kann immer auf das Spielfeld gelegt werden. Entwicklungskarten, wie diese hier, werden auf ein Basispokémon gelegt, um zum Beispiel stärkere Attacken zu nutzen. Um eine Attacke einsetzen zu können, muss man die Energiekarten natürlich auch haben. Für den jeweiligen Move braucht man dann mehr oder weniger Energiekarten. Und diese müssen natürlich genau übereinstimmen. Trainerkarten helfen dabei, bestimmte Karten zu suchen, Energie zu verteilen oder weitere Handkarten zu ziehen. Zu Beginn eines Matches zieht man sieben Karten von seinem Deck auf die Hand. Die sollte man seinen Gegnern nicht zeigen. Wie in den Videospielen werden jede Runde Angriffe gegen das gegnerische Pokémon eingesetzt. Wenn ein Pokémon alle seine Kraftpunkte kurz KP verloren hatte, gilt es als besiegt. Und ein Pokémon von der Bank muss nach vorne gelegt werden, um dieses zu ersetzen. Der Spieler, der ein Pokémon besiegt hat, darf sich im Anschluss eine Preiskarte auf die Hand nehmen. Wenn man über diesen Weg alle Preiskarten aufgedeckt hat, hat man das Spiel gewonnen. Alternativ kann man auch gewinnen, wenn der Gegner keine Pokémon mehr auf seinem Spielfeld hat. Oder wenn sich keine Karten mehr in seinem Deck befinden. Das war der kleine Breakdown zum Pokémon Trading Card Game. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, guckt aufmerksam den Stream, denn dort werden unsere reizenden Kommentatoren euch auch alles erklären. Und da sind wir auch schon wieder. Hey, wie du siehst, guck mal, ich hab gewonnen mit Heraschai. Ja. Der ist cool. Dafür darfst du dir jetzt gleich einen Booster aufmachen. Tatsächlich, ey. Wo ist es jetzt hin? Ich hab das mir geklaut, das hab ich schon hier liegen. Sehr gut. Aber da kümmern wir uns gleich drum. Wie fandst du das Match? Großartig. Also es war ein Hin und Her und wir haben immer wieder gedacht, dass jetzt der eine definitiv gewonnen hat. Und dann hat es der andere wieder geturnt. Also es war ein unglaublich spannendes Match. Safe. Und am Ende war es ein Rennen um die Preiskarten. Das stimmt halt. Also derjenige, der als erst die Preiskarten hatte. Ich hab mich ein bisschen sicherer gefühlt mit dem Bailonder, weil ich halt meinen Heraschai absetten konnte. Und ich hab halt gemerkt so, okay, mit dem Forschung, wenn ich damit jetzt irgendwie noch ein Nigi Ragi irgendwie ziehe und es discounten kann, dann hab ich halt schon gewonnen. Und dann hatte ich noch ein drittes halt auf der Hand. Da war mir klar, okay, wenn ich jetzt das zweite Set habe, mach ich Safe 150 und damit räume ich alles weg. Und das ist mehr oder weniger das Deck halt in dem Sinne, wie ich's gebaut hab. Ich hab irgendwie drei oder vier Heraschai, vier Nigi Ragi und viermal Forschungsprofessors und zweimal Hyperball. Das heißt, ich hab immer Möglichkeiten, irgendwie den Jungen in den Ablagestapel zu bekommen, um halt Schaden zu drücken. Das find ich persönlich unfassbar spannend, weil ich hätte gedacht, dass das eigentlich relativ einseitig ausfallen wird. Pamomamo, wir haben auf einer Seite den Typvorteil von den Vorentwicklungen, bei der Endentwicklung ist ja relativ egal, weil das eh alles zerlegt. Aber du konntest uns alle eines Besseren belehren. Ich hatte einmal relativ viel Glück, ich weiß nicht, ob du's gemerkt hast. Jen hatte einmal kurz ihr Pamomo vorne und hat dann gesagt so, yo, ich glaub ich nehm doch das Servo nach vorne. Und ich so, puh, Glück gehabt. Da konnte sie nämlich mein Puponcho fast one-shotten. Ja. Das hätte sie machen können. Und das hätte mich unglaublich rausgenommen, wenn sie das getan hätte. Weil dann hätte ich nicht die erste Preiskarte genommen und wäre, glaub ich, er hätte gewesen. Und hätte auch nicht so viel offensiven Druck aufbauen können. Dementsprechend ein bisschen Glück gehabt, aber ich hab auch gedacht, dass sie eher mit dem Servo-Player geht, als mit dem Pamomo. Deswegen hab ich Vivilon auch noch nicht entwickelt, um das ein bisschen so in der Rückhand zu haben, weißt du? Ja. Ich glaub, die Idee dahinter war, einfach diesen saferen Play zu machen. Aber der ging dann ganz gewaltig nach hinten los. Definitiv. Das hätte, es hätte aber auch anders ausgehen können. Es hätte auch für mich, ich auch safe gespielt hab. Ich hab gedacht, okay, ich lass den noch auf der Hand, um ihn so ein bisschen out of nowhere kommen zu lassen. Ja. Aber hätte auch nach hinten losgehen können, weil das Pamomo hätte mich gewonshottet. Total. Aber ich hab gewonnen und hab tatsächlich einen Booster gekriegt und das öffnen wir jetzt tatsächlich. Ich bin sehr gespannt, hoffe mal, dass ich was Cooles ziehe. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Du hast ja bisher das Beste gezogen, glaub ich, mit Choraidon. Und wir schauen mal rein, was wir hier ziehen. Haben wir was? Ich glaub, wir haben einen Famieps. Einen Zwieps. Einen Zwieps. Doch, die Vorentwicklung. Einen Ollini. Finde ich persönlich super cool, das Artwork. Ist sehr süß, ne? Ja. Ist sehr süß. Kleine, kleine, kleine Olive. Wir haben einen Razav. Wir haben einen Pamomo. Das Signature hier des heutigen Abends, glaub ich. Boilenhelm. Ein Mastfioso. Wir haben hier ein Fragruns. Ein Florgas haben wir hier als Reverse. Ein Picnic Corp. Und wir haben ein Gladio Imperio. Ist mit seiner Fähigkeit gar nicht so schlecht. Alle Pokémon machen 30 Schanzpunkte mehr. Oh. Also wenn du davon irgendwie, ich glaub, das stackt sich. Wenn du davon vier Stück liegen hast, machst du noch 120 einfach mehr. Das ist halt schon nicht schlecht. Wenn du da einfach einen Attack hast, der nur einfach 120 macht, macht der 240. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Ich glaub, bisher noch kein Großartigit außer deine EX aus den Boostern. Aber wir haben jetzt auch gleich noch ein spannendes Match für uns. Und zwar Jen gegen Lukas. Absolut. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es wird. Was wird. Ach stimmt. Ich muss ja dran. Oh. Das ist ja schade. Ich wollte gerade sagen. Wir saßen doch hier schon. Ja, wir haben uns hier nett unterhalten. Wir dachten jetzt, das ist jetzt nett. Wir gucken da mal zu. Aber. Alter, ich war grad vorne im Modus. Ich muss nochmal ran. Wir haben das ja krass. Das ist ja vorne im Modus. Wir haben das Match ja schon gesehen. Ja, okay, Leute. Wir sind komplett durch den Wind. Scheiße. Ja, vorne im Modus. Ich bin so nett, der hängt zu. Sind meine Haare okay oder brauche ich eine Kapuze? Achtung, mach mal ein bisschen die Haare vom Mikrofon weg. Oh Gott, hilf mir. Dann wird es nicht zu sehr rauscht. Perfekt. Man sieht uns. Was geht? Oh, meine Koks sieht man. Chillig. Perfekt. Ja, jetzt sehen wir uns ganz überraschend für die Zuschauer. Weniger überraschend als jetzt für mich gerade und vor allem für Zero. Also ich muss direkt anfangen zu flamen. Dario hat geschummelt und keiner von euch hat etwas gesagt. Oh, echt nicht? Ja, er hat angegriffen und Energie danach noch hingelegt. Also angelegt. Ich weiß nicht, ob das Spiel entscheidend war, aber es hat mir mein Herz gebrochen, dass ihr nichts gesagt habt. Ja, ja, das haben wir wirklich nicht realisiert. Das ist okay. Schrecklich. Also ich bin für Lukas. Das kann ich absolut verstehen. Dann, um es fair zu machen, bin ich für Zero. Wir gucken uns mal von... Jetzt haben wir nicht gesehen, wer anfangen darf. Schade. Passiert. Nochmal würfeln. So. Aha. Da fängt der Lukas an. Die Punkte unten übrigens stehen für die Wins. Die an den Rändern, das sind die Preiskarten, die kleinen Pokebälle. So. Wir sehen hier mal wieder die beiden Signature-Pokémon. Oh, Lukas schon direkt... Na, ist ich noch nicht sicher, wen er in die Active-Spot-Position legt. Jetzt ist die Frage, hat er zu viel gute Auswahl oder zu viel schlechte Auswahl? Wir werden es gleich sehen. Ich persönlich wäre gespannt, wie er Pamu-Mamu spielt und vor allem, ob Zero da wieder dagegen halten kann, so wie es gegen dich geklappt hat. Weil es könnte sein, dass er deutlich schneller sein Pamu-Mamu aufs Feld bekommt. Aber wir sehen hier eine sehr, sehr bekannte Taktik, nämlich die, die er auch gegen dich verarwendet hat. Er hat wieder einen Schanairader und wieder einen Purmel. Also wenn er das instant entwickelt kriegt, dann nicht schlecht. Sehr schlecht, sehr schlecht. Nicht schlecht? Also, zumindest für Zero. Das stimmt. So. Zero hat auch schon den kleinen Sushi-Fisch am Start, um ihn in den Ablagestapel zu befördern. Im Endeffekt, das hat er auch gerade betont, ist das seine Hauptkombo. Darauf will er hinaus. Nur fraglich ist, ob er es schafft, die wirklich alle in den Ablagestapel zu befördern. Wenn ja, ist Wut ablassen eine unfassbar starke Fähigkeit. Vor allem, er spielt ganze drei Nigaragis im Deck. Vier sogar. Oh, vier? Vier sogar. Oh, dann ist schlecht, dann ist schlecht. Die Frage ist nur, ob er sie wirklich gezogen bekommt und in den Ablagestapel bekommt. Und hoffentlich ist auch keins davon in den Price-Karten. Wir sehen jetzt von Lukas auf jeden Fall erstmal ein Gym. Er möchte auf ihre Entwicklung gehen, was wenig überraschend ist. Er möchte natürlich seinen Pummel entwickeln. Oder ist auch der richtige Play? Oh! Ist das das Harry Terra? Ja, das ist die Weitentwicklung von Charnera, den er da unten liegen hat. Das haben wir in meinem Match leider noch nicht in Action gesehen. So, was kann er denn? Okay, die Fähigkeit sehr nützlich. Aber was wirklich spannend ist, ist mal wieder der freudige Wirbel, bei dem er nämlich ohne Probleme die Energie von seiner Startposition nach unten auf die Bank verschieben kann. Was wirklich, wirklich gefährlich werden kann, um dann eben mit einem anderen Pokémon anzugreifen. Oh, da ist die Paralyse drin. Ne, Schlag. Oder Paralyse? Im Endeffekt, im Spiel ist es ja relativ ähnlich. Oh, von jenem Spitz hinzuschauen. Ah, okay. So. Zero wieder fleißig im Karten ziehen und den Ablagestapel befördern. Oh. Wir sehen einmal die Vorentwicklung von Vivillon, aber leider nur Pummel und die Vorentwicklung von Vivillon. Ne, ihm fehlt das Pummel. Ne, Pummel hat er links liegen. Kurz übersehen. Aber das spielt er nicht, oder? Er hadert. Er hadert. Er spielt es doch. Ja, er entwickelt es auch direkt. Ja, was auch Sinn macht. Aber ihm fehlt das Vivillon und das ärgert ihn mit Sicherheit. Aber, da sehen wir wieder, wir haben einmal den Sushi-Fisch. Oh, meinst du, er spielt den Pokéball, um das Vivillon zu holen? Wer risky, wer risky? Oh, ist aufgewacht. Oder von seinem speziellen Status befreit. Er überlegt. Er hat jetzt mehrere Optionen, die er einschlagen kann. Wenn ich dort sitzen würde, würde ich wahrscheinlich auf das Vivillon gehen. Aber ich bin ein absolut unerfahrener Spieler und es könnte das schlechteste Move sein, den man jetzt in dieser Situation machen könnte. Ich glaube eher, du bist der Risky-Spieler, aber du hast so eine Glückssträhne. Ja, aber das ist das Frustrierende. Wenn die endet, habe ich leider keine Chance hier. Aber wir werden es sehen. Was halt wirklich stark ist, Lukas hat schon sein Vivillon auf dem Feld. Und Zero hat nur zweimal die Vorentwicklung und er zieht es einfach nicht. Er müsste diesen Risky-Play eingehen. Aber ich glaube, er spielt lieber safe gegen Lukas. Lukas hatte er vorhin schon mehrmals als wirklich starken Spieler gelobt. Deswegen ist es nicht verwunderlich, wenn er da sicher spielt. Aber er hat gerade sein Vivillon gezogen. Nun nutzt er aber erstmal den Pokéball. Für den zweiten. Und es klappt. Ich glaube, wir sehen gleich eine Ente. Sicher? Ja, muss. Er braucht ihn zum Setuppen. Oder? Wir schauen nochmal. Er hat gerade Sorge. Er könnte jetzt zweimal halt Poponsche weiterentwickeln. Oder er geht dem Play. Aber die Fähigkeit von der Ente ist halt einfach zu strong. Da hat er ihn. Ich glaube, er hatte kurz Angst, dass die beide eingepriced sind, falls er zwei hat. Aber zum Glück ist das nicht der Fall. Er atmet auf. Er hatte gerade Angst. So, und das ist natürlich super stark. Vor allen Dingen, er kann direkt eine Energie anlegen. Aber es reicht nicht aus. Käfergebrummen macht nur 110 Schaden. Vivillon hat 120 Leben. Ich weiß nicht, ob Zero einer der Bänder spielt, weil damit könnte ihn auf jeden Fall boosten. Er hat sich aber eher für den Status entschieden, was in dem Sinne auch wirklich klug ist. Er geht auf den Wunderstaub. Mit etwas Glück wacht das jetzt nicht auf, beziehungsweise schafft es nicht anzugreifen im nächsten Zug. Danach kann er es beenden mit dem Käfergebrummen und hat es vom Feld. Nur da sehen wir schon wieder, Lukas baut schon wieder seine Bank auf. Oh, aber seine Hand sieht nicht gut aus. Was dieses Match so spannend macht, ist, wenn Lukas jetzt es schafft zu gewinnen, stehen alle Finalisten fest. Dann ist es Norio, also meine Wenigkeit, gegen Lukas. Wenn jetzt Dario gewinnt, dann geht das Ganze nochmal eine Runde weiter. Gegen wen willst du lieber spielen im Finale? Am liebsten gegen Dario. Tatsächlich. Wegen der Chance oder einfach? Ich habe unfassbare Angst vor Pamomamo. Und den spielt ihr halt beide. Und ich vertraue weniger auf mein Glück. Ich habe halt, oh, der Schmetterhammer hat aber nicht hingehauen. Dieses Mal nicht. Aber das ist relativ egal, weil er den Vivilion auf den Ablagestapel legt. Jetzt ist halt die Frage, bringt er sein Pamomamo aufs Feld, Lukas? Schafft er es? Oh, Quetera. Er wartet, bis er es zieht. Bis er es platzieren kann. Aktuell sieht es noch nicht gut aus. Oh, freudiger Wirbel ist geabsettet. Ja, höchstwahrscheinlich wird er einmal den freudigen Wirbel einsetzen, wird es besiegen, wird dann die Energie an eins seiner hoffentlich bald Pamomamos legen, um dann eben direkt durchstarten zu können. Aber trotzdem, man darf nicht vergessen, dass Hayetera, das stört jetzt... Oh, da ist der nächste Schmetterling. Oder doch nicht? Oder? Oh. Er zögert erst. Ja, die Sorge ist nicht ganz unbegründet, weil er gewinnt wenig, wenn er jetzt das Haytera vom Feld jagt. Weil letztendlich Lukas genau darauf hinaus möchte, damit er dann sein Pamomamo nachziehen kann. Das er noch nicht hat. Das müssen wir aber anmerken. Dario. Überlegt noch ein bisschen. Oh, da ist er. Ja, aber Zero spielt das wie Viljon. Und er kann auch eine Energie anlegen. Absolut. Und er kann auch die Fähigkeit von seinem... Nur leider ist es keine Grasenergie, sondern nur Wasser. Ja, das ist ärgerlich. Dementsprechend kann er weder Wunderstaub noch Käfergebrumm einsetzen. Er gibt den Turn-Up. Muss er auch. Ist auch smart, die Energie nicht zu verschwenden. Und da ist das Glück nicht auf seiner Seite. Aber da ist er. Der Pamomamo. Das ist jetzt sehr gefährlich. Oh, Haytera hat zwei Rückzugkosten. Also ein bisschen schwer, den wieder zurückzubekommen. Absolut. Und Zero möchte es ihm jetzt logischerweise nicht allzu leicht machen. Weil wenn er jetzt das Heteria irgendwie versucht, vom Feld zu bekommen, kann natürlich danach direkt das Pamomamo nachgerückt werden und kann Zero zerlegen. Wir sehen jetzt erstmal einen Nestball. Das heißt, Lukas durchsucht mal wieder sein Deck. Oh, für das Moorpax. Wenn er es weiterentwickelt, kann er halt immer wieder seine Karten auffüllen, was eine unfassbar starke Fähigkeit ist. Also erstaunlich stark. Hat er mich gerade schon in Energie gelegt? Oder irr ich mich da? Er kann aber die Fähigkeit von Pamomamo einsetzen. Auf sich selbst. Ja, ja, das ist mir bewusst. Aber stimmt. Hat er gerade zweimal seine Energie an das Haytera angelegt? Ah, letzte Runde. Okay. Alles klar. Alles klar. Die Runden gehen aber auch so schnell, dass man leicht den Überblick verliert. Also bei Energien anlegen bin ich jetzt ein bisschen übervorsichtiger unterwegs. Kann ich absolut verstehen. Kann ich absolut verstehen. Also ich bin auch richtig gespannt, wie die neue Meter aussehen wird, die kommenden Wochen. Weil das Set ist mittlerweile sehr vielversprechend. Ich finde die Cosima-Karte richtig stark. Ja. Total. Was ich jetzt aber hier gerade beim Spiel bemerke ist, es ist kein gutes Zeichen für Zero, wenn er das vierte Mal sein Deck durchsucht. Ja. Ihm gehen die Ideen aus. Er könnte theoretisch mit einem Heraschai das versuchen abzusetzen, weil er hat glaube ich schon zwei... Eines. Nee, ein nur. Eines. Im Deck habe ich gerade, wenn ich mich nicht komplett geirrt habe, gerade drei gesehen. Oh, ja. Und das wäre gefährlich. Aber hier wird es auch gerade in den Kommentaren geschrieben. Neue Meta-Gardevoir-Ex-Decks. Wir hatten halt leider viel zu wenige Psycho allesamt, wir Spieler. Ansonsten... Sonst hättest du in meinem Deck hätten wir ein Gardevoir-Ex gesehen. Das wäre großartig gewesen. Aber ich habe auch schon gehört, dass es im asiatischen Raum sehr, sehr, sehr oft gespielt wird und auch sehr beliebt ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Choraidon zusammen mit anderen Basis-Kampf-Pokémon ist unglaublich stark. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Trend wird. Ich hatte super Glück, dass ich das gezogen habe. Viele munkeln eher, dass Miraiadon da der Bessere von den zwei ist. Kann ich persönlich wenig zu sagen. Habe ich bisher nicht gezogen. Dafür hatte ich dreimal die Ehre bei Choraidon. So. Jetzt kann Hytera den Rückzug antreten und das macht es auch. Oh ja, natürlich. Und Zero legt schon seine Karte weg. Das Vivillon ist besiegt. Oh, ich finde den Move eigentlich ein bisschen... Au, ich sehe, was er machen möchte. Ja, und es funktioniert. Er möchte mit Bailanda angreifen. Und es funktioniert. Natürlich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist jetzt ein sehr, sehr dichtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Er darf sich, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, eine Preiskarte nehmen. Ich finde auch die AX-Karten ein bisschen scary immer. Zwei Preiskarten, wenn man den leider verliert. Ja, total. Oh, und da ist das Match. Huch. Zero hat verloren. Ja, er hat leider aufgegeben, weil er einfach keine Energien zieht. Da hat er leider gebrickt. Schade. Nicht schlecht, nicht schlecht. Zumindest für Zero. Erfreulich ist es für Lukas. Ja, wir haben noch kein Knattertox gesehen von Lukas. Ja, nur die Vorentwicklung. Knattertox. Das heißt, es wird jetzt ein Finale zwischen Lukas und mir geben. Also ich bin sehr gespannt. Also ich wünsche dir sehr, sehr viel Glück. Dankeschön. Ich würde es dir so gönnen, wirklich. Bist du parteiisch? Wenn ja, für wen? Ja, für dich natürlich. Großartig, das wollte ich hören. Aber wer, wenn ich jetzt hier rauslaufe, dass dann zum Zero gesagt wird, ja, du bist auch für Lukas. Ich glaube aber, er ist auch für dich. Lukas oder Zero? Oh, das Arm drücken. Oh mein Gott. Sie können sich ein wenig beeilen. Nee, nee, nee. Ich finde, das ist ziemlich spannend. Oh, jetzt kristallisiert sich aber es raus. Ja, verloren. Das Arme Chirachi. Wobei, es hat sich für Zero geopfert. Ja. Das hat dir abgefangen. Das hat sich nie wehtun. Richtig. Ja, nicht schlecht. So sieht ein Gewinner aus. Er freut sich sehr. Weißt du denn schon, wo du den Pokal zu Hause entstellst? Ich möchte den Tag nicht vor dem Abend loben, weil... Ich jinx es noch. Nee, bitte auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, bitte. Im Endeffekt kommt es meiner Meinung nach nur darauf an, wie viel Glück ich letztendlich beim Kartenziehen habe. Wenn ich jetzt am Anfang starte mit vier Energie und einem Quaxel, dann kann ich eigentlich direkt aufgeben. Hm. Aber ich verabschiede mich jetzt, weil ich Platz für den Lukas lasse, für den Winner-Talk. Nee, ich dachte, du bereitest dich schon mentally vor. Richtig, richtig. Ich meine natürlich, ich werde mich jetzt mental auf diesen Kampf vorbereiten, auf das Finale. Ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich wirklich sehr, 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 sehr stark drauf. Aber nichtsdestotrotz, ich wandere jetzt rüber und gebe mein Mikrofon ab. Oh, die Siegesumarmung. So. Und wie fühlst du dich? Ich bin auf der Arte vom Arm drücken, das ist doch mega der Struggle. Ich dachte jetzt so, vom Match, vom Match, uiuiuiuiui. Ich habe am Ende nochmal hart geswitcht, genau, geswitcht auch, aber auch hart geschwitzt, weil ich habe erst überlegt, ob ich das Hatera früher zurückziehen soll, aber dann hätte ich das Pamomamo-Schutzlust vorne gehabt und er konnte das Hatera nicht mit einem Angriff besiegen. Nee, ist einfach zu tanki, das Teil. Deswegen habe ich es einfach safe gespielt. Wenn ich die dritte Energie direkt gezogen hätte, hätte ich es daran legen können, und hätte dann das zweite Pamamo quasi ready gehabt. Und ja, habe dann aber zum Glück das zweite Pamomamo gezogen und dann konnte ich switchen wegen der Fähigkeit und ja. Wir haben noch einen Siegesbooster, ne? Ja, wo sind die denn? Oder habt ihr schon viel gemacht? Ich glaube, da oben sind die. Sind die da drin? Ja. Warte mal. Also ich bitte dich, dich aufzuprichten. So. Ja, wir haben es gefunden. Jetzt muss ich nur meinen Eternal Struggle. Du hast Fängernägel, ne? Ich habe Fängernägel, ich habe Fängernägel. Ich habe die schon beim Back-Open nicht aufgekriegt. Okay, ich habe, okay. Kannst du hier so ein Zwischen? Ja. Wir kriegen es hin, keine Warnik. Wir sind Profis, wie man sieht. Hendrik, hast du eine Schere? Warte mal. Ja, bitte. Ich weiß, dass jetzt hier... Ich habe es. Aha, Gewalt. Sorry. Danke für die Mühe, Hendrik. Vielen Dank für die Schere. So. Weg damit. Warte. Weg damit. Ich öffne dir das so. Du musst mir einen aussuchen. Achso, ich wollte es so öffnen. Achso, noch viel besser. Ich nehme den hier. Oh, das Garados. Also ich hoffe, ich bin Altart. Das wäre so gut. Altart wäre mega. Wir haben immer noch keinen Mirai-Don aufgemacht, bei den ganzen Boostern, die wir geöffnet haben. Ich will endlich mal einen sehen. Einfach nur, damit es da ist. Ich weiß noch nicht, wie die Code-Karten in den Boostern ist. So, wir haben mal wieder ein Mankey. Ein Knarbon. Das hätte ich gebraucht. Ich habe die Entwicklung davon aufgemacht. Das ist mega. Ein Schillingel. Das sieht so putzig aus. Mit seinem Einzahn. Ich finde die Artworks so gut einfach. Die Artworks sind mega, dieses Set. Ein Famieps. Guck mal, hätte ich schon zwei gehabt mit meinem. Ein Vitalitätsband. Also mehr Schaden auf einem Item. Ein Rifax. Auch ein sehr schönes Elektro-Pokémon. Ein Slimer. Kommt danach schon die Rare? Nee, zwei. Zwei. Okay, da kommt noch ein. Noch eine? Noch ein. Oh. Filoni. Sehr schick. Und den machen wir wieder so rum, damit ihr es zuerst seht. Oh, ein Skellocroc in Holo. Oh, mega. Richtig sick. Ja, leider immer noch kein Mirai. Aber wir haben ja noch ein Pack. Meinst du, du wirst das nächste Match gewinnen? Alter, ich habe keine Ahnung. Ich habe so Angst davor, dass er einfach mit mir dasselbe macht wie mit Dario und dir. Und ja, wir werden sehen. Wenn er endlich mal Zahl wirft und keinen Pokémon noch vorhundert, dann sehe ich Chancen. Und ansonsten wird das sehr knapp und schwierig. Aber gut, ich mache mich auf den Weg. Ich wünsche dir auch viel Glück. Viel Spaß euch beiden hier. Ich hoffe, dass du nicht meinen Bias vorhin gehört. Aber viel Erfolg. Spaß. Wir sind hier alle. Ja, ja, ja. Boah, das war ein Match. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt so Retro-Perspektiv. Wenn ich jetzt mal kurz nochmal das Match so ablaufe. Geile Schuhe. By the way, geile Schuhe als auch geile Socken hier. Da ist ein Pokal drauf. Die habe ich tatsächlich vom guten Dirk bekommen in meiner Mystery Box. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, da braucht noch jemand sein Deck. Oh. Grüße gehen raus, Gewinner. Jetzt hol dir den Pokal auch, ey. Hier steht er noch. Ich habe schon gefragt, wo er ihn hinstellen möchte. Oh, oh, du bist ja richtig sicher hier. Ja, natürlich. Also ich bin für den Underdog. Die Underdog-Story ist eine gute, würde ich sagen. Aber man muss sagen, Lukas gerade extrem gut gespielt. Ich hatte einfach nichts in der Hand. Ich hatte zwar zwei Forschungen, um mal hochzuziehen. Aber irgendwie kam da nichts. Gar nichts. Ich habe deinen Struggle gesehen. Dir haben die einfach die Energien gefehlt. Ich hatte keine Energien. Ich hatte bei Londa, das andere bei Londa war gepriced. Ich konnte es nicht set up. Das ist mir auch später erst aufgefallen. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ein Heraschei auf die Bank legen mit dem Hyperball. Vielleicht aber auch das Knirrfisch, um Energien zu suchen. Ich habe dann gesehen, ja, der hat auch noch zwei Preiskarten. Aber ich habe so einen Knirrfisch nicht einfach gespielt. Also früher. Weiß ich nicht. Also ich bin da nicht so ganz drauf gekommen. Das Ding ist, wenn ein Knirrfisch down gewesen wäre, wir spielen ja auch nur mit vier Preiskarten. Da ist das Game halt auch sehr schnell vorbei. Wenn du so einen Knirrfisch am Anfang hast, voll okay. Aber so im Late Game, Mid Game ist das auch ganz schnell einfach ein Pokémon, was du wegwirfst. Aber das Problem war halt einfach, auch hier wieder, Pao Mamo hat einfach für Weakness gehittet. Und dann war das ganz schnell vorbei. Wir haben aber noch eine Sache hier. Also der Stream geht jetzt hier aufs Finale hinzu. Wir haben hier ja auch die schöne Trophäe am Start, die der Gewinner gleich holt. Wunderschönes Teil. Es ist wirklich ein wunderschönes Teil. Also wer sich den hier mit nach Hause nehmen darf heute, der hat auf jeden Fall, glaube ich, das auch verdient. Können wir den bitte woanders hinstellen? Ich habe ein bisschen Angst, dass er runterfällt. Naja, ich kann ihn ja auch schon wieder... Wir können ihn ja auch schön hier in den Set stellen. Stellt sich auch mal wieder hier hin. Ja, also wir haben das Ganze jetzt hier fast schon, ich glaube drei Stunden oder so, vier Stunden, fast live. Wir haben jetzt schon fast zehn Uhr halt. Ich glaube, 18 Uhr haben wir gestartet circa. Das ging echt schnell. Und uns haben ja auch hier Partners supported. Wie gesagt, Elgato hat uns supported mit Licht als auch mit der Kamera, Stativen und allem, was dazu. Das Licht ist echt shiny. Wie gesagt, und sehr mobil. Alles super. Aber ein Partner, den wir auch nochmal highlighten wollen, ist natürlich Flexi-Spot. Flexi-Spot hier auch nochmal, wie wir sehen können. Ganz, ganz cool. Und ich glaube, wir haben jetzt hier auch gerade eh nochmal so ein Ding, man hört mich gerade eh nicht. Oder hört man mich? Weiß ich gar nicht. Ja, man hört dich. Man hört mich. Ja, Flexi-Spot. Wir sehen es hier gerade. Das ist der Tisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er wackelt nicht, gar nichts. Er fährt hoch. Und das können wir auch gleich tatsächlich sehen. Oh, das Show-Match wird im Stehen ausgeführt. So sieht es aus. Oh, geil. Es wird nicht komplett im Stehen ausgeführt. Aber wir highlighten gleich mal ganz kurz, wie der Tisch hochfahren kann. Wir sehen es hier nämlich. Wir können auch die Einstellungen einspeichern, oder? Ich glaube, wir haben noch keine Einstellungen drin. Ah doch, er fährt hoch. Er fährt hoch. Ach du Heilige, da geht es hoch hinaus, ey. Da sehen wir unsere Kontrahenten schon nach oben gehen. Ai, 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 ai. Das hat so ein bisschen Yu-Gi-Oh-Du-City-Vibes. Ja, ja, so ein bisschen halt. Da wird auch schon ausgewürfelt, wer anfängt. Ich glaube, es war Zahl. Und ich glaube, damit können der gute Nori entscheiden, wer anfängt. Ai, ai, ai halt. Aber das ist das Praktische halt, ne? Im Stehen als auch im Sitzen hier so einen coolen Kampf zu machen. Oder halt auch essen oder arbeiten, wie auch schon gesagt. Also ergonomisch ist das Teil ein Meisterstück. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie, ich sag mal, sehr viel sitzen solltet. Es ist ein Bombentisch. Ich kann ihn euch sehr ans Herz legen. Ich glaube, der wird auf jeden Fall mein neuer Schreibtisch werden. Oder deiner, je nachdem. Der Pokal. Nein, der Pokal. Uns verlässt nun der Pokal. Und wir werden jetzt den Pokal auch den Gewinnern natürlich näher bringen. Huh, da sehen wir das Standing der beiden. Zwei Siege haben sie. Was echt Gutes. Ich finde auch, beide haben richtig solid gespielt. Muss man an der Stelle sagen. Beide sind echt gut. Norio als Underdog. Lukas als Erfahrender. Aber das Ding ist jetzt, wie wir gesehen haben, bei Londa gegen Pamomamo. Wir haben den Typenvorteil. Und Norio sagt auch immer wieder, Koraidon und Pamomamo, die mögen sich gar nicht. 230 Abzug, 230 HP. Das kann sehr nach hinten losgehen. Je nachdem, wie die Preise liegen, kann das auch jetzt hier natürlich in Favor vom guten Norio sein. Aber man muss auch ein bisschen Glück haben beim Ziehen. Ich verstehe den Respekt von Norio. Aber Pamomamo hat ja als Schwäche auch Kampf. Also so viel, viel... So sieht es aus, ey. Aber Leute, bevor wir hier nochmal jetzt reingehen in das Match. Wer soll gewinnen? Wer wird gewinnen? Da nochmal. Rotes Herz für den guten Norio und Blaues Herz für den guten Lukas. Rein damit. Ich bin gespannt, wer gewinnen wird. Und du hast ja gesagt, du bist für den guten Norio, ne? Ich liebe die komplette Underdog-Story. Ich finde das immer noch so crazy. Weißt du, wir spielen fast jeden Abend das Tätige. Wirklich, ja. Und dann losen wir so ab. Also ich habe einen Sieg gegen dich geholt. Aber sonst habe ich halt auch beide Matches verloren. Und du hast beide Matches verloren, ne? Ich habe keinen einziges gewonnen. Ne, drei hast du gespielt. Drei. Ja, ich habe keinen einziges gewonnen. Ich konnte keinen Booster öffnen. Das ist ein bisschen traurig. Du kriegst einen Trostbooster am Ende. Du kriegst am Ende einen Trostbooster, muss man sagen. Das wäre süß. Wir fangen an. Oh, schau, schau, schau. Da sind ja auch sehr die Norio-Supporter. Die Leute sind hier für Norio. Die roten Herzen sind auf jeden Fall am Start hier. Wir haben hier einen Nespal, der gespielt wird. Pamu wird rausgesucht aus dem Deck. Pummel als Start. Und wie wir gesehen haben, Pummel guter MVP. Also Pummel ist echt strong. Ist krass. Also der ist gigastrong fürs Prü-Relief. Ich habe gehofft, dass ich den öfter nutzen kann. Eins hatte ich ja gegen Lukas. Das zweite konnte ich nicht set up, weil ich keine Pflanzenenergie hatte. Ich hatte so viel Wasser. Ja, du hattest die Wasserenergie statt der Pflanze. Ich bin auch ein bisschen geizig gewesen. Ich habe auch, glaube ich, nur vier Pflanzenenergie im Deck drin. Wirklich? Das ist das Ding. Okay, das ist schon ein bisschen risky. Aber das Ding ist, wenn ich ein Resolve, sollte das eigentlich reichen. Ich glaube, es wurde gerade ein Richter gespielt, um die Hand ein bisschen zu disrupten. Jetzt schon? Und ich glaube, das gefällt Lukas überhaupt nicht. Der Lukas hat nur ein Nestball gespielt, eine Energie angelegt, glaube ich. Und das war's. Das heißt, er geht da schon Minus mit seiner Hand. Und wie wir das in seinem Gesicht lesen können, der scheint gar nicht zufrieden zu sein. Aber Norio mit dem Pokerface unterwegs. Norio auch mit seinem Satisfying Mission hier. Das funktioniert. Ey, ich sag's dir, ich sehe den schon auf den Regionals demnächst. Also ja, er war sehr angetan, als wir ihm davon erzählt haben. Auch als wir ihm das TCG gezeigt haben. Er hat sich ein bisschen vorbereitet, indem er das TCG Live-App sich runtergeladen hat. Oh, zielt hier Cosima, Knirps, Nestball, als auch eine Wasserenergie. Mit Nestball, gut, um seine Banknummer voll zu machen. Eventuell mit Choraidon, wenn er das möchte. Schauen wir mal rein. Er kann jetzt auch, glaube ich, das erste Mal ins Deck gucken, um zu schauen, was gepriced ist. Also sein Go-To-Move wäre jetzt das Choraidon. Nicht EX, das Normale. Das Normale, sagst du? Ja. Das wäre gegen Pamu-Mamu auch mit drei Colorless Energies sehr stark. Knockouted ist ja für Schwäche, was sehr, sehr gut ist. Braucht ihr den Tisch noch nach dem Stream, fragt ihr jemand. Ja, den brauchen wir noch. Der ist leider nicht zum Verlosen da. Leider nicht. Eieieiei, Alter, ich sag's euch. Das geht hier ab. Wir können gerne am Ende des Streams noch eine Karte verlosen, wo alle Kontrahenten draufschreiben. Können wir gerne am Ende des Streams machen. Schreibt dafür gerne auf YouTube in die Kommentare später nach dem Stream rein, wie ihr das Event fandet. Und dann habt ihr Chance mitzumachen beim Gewinnspiel. Nochmal eine schöne Karte mit allen unterschrieben. Ich glaube, das ist eine schöne Erinnerung. Können wir, glaube ich, machen. Ich will auch so eine Karte. Kriegt jeder. Kriegt jeder, der auch dabei war. Also ich glaube, wenn ihr da mitmachen wollt. Oh, Norio, Clapping Hands. Einfach nach dem Stream nochmal in das VOD rein und schreibt einen YouTube-Kommentar. Oh, da ist es, das Koraydon. Da ist das normale Koraydon, wie wir auch schon festgestellt haben. Sein Basic Attacker. Eine Energie gesetet auf Quacks? Ja. Weißt du, was du mir auch... Oh, er greift noch an. Oh, oh, chillig, chillig. Er greift noch an. Die 10 Schaben mit Klaps, die lässt er sich nicht entgehen. Was mir aufgefallen ist bei jedem Match bisher, die Cosima wurde noch nicht so crazy genutzt. Ich habe tatsächlich eine Cosima im Deck gehabt, auch wenn ich zwei gezogen habe. Habe sie leider nie wirklich gehabt. Du hast bisher den Insanzen-Cosima-Play gemacht, muss man an der Stelle sagen. Der war extrem krass. Ich glaube, das ist auch meine Anziehungsnetz-Vergangenheit. Wahrscheinlich, ja. Das ist wahrscheinlich. Ich liebe das Teil. Also, ich habe auch schon vorhin im Winners-Interview gesagt, Cosima ist super-stronger Karte und im kommenden Meter wahrscheinlich sehr oft vertreten. Definitiv. Definitiv. Also, ich bin ein Giga-Fan und die wird in meinem Lost-Box-Deck wahrscheinlich wieder zu können. Mindestens auf 1,5 mit Luminium und Co. halt. Das ist ja sehr, sehr gut. Ich glaube, Lukas hat gerade seine Pummel-Entwicklung gesucht mit dem guten Gym. Das heißt, er kann jetzt halt auch schon komplett Pummel als auch hier Vivillon spielen. Ach du Heiliger, da liegt mir ganz kurz die Luft weg. Vivillon ist da. Wunderstaub, 50 Schaden als auch eventuell Vergiftung, Paralyse oder Schlaf. Und ich glaube, er hat es gehittet. Er hat es gehittet. Oh. Verbrennung. Oh, und er kriegt Schaden noch. Das heißt, es ist der Knockout. Stark. Nicht schlecht, nicht schlecht. Stark. Gut gespielt, gut gespielt. Sehr nice, sehr, sehr nice. Damit ist das Quacks schon erledigt und das Vivillon ist jetzt da, dass... Oh. Er hat Basis wenigstens gezogen. Das ist halt jetzt wichtig, ne? Damit er nicht jetzt nur mit Corridon dasteht. Oh. Da sehen wir es. Er hat das, Nigiragi, er hat eine Energie, er hat einen Knirps. Und die Cosima. Und die Cosima. Den Play, den ich jetzt bevorzugen würde, Nigiragi vielleicht legen, Energie auf Corridon und Knirps spielen, wäre die Möglichkeit. Das wäre, glaube ich, so ein Ding, um im Game zu bleiben halt. Weil sobald Corridon irgendwie auf den Ablagestahl bekommt, ist das Game vorbei. Ohne Pokémon auf der Bank hat er da keine Chance mehr, sich zu verteidigen. Kurze Frage, ist Jim eigentlich ein besserer oder sagen wir mal die Supporter-Version von Entwicklungsrauch? Kann man an der Stelle sagen, ja. Es ist ein doppelter Entwicklungsrauch. Du kannst mit einem Jim auch im Lugia-Deck zwei Archeops suchen, wäre auch eine Möglichkeit. Wäre super strong. Das dachte ich mir... Es ist halt leider nur zwei Entwicklungen und dafür einen Supporter abzugeben, muss man sehen halt. Aber du kannst mit einem Luminion den suchen, also wäre schon giga strong. Aber du kannst doch in einem Lugia zum Beispiel eine Burn-It suchen, das kann auch zwei Karten des Karten halt. Also ist in vielen Decks einsetzbereit. Ob das halt im Meta spielbar wird, das wird man mit der Zeit sehen halt. Welche Decks, ich sag mal, vorne mit dabei sind. Also ich finde es extrem spannend, die neuen Karten. Die bringen richtig neues Leben rein. Definitiv, also da kauft euch einfach mal die neuesten Sets, wenn sie irgendwie bei euch erhältlich sind, ab dem 31. März. Der Knirps wird gespielt, Nestwahl kommt. Er guckt nochmal in seine Hand, was er hat. Vielleicht ein zweites Quacks, weil... Er hat die Möglichkeit, eventuell im nächsten Zug es zu entwickeln. Und ich glaube, dafür entscheidet er sich auch. Ja, das Quacks kommt auf die Bank, um im nächsten Zug eventuell nochmal was zu machen. Also von daher, ich glaube, der Junge denkt da schon sehr gut mit. Da fragt jemand im Chat, wie man die unterschriebene Karte nochmal bekommen kann. Wie er eine unterschriebene Karte am Ende des Streams bekommt. Ganz, ganz einfach. Und zwar müsst ihr nach dem Stream, wenn der Stream beendet ist, dann wird der Stream auch auf YouTube als Video vorhanden sein. Da einfach in die Kommentare später rein und reinschreiben, wie ihr den Stream fandet, was ihr gut fandet, was vielleicht auch Verbesserungsvorschlag war. Einfach Kritik. Also so macht ihr da mit und das ist die Teilnahmegebühr. Dann wird ein bis zwei Wochen später der Gewinner ausgelost. Ich werde diesen anschreiben. Keine Telegram-Gruppe oder sonst was, sondern mein eigener Account. Weißt du, was wir auch machen könnten? Wir können auch eine unterschriebene Mathe... Wir können auch nochmal eine Mathe machen. Machen wir eine Karte ohne eine Mathe-Fet. Ja. Das wäre doch super. Das finde ich auch geil. Haben zwei Leute was von. Ich glaube, das ist cool. Ich glaube, das ist sehr, sehr stark. Alles klar. Lukas hat hier gerade sein Deck durchsucht. Ich glaube, er hat ein Nesball gespielt für ein Parmo. Und ich glaube, du als Parmo-Experte weißt ganz genau, wie das geht. Also zwei Parmos zu haben, ist schon key. Eins allein reicht leider nicht. Das Ding ist, wie wir auch bei Lukas gesehen haben, sobald er zwei hat, zwei Parma Mamamo, fühlt er sich sehr, sehr sicher und geht auch mal all in. Und das ist auch der Way to go, glaube ich. Vivillon greift an. 50 Schaden. Die Münze wird geflippt. Nee, er greift an mit 110, wie ich das sehe. Er greift an mit 110. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Er hat die Milia gerade gespielt. Die Milia drei Karten ziehen. Ja. Okay. Aber er geht einfach auf den Raw Damage. I mean, es ist ja halt auch ein Glücksspiel in dem Sinne halt. Ob du den Coin Flip bekommst für eine Para, für eine Vergiftung, für eine Einschläferung. Das ist das Ding. Okay. Quacks wurde entwickelt zu Fouyente. Die Energie wurde angelegt. Was passiert jetzt? Es ist ein sehr slowes Game bisher für den guten Norio. Das Finale muss ja auch spannend sein, oder nicht? Eigentlich schon. Ne Milia wird gespielt für Lukas. Drei Karten vom Top of the Deck. Ei, 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 ei. Oh, wir sehen seine Hand mal. Wir sehen seine Hand. Oh, da kommt die Entwicklung. Oh, da ist die nächste Entwicklung. Und ich sehe dann noch etwas. Aber noch geht's nicht. Noch geht's nicht. Noch geht's nicht. Außer er hat die Möglichkeit, mit dem Sonderbombom natürlich das Ganze zu überspringen. Also die Sonderbombom-Taktik ist schon sehr risky. Das musste ich leider in einem Spiel gegen dich erfahren. Ja, also ich hatte einen Sonderbombom, musste ihn leider diskaren im Spiel gegen Lukas. Ich habe auch nur einen im Deck. Kann sehr gut kommen. Ich hätte ihn in einem anderen Spiel benutzen können. Er spielt wieder Mophex. Und das finde ich sehr interessant, dass er so krass auf Mophex geht. Einfach, weil er keine Rückschusskosten hat. Er hat einfach einen Pokémon, womit er 3 Switchens hat. Sehr, sehr stark. Ich habe mich jetzt erst gewundert, was soll der hier? Und habe dann gemerkt, oh, das ist ja gar nicht so schlecht. Also da, sehr guter Play wieder von ihm. Du siehst auch in seinem Gesicht, wie Lukas sich anstrengt. Wie er überlegt. Na, was macht er? Ist es eine Energie, die er macht? Er wollte eine Energie legen. Die Frage ist, auf was halt, ne? Geht er dafür oder geht er nicht dafür? Er kann Koraidon auf jeden Fall in diesem Zug erledigen. Egal mit welchem Move. Das heißt, das ist vollkommen egal. Und er knockoutet auch. Koraidon ist down. Fuyente ist das einzige Pokémon neben Nigiragi. Er vertraut zu sehr auf seinen Koraidon immer noch. Tatsächlich. Wenn er das Early Knockout bekommt, ist es an sich ein... Ja, Nigiragi ist jetzt im Active Spot. Aber was macht es? Es kann wieder auf die Hand halt gehen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder es kann Energie an Pokémon anlegen. Kann auch nochmal sehr gut kommen. Gym wird gespielt, um auf jeden Fall unsere gute Queen rauszuholen. Quaequable, a.k.a. Wie heißt sie auf Deutsch? Bailando, Bailando. Bailanda. Oh, Bailanda? Bailanda. Oh. Bailanda. Wir haben es zu sehr gememt mit dem Bailando, Bailando. Es kommt wahrscheinlich vom Bailando. Wahrscheinlich. Aber es ist Bailonda. Ja, krass. Also Gym hier, bisher, glaube ich, einer der effektivsten Supporter. Gerade mit der Vivilon-Linie. Sehr, sehr broken halt. Du brauchst ja eigentlich nur einen Purmel als auch einen Gym und hast direkt einen Vivilon. Und mit einer Energie, 50, als auch immer einen speziellen Zustand auszulösen. Mega, 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 braun. Also stell dir vor, du hast das Vivilon-Deck. Mit Gym gehst du absichtlich Turn 2, spielst den Gym direkt, First Turn. Und hast dann gesetuppt das Vivilon. Mega stark. Plus, stell dir vor, du hast dann auch noch eine Energie, eine Grasenergie in der Hand. Instant 50 Damage und Spezial. Und ein mega Vorteil halt. Und wir sehen gerade hier, Norio set up gerade sein Bailonda da unten. Und er retreatet. Und das kann tatsächlich ein sehr guter Play sein. Denn Bailonda ist jetzt vorne mit 140 und kann Vivilon ausknocken. Und sein Pamamo ist immer noch nicht gesettet. Genau. Auf gar keinen Fall. Lukas steht da unten nur mit Pammo. Noch kein Pamamo. Und eine Energie auf dem jeweiligen. Das sieht nicht gut aus für Lukas gerade. Wir haben gedacht, auch wenn Lukas vorne ist mit zwei Preiskarten, ist Norio gerade durch. Oh, der Hyperball. Der Hyperball kommt nochmal rein. Zweimal die Ente. Discarde zweimal die Ente. Okay. Das ist sehr risky. Für was denn er halt jetzt? Das ist die Frage. Was kann er jetzt suchen? Sucht er das iX? Oh, es kommt Koraydon. Ja, natürlich, das ist ja ein Ablagestapel alles. Je nachdem, wie viel Energie er im Ablagestapel hat, ist Koraydon jetzt stark. Aber du brauchst halt bei Koraydon natürlich, um die Fähigkeit zu nutzen. Will mal einen Zug halt irgendwie vergeuden. Und er hat jetzt einen Attacker vorne. Und das möchte er sich nicht nehmen lassen. Er muss jetzt angreifen mit Hydro-Kick, um das Vivillon endlich aus dem Active-Spot zu bekommen. Und das war's. Vivillon ist down. Also ja, ich dachte mir, dass er jetzt das Mob-Hex rauspricht. Mob-Hex kommt rein. Ganz, ganz klar. Null Rückzugskosten. Das ist die einfachste Möglichkeit. Und die Spritztour ist actually eine gute Attacke. Lässt dir zwei Karten ziehen halt. Tatsächlich. Emilia, da kann er nochmal drei Karten ziehen. Er schaut sich seinen Ablagestapel an. Lukas braucht jetzt unbedingt irgendwie die Möglichkeit. Können wir den Upset-Win machen hier? Kann der gute Norio, nachdem er eigentlich am Anfang ein bisschen behind war, das Ding hier ist rocken. Oh, das zweite Vivillon kommt. Und es kann für eine Energie schon wieder richtig viel machen halt. Oh, da spielt er den auch. Und da spielt er ihn auch. Das ist ein smarter Move. Ist ein smarter Move. Und Vivillon ist da tatsächlich auch der Play. Denn Vivillon macht jetzt sehr, sehr viel. Und wenn Norio kein Tausch oder ähnliches hat, kann die Paralyse jetzt sehr weh tun. Ich glaube, er spielt keinen Tausch im Deck. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Da kommt der Angriff. Es kommt der Coinflip. Und? Es ist Kopf. Das Glück hat Norio verlassen wohl. 50 Schaden. Und es scheint die Paralyse zu sein. Wie wird der Zustand eigentlich ausgewählt? Das muss ich nochmal fragen. Er kann sich den aussuchen. Oh, man kann sich den aussuchen. Du kannst den Zustand aussuchen. Da steht es ja. Du kannst dir einen speziellen Zustand aussuchen. Und dabei ist Verbrennung, Vergiftung. Es ist auch Verwirrung dabei. Es ist Paralyse dabei. Und Paralyse ist hier das Beste. Klar, hindert Schlaf auch daran, eins zurückzuziehen. Aber Schlaf ist 50-50, ob man aufwacht. Und bei Paralyse ist es nicht. Und da schläft er. Oh, paralysiert weiter. Also Paralyse musst du es eigentlich nicht machen. Vielleicht schläft er auch. Kann auch möglich sein. Oh, stimmt. Ich bin mir da jetzt gerade nicht so ganz sicher, was gerade gecallt wurde. Es ist die Para. Es ist die Para. Normalerweise muss da kein Coinflip passieren. Am Ende des Zuges ist er nicht mehr paralysiert. Ist es der zweite Supporter? Nee, es ist der erste. Achso. Stimmt, Nori hat ja gerade den Coinflip gemacht. Sorry, sorry, sorry. Genau, genau. Ich gucke sonst gerne nochmal nach in die Grundregeln, ob da nochmal irgendwas stand bezüglich Paralyse. Aber... Wann machst du die Judge-Prüfung? Das ist eine gute Frage halt. Gelähmt. Wenn ein Pokémon gelähmt ist, kann es weder angreifen, sich noch zurückziehen. Dreh die Karte, waagerecht nach rechts, um anzugen, dass es gelähmt ist. Wenn das aktive Pokémon gelähmt ist, erholt es sich nach dem nächsten Zug. Ja. Also das Pokémon erholt sich automatisch danach wieder. Es ist kein Coinflip in dem Sinne, der dort gemacht werden muss. Deswegen ist die Para auch so stark halt. Besser als ein Schlaf. Schlaf ist da in dem Sinne zu risky. Comeback, Comeback ist die Möglichkeit hier. Schreiben Leute in den Chat rein. Chat, mach mal jetzt hier eure Herzen rein. Rot für den guten Lukas. Oder... Blau für das Comeback des Jahrhunderts. Eigentlich war es andersrum. Egal, wir sind jetzt gerade bei Blau wegen ByLondar. Deswegen müssen wir Blau machen. Die Mods rasten ja aus. Ich sag's euch, ey, ich verdrehe hier alle Fakten links und rechts. Ich krieg sogar hier ein schönes... Es ist hier schon das erste Herz. Ich seh hier schon die roten Herz hier reinflattern. Aber noch ist noch nix vorbei hier. Es sind zwei Energien gesetet auf Vivillon und das ist der Knockout. Oh nein, noch eine Preiskarte. Und das ByLondar hat schon 50 Damage. 120 fehlen noch. Vivillon kann's nicht richten, aber eventuell ein paar Mamamamo. Da sehe ich die Erfolgsfans. Das ist das Ding, ey. Die Erfolgsfans hier. Aber es ist sehr viel Blau. Es ist sehr viel Blau dabei. Ich glaube auch noch an das Comeback. Okay, okay. Er geht für den Knockout. Er geht für den Knockout. Vivillon ist down. Mopax kommt wieder rein. Lukas bisher noch kein Pa-Momo. Ne, Pa-Mo. 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 Pa-Mo-Mo. Alter, ey, bring mich. Alter, die zweite Form. Sagen wir es so, wie es ist. Er hat noch die erste Lord League. Also, dass er immer noch stuck mit denen ist. Aber er hat getoppt, ey. Einen Gym. Oh. Das war sehr, sehr stark. Mit dem Gym kann er beide entwickeln, wenn er möchte. Oder nur einen. Je nachdem, was er auf der Hand hat. Er nimmt ein Pa-Momamo. Das heißt, er will einen entwickeln. Pa-Mo-Mo und Pa-Mo-Mo. So heißen sie. Danke, Shad. Das grüne Herz. Danke. Das grüne Herz, genau. Doppelpaar-Momo ist auch in dem Sinne der richtige Play. Weil er hat noch einen Zug mehr. Es sind 2 zu 1 Preise bisher. Das geht hier tatsächlich sehr spannend zu. Hat er noch irgendwie die Möglichkeit? Ich glaube schon. Er hat noch die Möglichkeit. Wenn er jetzt die Energien richtig set upt, kann das alles klappen. Die zweite Energie ist auf Pa-Momo drauf. Und er braucht einfach keine Schritte. Er braucht keine Schritte. Er fühlt sich sehr sicher. Keine Spritzturne mehr. Er braucht keine Spritzturne mehr. Er braucht einfach gar nichts mehr. Das Ding ist, wenn er Pa-Momamo auf der Hand hat, was wir gesehen haben, kann das ganz schnell vorbei sein. Durch die Fähigkeit kann er nämlich... Aber hat Norio nicht noch einen Richter? Er greift einfach an. Und ich glaube, das war es halt auch. Er spielt den Jungen. Oh. Er hat den Zweiten sogar. Und da ist die Attachment for Turn und das war's. Der Gewinner der Zero Championships ist der gute Lukas. In einem spannenden Match hier hat er sich den Upset-Win gegen den ungeschlagenen Norio. Und was man sagen muss, es war halt auch... Das war eine knappe Kiste. Es war mal wieder so, da hast du gedacht, okay, Lukas ist vorne. Dann hast du gedacht, okay, Norio ist vorne. Und dann war auf einmal wieder Lukas vorne. Der Vivilon Play hat es dich geholt. Und er kann sich verdient diesen Pokal mit nach Hause nehmen. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Aber halt auch an den guten Norio. Zweiter Platz. Dafür, dass er das TCG das erste Mal seit Jahren wieder spielt. Das war eine starke Leistung von Bayern, wirklich. Mega stark halt. Super geindruckend. Mega smart, ey. Mega smart hier. Wir kriegen hier auch gleich nochmal Besuch von den Gewinnern, damit wir auch nochmal hier kurz hören können, wie die Matches waren. Also wie gesagt, Norio muss sich hier nichts irgendwie... Ich sag mal, wie nennt sich das? Da muss sich keine falschen Gedanken machen. Ich find's gut, dass wir beide gut, also richtig gut mit Wörtern sind. Wir sind beide richtig gut mit Worten, hier muss man sagen. Aber Lukas gewinnt das Ding hier. Hast du deinen Knattertox gesehen? Nein. Ich auch nicht. Und deswegen sagen wir, Pamo Mamo ist hier Solo-Run und ist hier durchgerusht. Ich fand's sehr, sehr stark. Die eine Signature-Karte. Ach du heilige, da ist auch schon der Gewinner. Setzen Sie sich hin hier. Ich mach auch ein bisschen Platz hier. Du kannst dich sonst auch noch da hinsetzen. Ei, ei, ei. Hui. Ich glaub, wir haben jetzt die Keule hier an. Ich hoffe, dass die Keule an ist. Lukas, du hast das ganze Event geholt. Zu null. Drei Siege. Null Niederlagen. Was man aber sagen muss, bevor wir hier die Worte überlassen. Norio, wirklich, extrem gut gespielt. Zwei Siege hast du geholt. Nur im Finale konnte ich der gute Lukas stoppen. Extrem, extrem stark. Also da nochmal dicke, dicke Props. Und ja, ich würd sagen, ich geb dir mal hier das Mikrofon. Und sag mal, was du davon hältst, wie von deinem Sieg? Es war mega knapp. Also ich hatte am Anfang, hat sich's richtig gut angefühlt, dass ich mit dem Vivalion richtig gut Druck aufbauen konnte und schon zwei Preise hatte. Ich bin mir im Endeffekt sicher, dass der Kill auf das Nigi Ragi, glaub ich, ein bisschen zu früh war. Ich hätt lieber 110 Schaden auf seinen Vogel machen müssen, damit ich den mit irgendwas Kleinem auch besiege. Aber, ey, das Top-Deck vom Gym am Ende hat's einfach gerissen. Wir haben das auch gesagt. Ich hatte... Du hast den Gym gehabt und du hattest dann die beiden Pamu-Mamos. Alter, es war insane. Deine Hand als auf den Gym, die haben so gut reagiert. Es hat einfach... Hätte ich den nicht gezogen... Ich hatte ja auch noch die Forschung des Professors, aber ich hab nur zwei Pamu-Mamo im Deck. Ich hätt den nicht spielen können. Du hättest die Discard müssen. Und das war deine Win-Con. Am Ende hast du damit gewonnen. Als wir den Gym gesehen haben, haben wir gedacht so, okay, es ist vorbei. Dann hätte er noch eins holen können, wie er wollte. Ich hatte das zweite auch ready. Es war einfach mega lucky, der Top-Deck. Guter Top-Deck hier halt. Aber wie gesagt, Norio, Heads up. Mega gut gespielt. Das war einfach ein Zug noch, denn hätte ich das einfach verloren gehabt. Mega insane hier halt. Also wie gesagt, ey, was man sagen muss... Ich geb ihn nur mal kurz das Mikrofon. Ah, dankeschön. Ja. Was hältst du für deine Leistung? Was sagst du? Ey, ich bin nach wie vor immer noch der Meinung, dass wenn ich nicht so Glück gehabt hätte mit meinen legendären Pokémon, dass ich nicht im Ansatz eine Chance gehabt hätte und ich hätte sie beinahe nicht mal gespielt. Ich wollte eigentlich auch auf Elektro gehen. Ich hab dich noch umgeschimpft. Nein, nicht ganz. Also es war halt, du meintest High Risk, High Reward. Ich dachte mir, ich kann es dann auf Glück schieben. Ja. Ich dachte, wenn ich verliere, sage ich einfach, ja, ich hab halt High Risk, High Reward gespielt. Nee, aber letzten Endes dachte ich mir einfach, okay, ich bin da wahrscheinlich der Einzige hier, der eine Ex-Card hat. Warum also sollte ich sie dann nicht versuchen zu spielen? Und sie kam mehrmals echt gut, muss man sagen. Genau. Und dann hatte ich halt auch sehr viele Trainer, die halt mir ein Suchen ermöglichen. Ich hatte dreimal den Nestball, was mir halt super einfach die Coreidons auf die Hand gibt. Und als ich dann den Dreh raus hatte, dass ich erst das normale Coreidon gespielt habe und mein Ex als Supporter, dann lief es auch. Nur an Lukas habe ich mir die Zähne ausgebissen. Und Lukas hatte am Ende halt auch den Top-Dick des Jahres mit dem Gym, da konnte keiner was machen. Aber bevor wir das Ganze beenden, Jen hat noch keinen Booster aufgemacht. Jen hat noch keinen Booster aufgemacht. Und du als Gewinner, als auch du mit deiner guten Leistung. Ich glaube, wir sollten noch sehr gleich ein Booster drin haben. Dementsprechend macht ihr drei jetzt nochmal gleichzeitig alle einen Booster auf. Ich glaube, der Chat freut sich. Ich glaube, man hört mich so ein bisschen, ja. Und ich glaube, eine Sache, die wir machen können, ich habe ja angekündigt, und zwar verlosen wir eine Sache, und zwar haben wir hier noch das allerletzte Privilege Starter Deck mit einem Resaldero drauf. Das werden wir auspacken und jeder von uns wird darauf unterschreiben. Und das wird es einmal zu gewinnen geben, als auch eine Matte mit Unterschrift von uns allen dreien. Wie ihr mitmachen könnt, ganz am Ende, nach dem Stream im VOD, einfach Kommentar schreiben, wie ihr das Event fandet. Und ich würde sagen, öffnet eure Booster und wir schauen mal rein, was ihr ziehen könnt. Oder, ihr solltet den Pokal abnehmen? Ja, gerne. Den gibt's. Ihr könnt auch alle gleichzeitig machen. Macht euch alle gleichzeitig. Echt sicher? Ich wollte jetzt abwarten. Macht alle gleichzeitig. Macht alle gleichzeitig. Es ist ein Pack-Battle. Die Leute lieben Pack-Battle. Ihr könnt auch gerne in den Chat reinschreiben, wie ihr das Event fandet, Leute. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da euer Feedback einfach mal in die Kommentare postet. Wie gesagt, das ganze Team, was hier mitgearbeitet hat, nicht nur die Sponsoren. Vielen lieben Dank an alle Leute, die am Start waren, ey. Also wirklich krass. Ja, Mann. Wirklich, ey. Also Herzchen für Paul, Herzchen an Nico, Herzchen an Paul, Herzchen an Hendrik, Herzchen an Tobi, alle Leute, die am Start sind. Vielen, vielen lieben Dank. Auch an den guten Present, der hier auch im Vorrang mitgeholfen hat, der leider nicht da sein konnte. Aber wie gesagt, vielen lieben Dank an alle Leute, die hier mitgemacht haben. Auch an euch. Also wie gesagt, da nochmal Applaus an alle halt so. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Und jetzt, Pult war es, meine Kerle. Also, Nummer eins. Next. Oh. Ein Driftlon? Ihr müsst das wissen, kommentieren. Also, ich habe eine Energie zu gewinnen. Das hatte ich ja auch in meinem Deck. Nächste Karte. Eins, zwei, drei. Entschuldigung. Okay. Da ist das Schuffett, das ich gebrauchtet, um mein Ex zu spielen. Glücklich? Ja. Da ist es. Hätte er macht abstoßende Gestanken. Nächste. Stinke ist es. Ein Knarthox? Filoni und? Oh, Fleckmon. Fleckmon. Fleckmon, du nimmst. Fleckmon. Fleckmon. Oh, Scarabon ist da drin. Oh. Bist du? Oh mein Gott. Ich liebe ihn. Oh, das wäre stark gewesen. Pepper? Oh ja, Pepper. Eine Item-Carte und eine Pokémon-Ausborderung. Pepper ist ein guter Supportung. Das wäre stark gewesen. Die hätte ich sofort im Ende genommen. Nächste Karte. Was ist so, dass dein Ei auf dem Kopf hat? Eins, Zwei, Drei. Soll ich halten dann so lange? Ja, ja, ich höre mal kurz. Gut. Nächste Karte. Zwei Mark. Also, oh. Weiß nicht, die habe ich schon. Das habe ich. Bei mir ist wahrscheinlich nur Triska. Oh, ein Drift-Zepeli. Oh, den mag ich. Den finde ich wirklich cool. Oh, auch schick. Gut. Nächste. Hallo, ich höre. Was haben wir jetzt? Also, bei mir ist jetzt schon das erste, die erste, äh, Oh, ein Epitaph. Nice. Nein, nein, ich habe das Ei da aus Versehen, eine zu wenig gehabt. So, auf die Plätze. Fertig. Next. Oh! Du hast einen Tenshiker. Was? Ist nicht dein Ernst. Du hast uns eine Head. Oder kommt da noch ein hinterher? Ach, das ist die, die ist auf der Stelle. Oh, okay. Dann, äh, kommt jetzt noch eine. Okay, jetzt kommt die Rare. Jetzt kommt die Rare. Du hast einen Pamu, äh, Pamu, Pamu. Ich habe noch ein Epitaph. Ich habe zwei Epitaphs. Ja, der, der mit dem Sieg gekostet hat, das war ein Slater. Und ich glaube, dahinter ist noch eine Energie. Dahinter ist noch eine Energie? Ja, dahinter ist noch eine Energie. Ja. Also, leider, äh, keine richtig geile Karte noch aufgemacht. Hat Jenners Beste gezogen. Ja. Ja. Hat Jenners Beste gezogen. Mega. Nee, crazy halt. Ja. Ich glaube, dann sind wir aber halt auch. Für heute. Wir müssen es halt durch, oder? Ja, wir müssen auch gleich unterschreiben, aber das machen wir off-stream. Okay. Das machen wir off-stream. Ja. Also, wie gesagt, nochmal danke an den Chat. Danke an die Mods. Aber scheiße, ich höre gar nichts hier. Ich höre gar nichts. Ich muss ja hier rein sprechen. Danke nochmal an den Chat. Danke an die Mods. Vielen lieben Dank an alle Leute, die am Start waren. Es war ein sehr, sehr bombastisches Event. Hat super, super Spaß gemacht. Und wenn ihr sowas nochmal haben wollt, dann lasst gerne mal ein Däumchen da und auch gerne Feedback in die Kommentare. Ich bin damit raus. Die letzten Worte hat der Gewinner, würde ich sagen. Und ja, Lukas. Es war mega cool. Ich habe richtig Spaß gehabt. Ich freue mich, dass ich das hier mit allen erleben durfte, die dabei waren. Freue mich auf ein potenzielles nächstes Mal, falls ich dann nochmal mitmachen darf, um den Titel zu verteidigen. Und dann sehen wir uns hoffentlich dann. Safe. Leute, macht's gut. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020